Ihr seid Bewohner des Landes Veligrad, ein gefährlicher, nahezu aufgegebener Ort, der von untoten Schreckensherrschern tyrannisiert wird. Große Bereiche des Landes werden von untoten Schergen heimgesucht. Viele Einwohner haben versucht zu fliehen oder sich aufzulehnen, doch die meisten scheiterten. Ihr gehört zu denen, die scheiterten. Die Diener des Vampirfürst Nostro haben euch gefangen genommen, entwaffnet und bis auf eure Kleidung enteignet. Unser Abenteuer startet damit, dass sie euch gewaltsam in sein düsteres Schloss zerren. Aus Gerüchten wisst ihr, dass dort unheilige Experimente durchgeführt werden. Ihr müsst unter allen Umständen entkommen, ehe ihr als Versuchsobjekt endet und euch nichts mehr retten kann. Dieser One-Shot spielt etliche Jahre vor Blind Eyes. Ach, das spielt in der gleichen Welt? Ja. Gabi, man hat das nicht. Hin und wieder werde ich ganz kurz... Muss man jetzt irgendwelche... Hier müssen wir noch nichts machen. Achso, nein, musst du nicht. Wenn du die nicht hast, ist das kein Problem. Das ist nur für die, die sie haben. Hin und wieder werde ich mal ganz kurz für so zwei bis zehn Sekunden leise sein. Das liegt daran, dass ich dann die Szene wechsle wie jetzt. Oha. Jetzt seht ihr das bei der Laute, könnt ihr lauter und leiser machen. Mhm. Uh. Oh. Okay. Oh. Ich setze die Szene. Stellt euch vor, was ich euch beschreibe. Visualisiert das in euren Gedanken. Stellt euch ein... Und ihr seht alle die Hintergrundszene? Mhm. Stellt euch ein riesiges, verwinkeltes Schloss vor, das auf einer natürlichen Klippenanhöhe nach oben ragt. Etliche Türme erstrecken sich hoch in die Luft und sind durch gigantische Mauern miteinander verbunden. Vor dem Schloss befindet sich ein vom Nebel umhüllter Dornenwald, der für einfache Reisende nahezu undurchquerbar ist. Auf der Rückseite der Burg klafft eine steile und gefährliche Klippenwand nach unten. Am dunklen Nachthimmel kreisen etliche Fledermäuse vor einem gespenstisch leuchtenden Vollmond. Und immerzu hört ihr ihre aufgeweckten Rufe. Ihr steht vor diesem Schloss. Genauer gesagt... Vor dem großen Burgtor. Jetzt in diesem Moment ziehen euch Gnoll-Skelette mit einem Seil, an das ihr gefesselt seid, direkt darauf zu. Uff. Ich ziehe jetzt nacheinander eure Charaktere auf die Spielfläche und ihr dürft euer Aussehen beschreiben. Zuallererst wird Cilion gezogen. Uff. Ah. Verdammt. Du darfst dein Äußeres beschreiben. Also, kurze Frage nochmal. Burgtor. Vor mir ist ein... Ist dieses Wesen, dieser Gnoll, dieser Knochen-Gnoll. Ja. Und ich bin einem... Ich bin gefesselt? Du bist gefesselt. Ihr alle seid mit den Händen an ein Seil gefesselt, dass mehrere dieser Gnoll-Skelette vor sich herziehen und euch damit mit sich schleifen. Okay. Und, ähm... Das ist so... Wie viel Abstand habe ich? Also, ist der direkt vor mir? Oder könnte ich mit den anderen reden, die wahrscheinlich hinter mir sind? Sind wir in einer Reihe? Ihr seid in einer Reihe hintereinander. Ah, okay. Gut. Also, was ihr sehen könnt, ist ein stattlicher, 92 Zentimeter großer Halbling. Hör mal auf, 92, niemand ist so groß. 92 Zentimeter groß, besonders auf die 2 Zentimeter liegt Tilion Honigtopf, besonders wert. Er ist in einfache Tunika gekleidet. Braun, ein bisschen schwarz, ein einfacher Gürtel. Und trägt keine weiteren Waffen an sich. Er hat sehr, sehr zerzaustes, wuscheliges Haar. Ähm, wirkt allgemein sehr konfus. Einen ungepflegten Bart. Und, ähm, macht einen unsicheren Eindruck. Verängstigt offensichtlich. Und weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Er ist, äh... Nun, ähm, trägt nichts weiter bei sich. Das war es eigentlich, ja. Das ist Tilion. Ganz vorneweg. Direkt dahinter. befindet sich ein, äh, Gnomen. Äh! Und auch du darfst dich beschreiben. Oh mein Gott. Ja, das ist Mingxie. 24! Oh, sehr gut. Okay. Also, das ist Mingxie. Mingxie ist eine 80 Zentimeter große Gnomenfrau. Sie verhält sich aber so, als wäre sie 1,80, mindestens. Ähm, sie hat... ...wuscheliges, lockiges, rotes Haar. Und ist ein bisschen lebensmüde. Kann man ihr das ansehen? Naja, sie hat crazy eyes. Okay, okay, ja, alles klar. Obviamente. Dann sieht man ihr das an. Und ein 420-Beutel dabei. Also, leg dich nicht mit Jan. Und, Mingxie, auch du spürst, wie diese Gnoll-Skelette ruckartig am Seil ziehen, sodass du einen Satz nach vorne machst. Härter, Daddy. Ey, Vorsicht dahinter! Ey, nicht so fest! Krassloch! Direkt dahinter... ...befindet sich diese Person. Dr. Jockel, du darfst dich beschreiben. Oh Gott! Oh Gott, der Dr. Jockel ist... Dr. Jockel ist ein Mann, dessen beste Jahre nicht mal mehr er noch im Kopf hat. Äh, relativ groß, aber sehr hager. Gezeichnet von so ziemlich jeder Substanz, die das Reagenzglas hergeben könnte. Verbal, wie auch visuell, eine Herausforderung. Aber gesegnet mit einer Intelligenz und einer gewissen andersweltlichen Grazie, die er auch ausstrahlt. Das war... Wie reagierst du auf den nächsten Ruck, der euch nach vorne zieht? Au! Entschuldigen Sie mal bitte! Die Gnoll-Skelette reagieren nicht darauf, sondern ziehen nur noch fester. Au! Halt die Klappe! Und jedes Mal, wenn ihr gezogen werdet, stößt ihr oder stößen eure Körper immer so ein bisschen miteinander zusammen. Wie so ein kleiner Domino-Effekt, weil ihr relativ nah aneinander gebunden seid. Ich... Oh, Verzeihung! Verstehe ich das richtig, dass meine Hände vor mir, vor meinem Körper zusammen gebunden sind, ne? In so einem... Genau, ihr geht in einer Reihe, eure Hände sind verbunden, übereinander gelegt und zugebunden und dann geht das Seil weiter zum nächsten Gefangenen bis nach hinten. Könnte ich mich mal versuchen, bei den ruckartigen Bewegungen die Handknöchel so ein bisschen nach außen zu drücken, um den Druck zu lockern? Weil ich kann mir vorstellen, dass durch diese Knotenverbindung, dass ja alles unter einer Spannung steht, gelöst wird, wieder unter einer Spannung steht, kann ich das versuchen, so ein bisschen aufzumachen? Kannst du versuchen, aber lass uns erst die anderen Charaktere beschreiben. Okay, Entschuldigung. Kein Problem. Direkt hinter Dr. Jockel läuft noch eine weitere kleinere Gestalt. Tabi, du darfst dich beschreiben. Zum... Es ist einfach perfekt. Ist das ein Maulwurf? Nein, das ist Tabi. Beschreib dein Äußeres. Wie siehst du aus? Tabi, stolze 69 Zentimeter. Hart wie ein Backstein. Genauso schlau. Verkleidet in Lederrüstung. In leichter Lederrüstung. Die, die abgenommen wurde. Gerade tragt ihr alle nur einfache Kleidung. Ihr könnt euren Mantel oder so, wenn irgendwas... Einfache Lederkleidung. Ich mag Leder. Tabi mag Leder. Okay. Die Schütze war nicht gut, aber fühlt sich gut an. Also ein kleiner Rock Gnome mit Lederrüstung oder mit Lederkleidung. Lederkleidung, richtig. Und hinter dir wird noch jemand gezogen, Tabi. Die letzte Person in eurer Reihe. Lilly, du darfst dich beschreiben. Dein Äußeres. Also das ist Lilly. Elfe, Waldelfe. Deswegen ist das ja auch Beastmaster. Tatsächlich irgendwie die größte in der ganzen Gruppe. Erschreckenderweise. Also bitte. Entschuldigung. 1,87. Okay, nicht ganz die größte, aber sonst eigentlich immer die kleinste hier anscheinend doch ein bisschen größer mit 1,62. Ja, dadurch, dass wir unsere ganze Rüstung natürlich abgenommen bekommen haben, habe ich tatsächlich auch nur noch das Kleid an und Schuhe. Das war's. Ja, ich bin so ein bisschen skeptisch anderen gegenüber und vertraue auch nicht so schnell. Du musst nicht zu detailliert deinen Charakter beschreiben, sondern nur das Aussehen. Okay, das war's auch schon. Okay, oder wenn du so Eigenschaften beschreiben willst, dann guckt sie wahrscheinlich gerade etwas skeptisch, etwas misstrauend auf die anderen vor sich. Und ziemlich angepisst auch. Und angepisst, während sie auch den Ruck des Seils spürt und gegen Tabby stößt. Hey, Vorsicht da vorne. Tabby wird von der Elfenzone. Tabby mag das nicht. Ja, ich mag das auch nicht. Hey! Du hast ekelhaft. Tillion würde sich zu Wort melden ganz vorne und würde versuchen, den Knoll anzusprechen. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Oh Gott. Du hörst nur das Klackern der Knochen, aber er scheint sich nicht wegen deiner Worte umzudrehen. Entschuldigung. Und er wird weitergezogen. Entschuldigung zu dem. Er versteht dich doch eh nicht. Die Öffentlichkeit zahlt sich immer aus. Kann ich ein bisschen ziehen, dass er nach hinten fällt? Ja klar. Gib mir einen Athletic Check, aber vorher darf Tillion mir noch einen Slide of Hand oder Athletic Check machen, um versuchen, seine Arme ein bisschen unter dem Druck des Seils zu lösen. Ich versuche jetzt sozusagen mit dem Druck des Seils und diesen Worten, die ich wähle, den Zeitraum zu schaffen, um da ein bisschen freizukommen. Du willst Slide of Hand? Slide of Hand oder Athletic. Okay. Okay. Du schaffst es so ein bisschen, den Druck des Seils zu lösen. Oh, sehr gut. Warte, dann muss ich mal kurz hier. Und dann... Wie ich denn nochmal meinen Charakter... Einfach Doppelklick auf deinen Token, genau. Und dann, Mingzi, darfst du mir einen Athletics Check geben. Diesen Wert, ne? Den hätte ich vielleicht irgendwann mal pushen sollen. Du ziehst so schwach daran, dass Tillion gar nicht mitkriegt, dass du es versucht hast. Sehr gut. Okay. Ja. Ihr werdet weitergezogen und steht, wie gesagt, vor diesem großen, großen Burgtor. Und die ziehen euch da durch. Ruckartig. Stück für Stück. Werdet ihr nach vorn gerissen. Die sind dabei auch nicht wirklich empathisch oder sensibel. Die machen das einfach wie ein Mechanismus, der halt funktionieren muss. Das heißt, die reagieren auch nicht auf irgendwas in Einfluss oder sowas? Irgendwas? Nein. Die gehen einfach durch? Und auch die ganze Zeit, während ihr schon... Und ihr seid schon ein paar Stunden unterwegs. Also wahrscheinlich erschöpft. Und die ganze Zeit, während ihr von diesen Gnoll-Skeletten... Das sind mehrere. Stellt euch so ein ganzes Pack vor. Um die 10, 15 Stück, die euch eskortieren. Die ganze Zeit, während ihr mit euch gerissen oder mit ihnen gerissen werdet, hat sich keins umgedreht. Die haben auch nicht miteinander gesprochen. Die funktionieren einfach wie automatisch. Okay. Und als ihr das Tor passiert, das große Burgtor, fühlt es sich so an, als würde man die Schwelle vom Leben zum Tod überschreiten. Ihr überquert einen kaum beleuchteten Hof und werdet dabei von etlichen Vampir-Soldaten und Uhlen beobachtet. Die überall verteilt stehen. Manche hinter so einem alten Brunnen. Manche auf der Mauer selbst. Manche gucken aus Fenstern aus dieser riesigen Burg. Ihr seht Schatten in den Korridoren umherruschen. Die einfach interessiert Blicke nach draußen werfen. Und ihre gierigen roten Augen folgen euch mit jedem Schritt. Alles hier wirkt trostlos und düster. Und es riecht nach Tod. Dazu kommt die beißende Kälte, die euch in die Schranken weist. Es ist so kalt, dass jeglicher Atem, den ihr ausstößt, sich in so kleinen Wölkchen mit dem Nebel vermischt. Ist das eine ungewöhnliche Temperatur für Willigrad? Nein. In Willigrad ist es oft kalt, aber explizit an diesem Ort, in dem Moment, wo ihr unter dem Burgtor entlang geht, habt ihr das Gefühl, dass es noch kälter wird. Und plötzlich nähert sich ein Mann. Er kommt einfach über den Hof in eure Richtung. Bei genauerer Betrachtung ein Vampir. Ihr seht scharfe Fangzähne, einen langen schwarzen Zopf, der im Wind weht und feine Kleidung, wodurch er sofort herausstecht. Er nähert sich bis auf ein paar Meter, wirft einen prüfenden Blick auf euch und spricht. Uff. Nö. Nö. Er sagt. Ah. Endlich mal etwas anderes als trichtes, menschliches Bauernvolk. Und begutachtet dabei besonders die Gnome und den Halbling. Und die Elfe. Nein, 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 nein. Ihr seht auch in seinen Augen einen gierigen Blick und Begeisterung. Direkt danach kommen weitere Gnouskelette hinter euch hervor und präsentieren wir in eine große Kiste. In der Kiste erkennt ihr, also stellt euch vor, wie die an euch vorbeigehen, an eurer Gefangenenlinie da. Und in der Kiste seht ihr eure eigenen Sachen. All das, was man euch abgenommen hat. Hey, meine Flöte! Das ist mein Stein. Lach nicht einmal. Da wirst du an mir. Die Skelette nähern sich dem Vampir. Und sein Blick wandert begutachtend zwischen euch und der Kiste hin und her. Ganz oben hier drauf liegt eine Trommel. Er nimmt die in die Hand Es ist wohl die außerordentlich gewöhnlichste Trommel, die ich je gesehen habe. Hey! Muss ja nicht gleich persönlich werden! Wie war das nochmal mit dem Höflich? Was war das? Ein seltsamer Vogel fliegt am Mond vorbei. Und gackert laut. Ähm, ich würde gerne mit dem seltsamen Vogel sprechen. Du kannst laut etwas rufen. Was möchtest du schreien? Nee, ich kann noch mit Tieren kommunizieren. Dazu ist er zu weit weg. Ah, okay, okay. Der Vampir dreht sich mit so einem verächtlichen Blick zwischen der Kiste und euch hin und her. Braucht ihr die Trommel, braucht ihr doch nicht. Ach. Angst, die haben... Ihr habt immer noch nicht verstanden, in welcher Lage ihr euch befindet, oder? Diese Trommel... Und er lehnt sich nach vorn. Werdet ihr nie wiedersehen. Tatsächlich. Und Tion lehnt sich... Kommt er so nach... Lehnt sich er sich nach vorn, sodass er näher rankommt? Ja, ja. Er lehnt sich richtig nach vorn, beugt seinen Oberkörper nach unten, damit er quasi mit dem Gesicht vor deinem steht. Tion lehnt sich so zurück und würde so ein bisschen nach hinten ausrutschen und sozusagen wie so ein Dominosteil umfallen. Oh, nein. Mingsi, plötzlich spürst du, wie Tion auf dich drauf fällt. Ey, geh runter! Du bist so schwer! Fallen wir jetzt wie Dominosteine aneinander, bis es jemand auffällt? Mach mal einen Strength-Saving-Throw, Mingsi. Oh Gott, wie geht das nochmal? Oben, bei deinen Hauptattributen, bei Striffestärke auf den rechten Wert. Klicken. Wundervoll. Ja, Mingsi fällt sofort oben. Puck. Und knallt gegen Jockel. Jockel. Dr. Jockel. Zusammen mit Cileon. Pritt. Der euch allerdings halten kann. Steht wie eine Mauer. Verzeihung. Super, Mann, super. Ah, Verzeihung. Entschuldigen Sie mal bitte. Aber insbesondere Sie da vorne, junger Mann. Über, übler Blutatem. Du riechst ein bisschen. Ja, auch. Und Tileon steht wieder auf. Er würde nochmal die Chance nutzen, um das Seil weiter zu lockern im Toru Babohu. Deswegen ist er nämlich umgefallen. Mach noch einen Check. Slide of Hand, ja. Ja. Und es gelingt dir noch ein Stück. Und dann kannst du mir noch einen Staff-Check geben. Sehe ich, dass er versucht, das Seil zu lockern? Ich brauche den Staff-Check. Dann kann ich es dir sagen. Was ist deine Passive Perception, Dr. Jockel? Äh, ja. Du siehst es nicht. Du kriegst es nicht mit. 13 ist meine Passive Perception. Tileon, dir gelingt das und du hast das Gefühl, dass niemand um dich herum das gemerkt hat. Nicht mal der Vampir, der dir quasi im Gesicht steht. Und er ist immer noch auf dich fokussiert und dann spricht er. Diese Trommel, die werde ich an mich nehmen. Oh nein. Die werdet ihr nie wiedersehen. Genauso wie alles andere, was sich in der Kiste befindet. Und dann lacht er. Hennisch. Ich lache so ein bisschen mit. Sein Gesicht dreht sich zu dir und nimmt eine ernste Haltung an. Findet ihr das witzig? Äh, äh, ich find's witzig, dass er keine Trommeln mehr hat. Und ihm scheint das nicht so ganz zu passen, dass du gute Laune hast. Er. Ähm, Entschuldigung, junger Mann, Entschuldigung. Ich versuche mich an den Vampir zu richten quasi. Er dreht sich zu dir. Ich bin mir doch relativ sicher, dass es sich hier oben eine Verwechslung handeln muss. Also, ich möchte meine unverkennbare Andersartigkeit in dieser Gruppe doch mal deutend herausstellen. Ja, da habt ihr recht. Ihr seid wohl am wenigsten wert. Ja, ja, ganz, ganz eurer Meinung. Ganz eurer Meinung. Also, wenn keine Umstände, dann würde sonst ich jetzt mir auch dann... Oh, keine Sorge. Ihr werdet zuerst in die Experimente eingeweiht. Nach Hause! Oh, oh, entschuldigen Sie, ich hab Ihnen dazwischen geredet. Entschuldigung. Also, noch mal, bitte. Ich sag euch was. Und er guckt der Reihe nach. Ich hoffe! Ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr sofort drankommt und auf den höchsten Turm gebracht werdet. Was reden die davon? Ich verstehe kein Runde. Dann ist der Weg nach Hause ja noch weiter. Also, junger Mann, Sie missverstehen mich ja zur Gänze. Und direkt danach dreht er sich zu den Gneuskeletten und nickt denen zu. Die sofort anfangen, sich weiter zu bewegen. Ihr spürt das ruckartige Ziehen, des Seils. Au! Au! Nein! Ich mag das nicht! Mein Gott! Und wie sich andere Gnollskelette von hinten nähern. Vor allem Lili merkt das. Denn plötzlich spürst du das Stechen einer Speerspitze in deinem Rücken. Hey, 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 hey! Langsam! Sie verletzt dich nicht, aber du kannst nicht stehen bleiben. Sie zwingen euch dazu weiterzugehen und der Vampir geht jetzt voran und macht es sich zu seiner Aufgabe, euch persönlich zu eskortieren. Ken, ist dieser Vampir in Veligrad bekannt? Also, würde Tilion ihn kennen? Mach einen History-Check und das können alle machen. History. Alles klar, ich kenn den. Du darfst den auf Advantage machen. Wie ging das noch? Oh mein Gott. Der jockelt erstmal die Würfel raus. Ja, Net 20. Wie ging die History-Check-Nummer? Einfach auf History in deinem Charakterbogen klicken und Lili, du darfst den auf Advantage machen. Das bedeutet, du kannst auf die 5 im Chat gehen und auf das Plus drücken. Dann würfelst du nochmal und darfst das Bessere nehmen. Ja. Okay, warte mal. History. Warte, jetzt habe ich als einziger keinen History-Check gemacht. Okay. Anscheinend kenne ich niemanden. Tillion. Minksi, möchtest du auch noch oder möchtest du nicht? Das ist freilich. Achso, nochmal hier den. Achso, du hast schon. Sie hat schon. Sie hat schon. Okay. Tillion, Lili und Dr. Jockel, ihr alle glaubt, diesen Vampir zu kennen. Der ist immer wieder mal außerhalb der Burg unterwegs gewesen und hat Ich war quasi bei seiner Geburt dabei. Du kriegst gleich noch mehr. Das ist die Fassung für euch drei und danach kommt ein Zusatz für dich. Der ist immer mal wieder außerhalb von der Burg gewesen, von der Festung und hat Dörfer in Schutt und Asche hinterlassen. Es gibt mehrere Vampire, also wirklich mehrere, die in diesem Schloss hier wohnen und mehrere davon haben höhere Stellungen. Er davon ist einer. Er ist einer davon und er besonders hat den Ruf sehr gehässig und gewaltsam zu sein in quasi allem, was er macht. Und Dr. Jockel, du weißt noch, dass der Vampir Armand Xatu heißt. Ich würde versuchen, den anderen zuzuflüstern, sodass der Vampir es nicht hört und frage die ganze Gruppe, hey, kennt ihr den Blutsauger da vorne? Kommt euch der auch nicht bekannt vor? Wird das jetzt so ein Flüsterpost-Ding, weil sie ist ja ganz hinten? Ja, sie spricht mit... Ja, ich spreche halt ein bisschen lauter, aber so, dass vorne der Vampir uns nicht hört. Das Problem ist, dein Vehikel für Informationen ist Tabby. Ist Tabby. eben. Und der T2. Well. Magst du mir den Namen nochmal bitte sagen, Snow? Armand Xatu. Wachtmeister auf der Festung. Hochrangiger Vampir. Sehr gehässig und gewaltsam. Auch ein schöner Ruf. Hat eine extrem kurze Zündschnur. Kurzer Zündschnur. Das erklärt auch die Gehässigkeit. Okay. Ich fand den ganz nett. Also, Lilly versucht das zu flüstern und Tabby, willst du das dann weiterflüstern? Ich flüstere das weiter. Okay. Oh Gott. Willst du es selber sagen oder weißt du noch, was Lilly dir gesagt hat? Was flüsterst du an, Dr. Jockel? Keine Ahnung. Also, ich stupf's Tabby nochmal an und sag nochmal, hey, jetzt kannst du das den Vorderen nicht weiter... Ja, was willst du denn? Sie haben ganz andere Probleme als dein Quatsch und Trausch hier gerade. Ich will, frag die mal, ob die den kennen. Bitte. Tu es einfach. Na, den Vampir, den Blutsauger. Welchem Vampir ich seh niemanden? Oh mein Gott. Ich seh nur diesen gebrochenen alten Mann vor mir, der noch Pfeifentabak riecht. Nein, nein, nicht der. Den kenn ich nicht. Kennst du den? Ach nein, ich kenn hier auch niemanden. Kennen wir uns? Nein. Oh Gott, es hat einfach einen Stein als Kranker. Wofür ist der Perception-Check? Äh, ich wollte nur machen, ob ich mitkriege, was die sagen. Ah, okay. Ja, du hörst, dass die so ein bisschen flüstern, aber es ist ganz normal, habt ihr immer wieder gemeint auf eurem, auf eurem, auf eurem Reis. Was soll ich dem sagen? Wem soll ich was sagen? Frag mal vor dir, ob er den Blutsauger kennt. Er weiß schon, was gemeint ist. Glaub mir. Dem wählen? Den Blutsauger, den Vampir, ob er den kennt. Den Mann vor mir? Geht mal an, ja, mach einfach. Okay. Tabby greift nach dem Mantel des alten Mannes oder versucht, nach dem Mantel zu greifen, um auf sich aufmerksam zu machen. Na hoppala, ich drehe mich um. Nein, du da oben. Ja, ich, ja bitte. Was sollte ich nochmal fragen? Und während ihr weitergeht und die Gnoll-Skelette euch mit sich ziehen, geht ihr in die Burg hinein. An vorderster Front läuft der Vampir Armand Xatou. Ihr betretet die große Eingangshalle der Burg. Die Inneneinrichtung ist kaum zu erkennen, nur wenige Kerzen werfen vereinzelt Licht auf dem Schatten stehenden aristokratischen Möbel. Viele davon sind aus sehr hochwertigem Holz, vielleicht Mahagoni. Ihr geht für etwa 15 Minuten durch die Burg. Und immer wieder mal seht ihr in so einem Schatten aus einem weiteren Korridor oder aus so einem halb geöffneten Raum, an dem ihr vorbeigeht, rot funkelnde, gierige Augen, die euch hinterherstarren. Die ganze Burg scheint voll zu sein. Nicht nur mit Vampiren, sondern auch mit anderen Wesen. Skelette hauptsächlich. Und nach noch weiteren Minuten findet ihr euch an einer großen Wendeltreppe wieder. Sie führt zu einem hohen Turm hinauf. Die ganzen Korridore, die ihr gegangen seid, waren sehr verstrickt. Und ihr seid wirklich eine Weile gegangen. Und immer wieder weiter nach oben. Ihr seid dutzende Treppen nach oben gegangen. Und dann erneut sticht man euch spitzes Eisen in den Rücken. Vor allem Lilly. Aua! Kannst nicht glauben. Und ihr geht die Treppe hinauf. Kann mich jemand tragen? Die ziehen ja immer mal. Ich würde gerne weiter versuchen, mich aus dieser Schlinge mit dem Seil zu befreien. Okay. Mach noch einen Check. Ich habe eine Frage. Ja? Kriegen die letzten zwei hinten mit, was vorne mal passiert? Und auch was gesprochen wird? Wenn sie laut sprechen, ja. Okay. Tillion, du hast das Seil so weit gelockert, dass du dich aus dem, aus den Fesseln lösen könntest, wenn du wolltest. Du hältst es jetzt quasi nur noch so fest, dass es nicht auf den Boden fällt und man das nicht merkt. Okay. Wir gehen, wir gehen ja die ganze Zeit, oder? Also wir haben keinen Mal angehalten jetzt auf dem Weg. Ja, hin und wieder stoßt ihr, stößt ihr miteinander, sodass dieser Gefangenentransport kurz stockt. Aber ihr seid quasi die ganze Zeit gegangen. Au, meine Milz! Wie sind wir denn aneinander geklettet? An den Händen? Mit einem Seil. Stell dir vor, du hast die Hände übereinander gelegt, zu einem X, und eure Handgelenke sind mit einem festen Knoten zusammengebunden und dann zieht sich das Seil weiter zum nächsten und so sind alle miteinander verbunden. Kann ich in der Zeit versuchen, an meinen Schuh zu kommen, um dort was rauszuholen? Kannst du machen. Gib mir einen Slide of Hand und einen Stealth Check. Äh, es geht auf. Uh! Du schaffst es, dich zu bücken in einem günstigen Moment. Aber ehe deine Hände an deine Schuhe kommen, siehst du wie ein Gneuskelett oder spürst du wie ein Gneuskelett von hinten mit der Speerspitze tiefer in deinen Rücken bohrt. Ah! Und das mitbekommen hat. Ähm, verstehen die uns oder? Du gehst davon aus, dass die Skelette euch nicht verstehen, nein. Okay. Aber die haben definitiv mitbekommen, dass du versuchst, dich zu bücken. Sprich, du brichst ab, ehe du irgendwas genaueres machen kannst. Okay, okay, okay. Und dann geht ihr hoch. Und oben angekommen öffnet der Vampir, der euch führt die Zimmer. Tür. Ich würde übrigens gerne, sorry, dass ich nochmal unterbreche, ich würde übrigens gerne auf dem Weg zu dem, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass ich das Ding einfach loslassen kann, ähm, nach günstigen Möglichkeiten suchen, im Schatten zu verschwinden. Die Gläser. Rein theoretisch gibt es überall Gänge, an denen ihr entlang geht, aber überall sind weitere Kreaturen, die da rumhuschen und lauern. Ihr werdet neugierig beobachtet, sodass du bisher keinen günstigen Moment gesehen hast. Okay. Und dann öffnet er die Tür zum Turmzimmer und der Reihe nach werdet ihr hineingezogen. Äh. Ich wechsel die Szene. nie. Kein Token. Es ist dunkel, kein Token drauf. Ich muss eure Token raufziehen und jetzt müsstet ihr alles sehen. Mhm. Uh. Müssten wir uns nochmal so aufstellen? Ihr könnt euch... Und ich kann jetzt selber rausziehen. Ich hab da einen Token raufgezogen. Ihr müsstet jetzt alle die Maps sehen. Mhm. Ihr könnt euch der Reihe nach positionieren, Tillion nach vorne und bitte hier in einer Reihe aufstellen. Hier oben ist die Tür, aus der ihr reinkommt. Achso, da muss ich nach unten. Sorry. Genau. Ich zieh mal einen Token nicht. Wir sind eng hier, ne? Ich zieh deinen Token nochmal drauf. Okay. Siehst du es jetzt? Mhm. Okay, dann stelle ich mich hier vor. Sind wir hier? Wonach riecht das hier dran? Erkläre ich euch sofort. Okay. Der Reihe nach... Ich sehe jetzt die Token von den anderen nicht. Also nur den von Curtis. Okay. Dann wechsel mal oben auf den Hub und zurück aufs Turmzimmer und dann solltest du alle sehen. Oben links ist so ein Dingschen, genau. Nö. Sehen wir noch nicht? Nö. Ich ziehe dann Token nochmal rauf. Also meinen sehe ich, aber ich sehe halt die anderen Spieler nicht. Außer Tabi sehe ich keine anderen Spieler. Siehst du sie jetzt? Nö. Okay, dann Refresh nochmal. und wechseln nochmal zwischen Hub und Tun. Dann müsste es gleich gehen. Lilly hat ja gerade versucht, an ihre Schuhe ranzukommen, ja? Bekomme ich das als Charakter mit, der quasi vor dir steht, so? Nein. Okay. Dazu war ihr Stealth-Check noch zu gut. Der Stealth-Check battelt immer deine Passive-Deception in solchen Fällen. Okay, ich beschreibe euch, was ihr seht. Und ... ... ... Minksy, du versuchst einfach weiter das zu fixen, wenn es gleich immer noch nicht geht, sag Bescheid. Einfach mal Browser-Refresh zwischen Hub und Turmzimmer hin und her wechseln und dann müsste es eigentlich gehen. Ja, mache ich. Okay. Ihr betretet das Turmzimmer. Drei Tische stehen in der Mitte des Zimmers. Und ihr könnt immer so ein bisschen mit der Maus und mit Rechtsklick gedrückt halten, rumzoomen, die Perspektive wechseln und euch alles genau angucken. Drei Tische stehen in der Mitte des Zimmers. Auf zweien befinden sich miteinander verbundene gläserne Gefäße, in denen grüne und rote Flüssigkeiten blubbern. Auf dem dritten liegen Schriftrollen und Bücher. Das ist der, vor dem ihr steht. An den Wänden stehen mehrere große Käfige. Es gibt ein geöffnetes Glasfenster, durch das Mondlicht hineinschimmert. Ganz hier hinten. Die Wände sind allesamt mit Knochen und Schädeln verziert, die in den Stein gearbeitet wurden. Das Zimmer ist voll von stark beißenden grünen Dämpfen, die bereits jetzt bei euch allen schon Hustreiz auslösen. Beste GTIP-Verletzungen ausspielen, Husten. Zu Hause. Die Neuskelette ziehen euch rein, ruckartig, und verteilen sich ein bisschen links und rechts neben euch im Raum. Der Vampir stellt sich zufrieden an den Tisch, lehnt sich so ein bisschen daran, legt eine Hand auf die Tischfläche und dann plötzlich seht ihr, wohin er guckt. Nämlich hier hin. An der gegenüberliegenden Wand steht ein eindrucksschindender Mann. Er trägt einen fein schwarzen Mantel mit detailreichen lilanden Stickereien, die sich an der ganzen Kleidung entlangziehen. Wer auch immer den Mantel genäht hat, muss Tage nur mit diesen komplexen Verzierungen verbracht haben. Um seinen Hals trägt er ein linernes, sorgfältig getrocknetes Tuch, geknotetes Tuch, trocken ist es auch, und seine Ohren ähnlich dienen der Elfen. Also zum Beispiel Lillies Ohren. Seine rot leuchtenden Augen und scharfen Fangzähne lassen keine Zweifel übrig. Auch das ist ein Vampir. Und die bloße Präsenz dieser Kreatur lässt euch erschaudern. Es fühlt sich so an, als würde er einen gewaltigen, bedrohlichen Schatten über euch werfen. Ihr seht, wie er eine staubige Leinendecke über einen Käfig wirft. Brrk. Bevor die Decke den Käfig verdeckt, seht ihr noch die Umrisse einer verunstalteten Kreatur, die im Inneren am Boden kauert. Nur kurz seht ihr die rote Haut des Wesens, möglicherweise ein Tiefling. Und direkt darauf schließen die Gnoll-Skelette die Tür hinter euch, brrk. Sodass ihr in das Turmzimmer gesperrt seid. Wie viele Gnoll-Skelette sind im Raum? Insgesamt jetzt vier. Alle anderen lösen sich von euch und gehen die Wendeltreppe wieder nach unten. Das heißt, die, die hinter Lily standen. Genau. Es mag wie eine dumme Frage wirken, aber haben die Gnoll-Skelette unsere Fesseln angelegt? Nein. Okay. Ihr wurdet von einem Trupp gefangen genommen, der von einem Vampir geführt wurde. Der hat das gemacht und die Gnoll-Skelette sind nur quasi die Eskorte. Mhm. Okay. Die Tür ist zu. Die Skelette stellen sich wie so Wachen verteilt im Raum auf. Squee, geht bei dir die Szene mittlerweile? Ja. Stehen die jetzt immer in Zweiergruppen? Oder? Die stehen in Zweiergruppen. Okay. Nice. Der ... ... Ihre Blicke richten sich alle auf diese Gestalt hier. Eins der Skelette geht in eure Richtung und stupst euch weiter nach vorn. Aua. In welche Richtung willst du? In diese Richtung hier. Okay. Ähm, ich würde, während ich in diese Richtung gehe, was steht denn hier unten? Also hier und hier griffbereit Richtung Tisch und hier unten da sehen so, das sieht aus wie Scherben oder... Mhm. Mach mal einen Perception-Check. Mhm. Das können alle machen, die sich umschauen möchten. Mhm. Nun. Ich bin blind. Moin. Ich bin blind. Bruder. Okay. Zillian und Tabby, für euch ist die Situation sehr stressig. Ihr versucht, irgendeinen Blick zu erhaschen, Sachen zu verarbeiten, aber das alles hier ist neu, fremd und dann ist da noch dieser grüne, beißende Rauch im Raum. Es ist unglaublich anstrengend für euch momentan. Alle anderen kriegen einen etwas besseren Eindruck und ihr könnt so ein bisschen differenzieren, was auf den Tischen steht. Ihr, vor allem auch, Dr. Jockel kann das besser zuordnen. Ihr seht so Sachen wie Salzgläser, Gläser mit Knochenstaub, Mörser und Stöße, leere Fläschchen, Glaskolben, Reagenzgläser, tote Spinnen und andere Tiere, ein kleines Herz, Schlangenzähne, Skorpionsschwänze, Kräuter, Blüten, all sowas liegt da überall verteilt und dann sowas wie chirurgische Werkzeuge. Vor allem hier. Und wenn ihr noch ein Stückchen weiter geht, bewegt eure Token mal hier hin. Sehe ich auch Papier? Ja, Schriftrollen liegen auf dem Tisch hier. Los, lauf! Okay. Da seht ihr etwas Besonderes. Der Opa bleibt stehen. Auf dem Tisch hier liegt eine Leiche. Daneben liegen chirurgische Werkzeuge. Ihr seht eine Knochensäge, einen Skalpell, Nadel und Leinen und all sowas. Und direkt daneben liegen drei tote Kreaturen, die allesamt so aussehen. Was zum... Was ist das? Kennen... 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 History check. Mhm. Ja. Alle mit zehn oder höher kennen diese Kreaturen. Das sind... Oh nein. Es handelt sich deiner Meinung darum. Umpalumpas. Der Tami hat keine Ahnung, aber der Rest von euch weiß, dass es Sturges sind. Das sind quasi große, so faustgroße Insekten. Bisschen größer noch. Blutsauger. Blutsauger? Ja, wie so riesige Moskitos, die ihre Opfer leersaugen. Und diese ganze Szene hier sieht so aus, als ob an denen und an der Leiche herumexperimentiert wurde. Hier drüben seht ihr noch einen kochenden Topf, aus dem dieser grüne Rauch, der sich im Raum ausgebreitet hat, aufsteigt. Trillium wird in Gegenwart der blutigen Leiche und diesen Sturges blass. Also wird einfach so. Der Vampir hier vorne hat euch zwar bemerkt, und wirft auch einen flüchtigen Blick in eure Richtung, aber macht sonst nichts weiter, ne? Er fixiert noch so ein bisschen die Decke auf dem Käfig, damit die nicht runterfällt. Und dann fängt er einfach ganz langsam an, zu seinen Aufzeichnungen zu gehen. Und anstatt selber etwas aufzuschreiben, schnipst er mit den Fingern und ihr seht plötzlich, wie eine Feder, die auf dem Tisch liegt, von einer sich selbst formenden, magischen Hand, die plötzlich auftaucht mit dem Schnipsen, in die Hand genommen wird. Also da fliegt jetzt eine quasi lila, eine astrale Hand mit langen Fingernägeln, die die Feder selber schwingt, im Rhythmus zu seiner sich bewegenden Hand. Und diese fliegende Schweda schreibt Notizen in sein, in sein aufgeklapptes Buch. Kann ich die Notizen erkennen, weil ich ja doch recht nah dran stehe? Oder ist das zu weit weg? Ja, du kannst einen Blick drauf werfen. Und kannst sogar einen Teil davon lesen, weil du Elfisch sprichst. Das ist Elfisch. Und für den Bruchteil einer Sekunde liest du Wörter wie Experiment gelungen. Tag 73. Und dann spürst du wieder Puck hinter dir den Speer und ihr werdet weiter Richtung Käfige getrieben. Okay, 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 sehr gut. Oh, entschuldigung. Einer der Gnäuskelette läuft jetzt zu Tillion. Und Knochenklappernd bleibt ihr bei dir stehen und du siehst, wie er ein Messer zieht. Und das Messer langsam in Richtung deiner Fesseln geht. In dem Moment in dem Moment möchte Tillion seine Hände, kurz bevor das Messer die die Fesseln freischneidet, möchte Tillion seine seine Hände aus den Fesseln beschreiben und macht so eine so eine Street Magiards Bewegung vor seinem Gesicht so. Magic. Okay. Siehst du Street Magic? Magic. Deine Hände sind frei. Das Seil fällt runter. Das Gnäuskelett steht da, als würde es nicht verstehen, was gerade passiert ist. Wie ein Programm. Sehen wir das, dass das passiert? Ja. Ihr seht, wie das Seil runterfliegt und das Messer einfach in der Luft gehalten wird, ohne irgendwas durchzuschneiden. Das Gnäuskelett scheint mit der Situation überfordert und bewegt sich erstmal so für fünf Sekunden nicht. Kann ich in der Zeit nochmal zu meinem Schuh greifen? Es ist ja jetzt gerade niemand hinter mir, oder? Es ist noch ein weiteres Skelett hinter dir. Nämlich das hier. Ja, aber nicht direkt. Mach mir noch einen Stealth Check, wenn du es geheim machen möchtest und einen Slider Hand Check für die Aktion. Ist der denn gerade auch auf Tillion fixiert, der hinter mir, oder sieht er das gerade nicht? Der guckt in eure Richtung. Okay. Also Stealth. Mhm. Und noch einen Slider Hand Check. Okay. Die Gnäuskelette fuchsuzieren sich auf das, was gerade bei Tillion passiert. Du nutzt den Moment und greifst einen Gegenstand aus deinem Schuh. Wo möchtest du den verstecken? Was möchtest du damit machen? Ähm, ich verstecke den Gegenstand erstmal, also ich habe ein kleines Messner, so einen kleinen Dolch aus dem Schuh gezogen und lasse ihn in meinem Ausschnitt verschwinden, in meinem Kleid. damit ich besser rankomme. Krieg das mit. So glaubst du zumindest. Von hier hört ihr ein leichtes Seufzen. So fast schon väterlich. Wie ein Erwachsener, der seufzt, wenn ein Kind hinfällt oder so. Dann geht er langsam weiter. Das Gneuskelett vor dir, Tileon. Gewinnt seine Fassung wieder und zeigt jetzt mit dem Messer auf den Käfig vor dir. Öffnet auch die Tür. Welcher Käfig, der oder der? Der untere? Dieser hier. Ja. Okay. Die Tür geht rauf und ich würde hineingehen. In welchem Zustand ist der Käfig? Wenn ich für die Tür gut dachte und so? Ist das marode? Ist das gutes Holz? Fuck. Das hat Tileon gerade gesagt. Fuck. Aber es ist nur Holz, kein Eisen oder so. Und das Scheiß. Okay. Und hinter die wird die Tür zugehauen und dann geht das neue Skeletterei nach zu euch. Hm. Und das Szenario wiederholt sich. Der Dolch geht Richtung schon so ihre Hände hin. Ganz erwartungsvoll. Und er schneidet das Seil durch und zeigt auf den nächsten Käfig, öffnet die Tür und fordert, dass du hineingehst. Ja. Ich würde gerne bereitwillig reingehen, aber mein Möpple ziehe ich einfach gerade neu. Ich ziehe deinen Token schon mal. Danke. Das gleiche bei Dr. Jockel. Also sie geht da ganz bereitwillig rein. Oh, ähm, ich halte ihm meine Hände hin. Und er schneidet das Seil durch. Oh, da ist endlich, ich warte schon Befürchtung des Und zeigt auf den Käfig. Die Speerspitze des nächsten Skeletts wird jetzt Richtung zwischen dir und dem Tisch ausgestreckt in die Luft gehalten, wie so eine Barriere. Wie groß ist so ein Skelett? Ungefähr 1,60. Also es ist nicht mehr Medium? Es ist Medium? Doch. Okay. Dann würde ich gerne ein Gust of Wind machen gegen den. Poste Gust of Wind. Und beschreib mir, was passiert. Oder was genau das macht. Während ich merke, dass ich aufgehalten werden soll, tue ich so, als würde ich so unvorsichtig oh nein, als würde ich stolpern. Dabei stoße ich aber in Wirklichkeit auf und aus meinem Mund kommt so ein leicht bläulich ekelhafter Dunst, den ich gezielt so auf seine Beine richte. Also wirklich so Das sieht von außen vielleicht nicht so aus, aber da ist schon Schwung dahinter. Und durch den erzeugten Wind stößt du das Skelett nach hinten. Oh, also danke, ich bin völlig, ich freu, ich das freut mich aber, also ich tüdelü. Plötzlich vor der Tür hörst du eine Stimme. Nämlich von ihm hier. Uff. Der die Hand hebt, um ihm hier zu symbolisieren, dass er dich nicht töten soll. Denn er macht schon so einen aggressiven Schritt auf dich zu. Du siehst, wie der Kiefer aufschnappt, die Fangzähne so ein bisschen anfangen zu sabbern und du hörst dieses Aber der andere macht einen Schritt auf euch zu. Nein, nein, ich komme schon klar mit der Tür, danke. Und dann brauche ich von dir erstmal einen Wisdom Saving Throw. Okay, und du hörst folgendes. Ach, ein wirklich fulminantes, ja gar ikonisches Exemplar. Er weist mir die Ehre und geht in den Käfig. und du spürst, wie die Stimme sich in deinem Verstand bohrt. Und plötzlich hast du das Gefühl, dass er ein guter Freund von dir ist. Und du hast den Drang, zu tun, was er dir sagt. Okay. Ach, Grusel, Vampir, Stinknase, alter Kumpel, für dich doch immer. Und die anderen kriegen das mit. Ihr habt das Gefühl, also ihr seht wirklich, dass das, was diese Stimme gerade gesagt hat, so einen Einfluss auf Dr. Jockel hat, dass er tut, was er sagt. Entschuldigung, dürfte ich vielleicht, Was? Wir haben das auch gehört. Ihr habt das laut Verzeihung, Herr Stinkegul, ich, danke. Das nächste Skelett geht zu Tabi und will die Seile losmachen. Tabi, halt aber die Augen zu. Dann hörst du einfach nur, wie eine Klinge in deine Richtung gefuchtelt wird und dann, wie etwas durchgeschnitten wird. Plötzlich löst sich der Halt, der Druck um deine Armgelenke, du spürst sie nicht mehr und bewegst du dich dann? Ich bewege mich. Okay, dann zeigt das Skelett auf die nächste Tür, die es öffnet und verlangt, dass du hineingehst. Ich wollte fragen, noch mal nachträglich, auch wenn es vielleicht ein bisschen spät ist, ob ich beim Zuschlagen des Käfigs vielleicht ein Stofffetzen meiner Tunika zwischenschieben konnte, um das komplette Schließen des Mechanismus zu verhindern. Slide-of-Hand-Jack. Kein Problem, etwas Stoff hängt zwischen dir und der Tür, also nicht, hängt in der Tür, in dem Schlitz. Hab ich das gesehen? Nein, das ist zu schnell. Okay. Wie groß sind die Abstände von den Brettern von meinem Käfig? Also hätte ich da Platz, einfach raus zu klettern? Da du etwas kleiner bist, möglich, wenn du es sehr geschickt anstellst. Du stellst es dir schwierig vor, es wird ein bisschen dauern, wie wenn so ein Hund oder so versucht, sich durch so ein enges Geländer zu drücken und es dann doch irgendwie auf wunderame Wunder Wundersame Art und Weise schafft. Ich würde gerne versuchen, aus dem Käfig hinten rauszuklettern. Wenn du das jetzt machst, kriegen das natürlich alle mit. Ach stimmt, ja, okay. Ja, ja, stimmt. Weil mehrere Blicke auf dich gerichtet sind, genau. Das nächste Skelett geht zu Lily. Und fördere dich auf, in diesen Käfig zu gehen. Ja, ja, ich möchte mich schon... Bye, bye. Mingsi. Ja, also... Ja? Unter dir, in dem Käfig mit dir, quasi auf dem ganzen Boden, es fällt dir schwer, nicht da drauf zu treten, liegt eine Leiche. So. Die eines Menschen. Es riecht unangenehm und du hast kaum Platz, dich da richtig hinzustellen. Wie alt ist die schon? Alt. Wie weit verwest? Weit. Okay. Habe ich auf dem Weg nochmal in die Notizen gucken können, als ich dran vorbeigegangen bin? Habe ich noch irgendwas sehen können? Wenn du das machst... Ja, ja, klar. Du kannst nochmal einen Blick drauf werfen. Du liest noch eine weitere Zeile und... Er schließt dir noch mehr, was da drin steht. Das ist so eine Art Tagebuch eines Forschers. Jemand, der versucht hat, mehrere Tränke zusammen zu mischen, neue Errungenschaften zu erreichen und Kreaturen zu kreuzen. Mhm. Der während... Sorry. Ich wollte auch sagen, während die da rüber gehen mit Lilly, würde ich gerne meinen Haaren kramen und mein Diebeswerkzeug da rausholen, unbemerkt. Okay. Bevor du das machst, passiert noch was. Aber Tillion möchte auch was sagen. Genau. Ich würde... Ich sehe ja, dass sie da nicht alleine ist in dem Käfig. Die Mings, ja. Und Tillion würde... Wie reagiert Mings auf diese Leiche, die da liegt? Ja, ist nicht die Erste, die sie gesehen hat. Also eher unbeeindruckt, ein bisschen genervt davon, dass die jetzt unbedingt bei ihr liegen muss und nicht bei irgendwem anders. Ja, Tillion würde so seine... Tillion würde so seine Hände aus dem Käfig rausnehmen, so ein bisschen, um auch den Stoff festen zu verdecken, so lässig, ja, wie man sich das so anlehnt fast vorstellt. Guckt in den Käfig rein und sagt dann... Na, würdest du sagen, dass du auf ihn stehst? Also wenn ich die Wahl hätte zwischen ihm und dir, dann sieht es schlecht aus für dich. Aber ihr riecht ungefähr ähnlich. Tillion lacht. und auch er hier lacht und guckt jetzt auf, setzt sich hin in seinem Stuhl, faltet die Hände und ihr seht auch so richtig lange, scharfe Fingernägel und dann sagt er, während er in Mingsis Richtung guckt, verzeiht. verzeiht mir, da habe ich nicht dran gedacht. Und meine Diener... Nun, entschuldigt ihr unsägliches Verhalten, ihnen mangelt es etwas, etwas an Intellekt. Ihr könnt auch diesen Käfig da benutzen. Und er zeigt auf die andere Seite, auf diesen hier. Auf wo? Habe ich nicht gesehen. Auf die andere Seite. Hier. Der neben Lilly. Dann schnippst er mit den Fingern. Die Tür vor dir öffnet sich. Und diese hier öffnet sich. Entschuldigung, Herr Skelett, Vampir Mann, Stuhlperson, also mein Käfig ist auch nicht ganz, was ich mir vorgestellt. Weswegen? Also lügst du oder... Ja, ich würde lügen. Reception-Check. Sekunde. Okay. Zwei Sachen. Zuerst einmal, in dem Moment, wo du ihn so komisch ansprichst, dreht er sich zu dir und dann sagt er, ach... Geziemt euch eurer Situation, sonst werde ich meine hochherzige Laune noch vergessen. Mein Name ist übrigens Nostro Severin, Alchemist und Forschersfreund. Ungeschmälert ausgedrückt bin ich euer baldiger Meister. Und er spricht recht ruhig. Er guckt nicht wütend. Wie war der danach? Severin? Severin, ja. Wie nochmal, wie war der Name? Ich schreibe das auch. Nostro Severin. Ah, ja. Ah, ja. Kennen wir den? Wissen wir, dass er der Big Boy hier ist? Ja. Ihr alle habt diesen Namen schon gehört. Okay. Jeder in Deligrad kennt diesen Namen. Während er mit Dr. Jocke gesprochen hat, würde ich mich halt gerne auf den Weg machen zu dem anderen Käfig. Ja. Die Frage ist nur, wo lagen die Blüten und wo liegt das Papier? Liegt bei ihm, ne? Ja. Überall auf den Tischen liegen Zutaten wie Blüten, Kräuter, Salze, etc. Ich würde gern Blüten und ein Skalpell einstecken, unbemerkt, während der abgelenkt ist. Und während ich an Tillion vorbeigehe, strecke ich ihm noch die Zunge raus. Er folgt dir mit dem... Seine Augen folgen dir. Merke ich, dass sie versucht, was zu stehlen? Erstmal nicht. Also kann ich nicht so über den Tisch kurz huschen und das wegnehmen, weil ich bin ja auch sehr diebisch engagiert. Du kannst es versuchen, aber die Augen von ihm folgen dir, das heißt, es ist schwer. Wenn andere explizit auf Minksi gucken, können die auch gleich einen Perception-Check machen und wenn nicht, dann zählt immer die Passive Perception und dann vergleiche ich das und dann sage ich euch, ob ihr das mitkriegt oder nicht. Scheiße. Ich sehe ja nur, dass sie mir eine Zunge raussteckt und ich eff sie so nach. Also, bevor du, bevor ihr irgendwas tut, ihr alle kennt diesen Namen und ihr wisst, dass hauptsächlich Nostro Severin, der Vampirfürst, dafür verantwortlich ist, dass Veligrad zugrunde geht, dass Dutzende Dörfer oder die wenigen Städte niedergebrannt werden, Leute aus ihrem Zuhause getrieben werden, das Land verlassen müssen und überall ihren Tod finden. Dieser Mann ist die Ursache aller Probleme, die sich in eurem Land, in eurem Zuhause ausgebreitet haben. Er hat den, also er meinte mich mit dem, ich soll mich, also er wollte mich nicht rauslassen, richtig? Er will dich nicht rauslassen, nein. Okay. Okay, mit was versuche ich das zu klauen? Ich würde am liebsten so ein bisschen unterm Tisch durchlaufen und dann noch kurz vor Schluss zugreifen. Ja, du kannst gerne einen Slide-of-Handcheck machen. Und was die Stärke dieses Wesens angeht, um das für die Nikenner zu beschreiben, den Gerüchten nach oder dem, was man sich erzählt in Veligrad, ist diese Kreatur deutlich gefährlicher als ein Beholder. Und für alle, die damit nichts anfangen können, das ist die stärkste Kreatur, von der ihr jemals gehört habt. Ja. Ja, es ist gottähnlich. Werde ich immer noch beobachtet? Ja, die Knoll-Skelette drehen sich immer mal wieder so ein bisschen nach links, nach rechts. Aber bevor ihr jetzt zu viel macht, lasst mich euch erstmal beschreiben, was als nächstes passiert. Ihr könnt immer noch abwägen, was ihr gleich machen möchtet. Mhm. Okay. Wonach möchtest du greifen, Wingsi? Ähm, nach Blüten. Okay. Und nach einem Skalpell. Okay. Du schaffst es innerhalb der kurzen Zeitspanne, deiner Einschätzung nach, nach einem Gegenstand zu greifen. Such dir einen von beiden aus. Ich nehme das Skalpell. Diplomen, Diplomen. Ich nehme das alte Kaugummi. Du schnappst dir einen Skalpell. Wo steckst du das hin? Äh, in meinen Wuschelkopf. Und packst es in deine Haare. Lilly kriegt das mit, ansonsten deiner Einschätzung nach niemand. Und du kriegst auch nicht mit, dass Lilly das mitkriegt. Okay. Okay. Und dann kannst du in den Käfig gehen. Deiner Einschätzung nach niemand. Ach du Scheiße, das ist eine Formulierung, die gefällt mir nicht. Herr Severin. Er dreht sich zu dir. Sie, Sie erwähnten Forschung, Alchemie, also ich, ich war ja nicht auf ein, sagen wir, Kollegen vorbereitet. Er steht auf. Und geht ein Stück in deine Richtung. Ja. Ich werde dir, ich werde euch helfen, eure schwache Hülle hinter euch zu lassen. Auch dass ihr wohl gestaltet und zuträglich werdet. Also im Interesse aller Anwesenden würde ich lieber auf die Hülle, den Hüllenwechsel, also vielleicht verzichten. So kapriziös. Glaubt mir, ihr werdet eurer Lage schon noch bewusst. Euer matervolles Verhalten hat hier keinen Sinn. mit Devoter erlaucht hat, in welches, in welche Hülle wollt ihr denn uns trans dominieren? Kommt aus Tilions Richtung. Können die mich größer machen? Oh ja. ich kann euch größer machen. Es wäre mir eine Wonne, euch größer zu machen. Was heißt Wonne? Oh. Beschäftigt euch nicht mit so sinnlosen Fragen. von weg. Das müsst ihr nicht wissen. Du drehst dich einfach um, wenn er das sagt? Ja. Okay. Oh, oh, okay. Na gut. Hat bei mir jetzt eigentlich einer zugemacht? Oder habe ich die Tür so einfach hinter mir zugemacht und abgeschlossen ist nicht? Ein Neuskelett nähert sich kurz darauf und macht die Tür dann zu. Rups. Wie sind die Türen geschlossen? Wie sieht das aus mit dem Schloss? Es gibt ein Schlüsselloch und nachdem ihr alle drin seid, seht ihr wieder, wie Nostrum mit seinen Fingern durch die Gegend schwenkt und danach hört ihr der Reihe nach bei euch allen klick, 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 klick. Außer bei Cileon, da hört man so ein so komisches Geräusch. Aber es scheint keinem aufzufallen. Ja. Kann ich in der Zeit, wo Nostrum gerade drüben ist, mit Minxie sprechen? Ihr könnt Ja, wollte ich auch fragen. Ihr könnt alle miteinander sprechen. Wenn ihr mit jemandem sprechen möchtet, der auf der entgegengelegenen Seite ist, müsst ihr ein bisschen lauter sprechen. Ihr seid so um die 20 Meter voneinander entfernt. Der Raum ist jetzt nicht riesig oder so und wenn ihr direkt mit eurem Zellennachbarn sprechen wollt, müsst ihr flüstern, wenn es keiner hören soll. Ansonsten würde auch jemand auf der anderen Seite des Raumes das so teils mitbekommen. Okay. Kriegen dann trotzdem die Viecher das mit, wenn ich mit ihr rede? Weil die sind ja auch recht nah. Kannst du von ausgehen, Und die muss sie dir relativ wenig Sorgen machen. Ja, die verstehen wahrscheinlich gar nichts. Ja, bisher haben die auf Sprache nicht wirklich angesprochen. Können wir einen History-Check machen, ob die uns verstehen? Du gehst davon aus, dass sie euch nicht verstehen. Ihr seid schon ein paar Stunden mit denen unterwegs gewesen und jedes Mal, wenn ihr euch miteinander abgesprochen habt oder miteinander gesprochen habt, haben die kaum darauf reagiert. Nur wenn ihr irgendwelche Fluchtversuche oder sonst irgendwas Sketchies gemacht habt, dann haben die reagiert. Bisher hat euch allgemein fast niemand zurechtgewiesen, wenn ihr miteinander gesprochen habt. Das scheint die nicht wirklich zu kümmern. Ihr geht davon aus, dass ihr euch unterhalten könnt. Solange ihr nicht versucht zu fliehen. Kann ich mich hinsetzen, um noch kleiner zu wirken? Ja. Damit man, ja? Muss ich dafür irgendwas tun? Ne, du, setz dich einfach hin. Gabi, setz dich hin. Möchtet ihr miteinander sprechen, Lili und... Ja, ich würde einmal an den Rand von dem Käfig gehen und rüberflüstern. Hey, hey, Rotschopf. Hörst du mich? Hallo, große Ohrenfrau. Ähm. Du hast gerade was mitgehen lassen, oder? Psst. Sei doch nicht so doof und sag das so laut. Die hören uns doch kein bisschen und die Dinger... hoch auf dem gelben Wagen. Ja, ja, ich habe... Sitze ich beim Schwager vorn. Nein. Ich habe... Ich habe... Was hast du... Was hast du... Was hast du eingesteckt? Halt die Klappe, Alter, Mann. Halt die Klappe, Alter, Mann. Der nehmt euch nicht so ungebärlich. Ich habe auch was hier in meinem Ausschnitt versteckt. Ich habe einen kleinen... Ich lege mich auf den Boden. Echt, können wir irgendwie versuchen, die Schlösser aufzuklangen? Mann, so einen Ausschnitt hätte ich auch gern. Da könnte ich dann auch durchsupferstecken. Naja, ich habe noch einen Dietrich dabei. Dietrich? In den Haaren! Natürlich, hat ja keiner gefragt von euch Idioten. Was macht Nostros jetzt? Jetzt kommt er zu mir gewatschelt. Wo... Wo... Gute Frage. Wie planiert er denn hin? Würfel mal einen D10. Oh. Okay. R, 1, D, 10. Aber wir müssen das unbemerkt machen. Okay, kannst du... Also ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah an den Viechern hier dran. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Kannst du versuchen, dein Schloss aufzukriegen? Ja, aber wir müssen die ganzen bösen Männer loswerden. Ja, das wird etwas schwierig, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit Nostro anlegen sollten, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du sagen, du hast deine Tage und wir zwei müssen kurz auf Toilette kommen. Also so toxisch maskulin, wie die Gesellschaft hier ist, dem wahrscheinlich so unangenehm, ihr dürft einfach gehen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Entschuldigen Sie, ich habe meine Tage. Auch immer gut zu sagen, man hat seine Tage unter Vampiren, ne? Nostro geht zwischen Dr. Jockel und Tillion auf den Käfig zu, in dem eben noch Mingsi stand, mit der sich darin befindenden Leiche. Und dann legt er langsam eine Hand zwischen die hölzernen Gitterstäbe und spricht etwas. Ach, soos. Und im nächsten Moment fängt die Leiche an zu brennen. Uff. Danach. Es dauert ein paar Sekunden. Und er guckt dabei recht neutral. Er dreht sich sogar in Dr. Jockels und Tillions Richtung. Kein Grund, sich zu erschrecken. Natürlich so eine selbstentzündliche Leiche, ganz normal. Nachdem die Leiche komplett, nachdem das Fleisch vom Skelett gebrannt ist, seht ihr, wie er nochmal mit seiner Hand umherschwenkt. Die andere verschwindet dabei unter seinem Mantel. Und dann sagt er, Benwar. Lili, du verstehst das, er spricht auch recht laut. Das ist elfisch und heißt willkommen. Ich spreche auch elfisch, übrigens. Alle, die elfisch sprechen, verstehen das. Willkommen oder was? Ja. Was hat er gesagt? Willkommen. Scheiße, ich spreche natürlich kein scheiß elfisch, Alter. Ist der Raum jetzt mit Qualm gefüllt durch das Feuer? Nein, der ist sowieso schon durch diesen grünen Dampf gefüllt vom Kessel, der auf dem Tisch steht und blubbern. Und ähm. Ja? Er hat die Leiche verbrannt und dann... Ich beschreibe es nochmal genau. Er geht zu dem Käfig und schnippst mit einem Finger, die Leiche fängt an zu brennen und als nur noch das Skelett da ist, Kleidung und Fleisch verbrannt ist, geht eine seiner Hände unter seinen Mantel, die huscht da rein und mit der anderen gestikuliert er erneut durch die Luft. Er spricht dabei elfisch. Was so viel heißt wie Willkommen. Und beißt sich simultan mit der Hand, die auch die Gestik macht. Er führt die kurz zu seinem Mund in die Hand. Und es fängt an, doll zu bluten. Kann ich einen Arcana-Check würfeln? Ob mir das auch mit der Hand unter dem Mantel verschwinden lassen und so irgendwas sagt? Klar, mach einen Arcana-Check. Würde ich gerne auch. Ich stehe direkt an dem Zauberhauch. Okay. Ihr wisst, dass manche Zauber etwas brauchen. Es kann sein, dass er das rausholt unter seinem Mantel. Und im nächsten Moment seht ihr das auch, als seine Hand wieder aus dem Mantel hervorhuscht und er etwas, was aussieht wie Staub, vielleicht Knochenstaub oder so, auf das Skelett wirft. Und das breitet sich auf dem Skelett aus und gleichzeitig fährt er mit der Hand in so einer ausfahrenden Bewegung von oben nach unten, wie als würde er den Pinsel schwingen. Und das Blut befleckt das Skelett. Genauso wie der Knochenstaub oder was auch immer das ist. Und im nächsten Moment hört ihr das Klackern von Knochen. Und ihr seht, wie das Skelett anfängt sich zu bewegen und aufsteht. Er öffnet die Tür. Und symbolisiert dem jetzt entstandenen Skelett mit einer Handbewegung, dass es sich zu den anderen stellen soll. Da ist einfach so ein Skelett jetzt entstanden. Ja. Das ist unglücklich. Ach du Scheiße. Oh, ist das beeindruckend. So kann man es auch sagen, ja. Dann dreht er sich zu Mingzi. Wohl wahr. Und bald schon teilt ihr ein ähnliches Schicksal. Er sagt, wohl wahr. Und bald schon teilt ihr ein ähnliches Schicksal. Wie bald? Also ehrlich, also vielleicht auch. Er überlegt kurz. Und dann hört ihr plötzlich Amand Xatu, der dazwischen faucht. Zuallererst der Mensch. Er konnte es gar nicht erwarten, Meister. Zuallererst der Mensch. Er konnte es gar nicht erwarten, Meister. Na, wenn ihr das sagt, dann werdet ihr noch etwas Zeit haben, liebe Gnomen. Der Mensch hat Vortritt. Nein, also ich, also ich, ich, also ich. Ich setze mich hinten in den Käfig. Oh, mein Rücken. Aua. Ja, warum so schreien? Du bist eh schon alt. Der Vampir an der Tür fängt an zu lachen. Ihm gefällt das richtig. Ihm amüsiert das richtig. Und dann tritt Nostro wieder an seinen Schreibtisch. Oder erneut. Ich würde gern was zaubern. Sure. Ich würde gern Druidcraft benutzen, um zu machen, dass Xatu ganz erbärmlich stinkt. Brauchst du Druidcraft? Okay. Druidcraft hat V und S. Das heißt, du musst etwas sagen und du musst gestikulieren. Das würden die mitkriegen. Kannst du machen, aber da die gerade in deine Richtung gucken, würden die das mitkriegen, dass du das tust. Ach so. Na gut. Also die gucken alle gerade zu ihm? Zumindest Amand Xatu guckt in seine Richtung. Und Dr. Jockel weiß, dass Leute, die sich mit der Zauberkunst auskennen, verstehen, dass du ein Zauber wirkst. Erst recht, wenn das ein einfacher Zauber ist. Also du müsstest mit seiner Reaktion rechnen. Die Gnolle gucken mal hin und wieder immer in verschiedenen Richtungen. Die Blicke wandern durch den Raum. Ihr könnt davon ausgehen, dass diese zwei hier mehr so auf die Seite fokussiert sind und die zwei hier mehr so auf Lili und Mingsi. Und Nostro wandert... Kann ich die Chance nutzen, wenn die gerade nicht in die Richtung schauen, versuchen aus dem Käfig rauszuklettern irgendwie? Kannst du machen, aber hinter dir ist nichts. Der Käfig wäre dann leer. Du hast nichts, um irgendwas in den Käfig zu stellen. Ja, aber man würde trotzdem sehen, dass der Käfig dann leer ist. Du bist nicht so klein wie... Die Bretter sind ja alle in gewissen Abständen zueinander. Das ist kein dickes Holzbrett, das deinen Körper komplett verdecken würde oder so. Also es wäre auffällig. Kann ich die Ranken einfach so entstehen lassen, auch ohne den Bogen? Mit Ensnaring Strike? Lass mich kurz nachlesen. Ja, du brauchst dafür einfach nur irgendetwas, das du als Waffe benutzen kannst. Also reicht es dir theoretisch auch ein Dolch? Theoretisch ja, aber... Hast du vor, das jetzt zu tun? Ja. Nochmal, vor euch steht die wahrscheinlich bedrohlichste Gestalt, von der ihr jemals gehört habt. Und du weißt, dass das, was du vorhast, ein einfacher Zauber ist. Alleine das, was er bisher gemacht hat, das Skeletten stehen zu lassen, das in Flammen aufgehen zu lassen, die Türen zu öffnen, etc. Ist teilweise deutlich höher als das, was ihr magisch versteht. Okay. Du kannst es natürlich trotzdem versuchen. Och nö, du. Lass mal. Okay. Liegen auf dem Boden zufälligerweise kleine Kieselsteine oder andere Art von Steinen, die man werfen kann? Klar. Oh nein. No, just asking. No, just asking. Frag für einen Freund im Käfig. Ja, ja. Mächtigster Vampir auf der Welt, Tabi wirft mit Stein. Ich würde nochmal mit Mings hier reden. Und, ähm, würde mich nochmal hinbeugen und sagen, hey, ich hab... Wie hast du dir das jetzt mit den Tagen überlegt? Äh, nee, das hab ich, das sollten wir vielleicht lieber nicht machen, aber, äh, ich weiß aus sicheren Quellen, dass, äh, eine Truppe hier unterwegs ist, um das Schloss anzugreifen, um die Burg anzugreifen. Wir müssen Nostro irgendwie loswerden aus diesem Raum. Wir können nichts machen in der Zeit, wo er hier ist. Wir sind machtlos gegen ihn. Ja, das weiß ich, aber das ganze Schloss ist wie ein Labyrinth und der kennt sich aus und wer nicht. Wir müssen also gucken, dass wir, wenn wir hier rauskommen, uns irgendwie verstecken können. Ja, das Problem ist, wir müssen erstmal Nostro loswerden. Ja, wie werden wir denn halten los? Und während ihr euch unterhalten, merken alle von euch so langsam, dass diese grünen Dämpfe, die in dem Raum herrschen, äh, stärker und stärker werden. Der blubbernde Topf, ähm, sorgt dafür, dass sich das immer weiter ausbreitet, euer Hustreiz verstärkt sich und so langsam wird euch auch so ein bisschen benommen. Oh nein. Das Feuer macht nichts dagegen, also da passiert nichts, wenn es in das Feuer kommt? Nein, gar nichts. Okay. Kann ich sagen, was das ist, diese Tinktur? Hm, nicht um es gut, nicht, wenn du es nicht genauer untersuchst und dahin gehst, aber du hast das Gefühl, dass ihr bald oder du bald dein Bewusstsein verlierst. Und, ja? Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal Gas zaubern und das einfach wegpusten von der Seite, von unserer Seite des Raums. Na, voll. Vielen Dank auch. Wow. Du machst das nochmal und der grüne Dampf verteilt sich eher so auf der rechten Seite. Mingsi und Lilly, ich hätte gerne einen Constitution Saving Throw. Con Saving Throw im Charakterbogen oben bei Con. Auf der rechten Seite ist er Vyadnehm safe. Ja, genau. Easy. Mingsi verliert sofort das Bewusstsein. Oh, easy. Oh nein. Ich höre dir, das merke ich mir noch. Du hörst ein lautes Schuh, als der grüne Dampf in deine Richtung geschossen kommt. Und du noch mehr einatmest, dass ich auch in deinen Poren ausgreife, so ein bisschen in die Nase fliegen. Und Lilly, während du mit Mingsi flüsterst, siehst du plötzlich, wie ihre Augen sich, ihre Pupillen sich in ihren Augen so ein bisschen drehen, ihre sich das Bewusstsein verliert. Nochmal, wenn du den Kopf gegen so ein Holzgitter schlägst und dann auf den Boden kreifst. Hey, wach auf. Oh, Hutschopf. Scheiße. Und auch Lilly, du hast mit den Dämpfen zu kämpfen. Dein Hustreis wird stärker. Moment mal, die wissen überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe, oder? Sieht man das nicht? Ihr hört nur ein lautes Schuh aus der anderen Richtung. Ihr wart gerade miteinander beschäftigt. Scheiße. Und wisst nicht genau, woher das kam. Okay, okay. Auch du kämpfst mit deinem Bewusstsein. Und gehst davon aus, dass du innerhalb der nächsten Minute das Bewusstsein verlierst. Ich würde gerne einen Stein aufheben wollen, wenn ich einen finde. Ja, du hebst einen Stein auf. Ich möchte damit gerne nach dem Doktor werfen. Okay. Gib mir einen Dexterity Check. Oder mach einfach Slide of Hand. Passt schon. Ja, einfach Slide of Hand, ja. Puck. Doktor Jockel, von der Seite kommt ein Stein auf dich geflogen. Trifft er mich? Äh, ja. Ist nur ein kleiner Stein. Wie viel Schaden kriege ich? Ein Kieselstein. Du kriegst keinen Schaden. Okay. Wo trifft er mich? An deiner linken Schulter. Mein Arm! Gleichzeitig. Stell dich nicht sein, Opa. Das war nur ein kleiner Stein. Herr Nostro. Herr Nostro. Oh Gott. Herr Nostro. Er guckt in deine Richtung und er steht auch auf und macht ein paar Schritte auf euch zu. Sie haben hier offensichtlich grundlegende Probleme an der Bausubstanz. Tobi hat Hunger. Ah, wie berückend. So ein Exemplar wie euch hatte ich schon lange nicht mehr. In der Tat, ja. Ein wenig abrundig. Aber das macht es nur interessanter. Dann siehst du, wie er seine Hand hochhebt. Und der Wind, den du in die andere Seite verlagert hast, so ein bisschen langsamer, wieder auch in eure Richtung geschossen kommt. Und du bist dir sicher, dass Nostro das kontrolliert mit seiner Hand. Hm. Ich bewundere euren Versuch. Aber ich kann etwas Ruhegut gebrauchen. Und schrrr. Es breitet sich wieder mehr bei euch aus und dann könnt ihr mir alle einen Con-Safe geben. Okay. Wie geht der Roll? Con-Safe oben bei Con. In deinem Charakterbogen. Da ist so eine rechte Zahl. Da steht Save darunter direkt. Da einfach draufdrücken. Oder einfach auf Con klicken. Dann fragt er dich, was für eine Art Throw du machen willst. Ja. Das sind die oberen Werte in der Mitte. Also Mitte oben. Aber auf Con klicken und dann Ability Check und Save. Saving Throw. Und Save willst du machen. Ja, klar. Tabby fällt sofort hin. Tillion auch. Dr. Jocke. Du hast noch ein paar Sekunden. 20, 30. Verlierst langsam das Bewusstsein. Kannst du noch was sagen, wenn du möchtest? Herr Nostruz. Ja, aus Versehen haben sie das Gas jetzt auch in unsere... Okay. Ein wirklich veritabel interessantes Wesen. Er macht noch ein paar Schritte auf dich zu. Das letzte, was du siehst, ist seine Silhouette, die sich dem Käfig nähert. Und dann, während ihr alle langsam bewusstlos werdet, hört ihr noch die Schritte, die langsam auf diesem Steinboden von Nostru getätigt werden, ehe sie leiser und leiser werden und um euch herum alles schwarz wird. Ihr verliert das Bewusstsein. Okay. Ihr fallt in einen benommenen Schlaf. In den nächsten Stunden scheitert ihr aufgrund von fehlender Kraft immerzu daran aufzuwachen. Diese grünen Dämpfe haben euch ordentlich zugesetzt. Immerzu öffnen sich eure Augen kurz für... Wirklich nur kurze Momente, für träge Momente. Ab und zu seht ihr dabei mit verschwommenem Blick Nostru. Er schreibt etwas in seine Unterlagen, füllt Tränke ab und wirft prüfende Blicke hinter den verhangenen Käfig. Hier unten rechts. Ihr seht das immer nur so Silhouetten oder schemenhaft. Und... Dann setzt die Ohnmacht auch schon wieder ein. Das passiert intervallweise. Ihr wacht kurz auf, die Ohnmacht kommt erneut. Ihr wisst dadurch, dass einiges an Zeit vergangen ist. Ehe ihr irgendwann richtig wach werdet. Wir wechseln die Map. Wie ist denn das mit Toilettenpausen? Ich... Wird auch krass. Nein! Ich mache normalerweise eine Pause bei Halbzeit, aber wir können die auch vorziehen und jetzt machen. Das wäre ganz nett. Wir machen fünf Minuten Pause. Okidoki! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Man muss echt, echt viel überlegen, was man machen könnte, ne? Nun. Hm... Hm. 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 Vielen Dank. Ah, Neumet? Vielen Dank. Vielen Dank. Yes. Ja. Ja. Wieder da. Okay. 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 Hey. So. Okay. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Okay. 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 Ichなく, dass die zwei drei 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 zwei drei 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 assignments gehört glaube ich hallo der vampir mann ist weg ja ich hab's gesehen und ich licht das nicht die trommel von vorhin da hat die nicht einem von uns keine ahnung die sich um eine aus ich weiß nicht die ist noch größer als du das ist meine trommel sieht sie vollkommen gewöhnlich aus so ziemlich ja vollkommen normal perfekt das ist meine trommel ja die die name drauf nein ist vollkommen gewöhnlich so wie ja bestimmt ich kann meine haare und versuche mein schloss zu öffnen entschuldigung herr gammelige skeletten monstrosität entschuldigung also reagieren nicht darauf die bleiben verstehen wie so startruhen sind die gucken die überhaupt oder gucken die nur nach vorne oder sowas die gucken nach vorne und ab und zu so alle 30 sekunden dreht sich der kopf mal so lange nach links und wieder nach rechts ich würde in der zeit auch versuchen mit meinem mit meinem dolch das schloss irgendwie aufzubekommen okay ja aber mach das nicht kaputt gib mir einen slide of hand check auf disadvantage das heißt du würfelst line of hand dann gehst du auf die zahl und klickst auf das minus ach so auf minus okay ming sie und lilly machen sich daran ihr schloss zu öffnen und beiden gelingt es ming sie etwas schneller als lilly ich gehe nicht direkt raus sondern wird auch nur ein bisschen so an die tür gehen ming sie die schlösser sind tatsächlich so leicht zu knacken das würde nicht jeder schaffen aber dass das nicht die einzige ja aber für dich dir fällt es leicht und gleichzeitig vielleicht ein bisschen besorgniserregend weil das kein gutes gefängnis ist also wenn das alles ist um euch hier zu halten wäre das viel zu leicht kann ich würde versuchen kann er sehen was in diesem käfig ist ist da ja ist da jemand ist das siehst du siehst eine art rote hand mit ungewöhnlich langen fingernägeln die versucht unter dieser leinendecke etwas zu erblicken du siehst ein auge das immer mal so ein bisschen hervorlugt und du hörst dann gleichzeitig es ist tag wir müssen die sonne nutzen wer seid ihr und die stimme klingt sehr verängstigt und auch irgendwie verwirrt das ist der opa der zaubert wieder er kann die frage nicht so wirklich beantworten okay gleich werbe ich den nächsten stein hat immer noch ist der stoff fetzen immer noch zwischen dem schloss ja kann er die tür einfach aufdrücken tiern geht zur tür und versucht sich aufzudrücken der stoff fetzen der stoff fetzen der so leichtes drückt aber die tür bereits auf so dass er sich ein bisschen zurückhält damit sie nicht auffällt so dass sie so besser damit er kein aussehen erweckt okay die vier haben nichts mitbekommen davon oder dass wir das sind was wir die nächste frage die bleiben erst mal nur stehen okay und die scheinen sich auch überhaupt nicht daran zu stören dass ihr sprecht ich würde gerne erfragen ob es die möglichkeit gibt dass beide den blick aus der mitte des raumes legen und nach rechts und nach links gucken ja also dass der nach rechts das oder das sehr nach rechts von mir aus und dass der hier nach links guckt und sie beide sozusagen in diesem augenblick einen toten winkel in der mitte haben ist das wirklich also sie diesen moment würde ich abwarten sie wechseln immer mal wieder so die richtung mit ihren köpfen besonders wenn die reagieren gar nicht wenn wir reden die reagieren nicht darauf was ihr sagt aber wenn ihr lange und laut redet gucken die in eure richtung für moment meine tür ist ja offen da kann ich ja ausbrechen und alle gammeligen skeletten umbringen haben wir auf der linken seite gesehen reagieren die darauf ja ein weiter skelette gucken in eine richtung okay habe ich dir also die verschieden was ist denn das eine eine waffe auf dem fußboden und ich würde mich danach zu brechen der opa und tabi zeigt mit dem finger zum doktor der versucht auszubrechen und beide auf dr jocke okay in dem moment wo beide aus diesem in dem moment beide hier in den fokus drauf legen würde ich gerne was nehme ich jetzt würde ich gerne silent image wirken und ich würde die ablenkung nutzen um nostros serverin zu erscheinen zu lassen im toten winkel dieses raumes der taucht hier einfach auf und da er eine eine stumme illusion ist hat er seine hand erhoben diesen beiden kreaturen entsprechend so ein bisschen leger und zeigt auf die tür und ich warte also ich poste erst mal den spell ich mache ihn hierhin und da taucht er jetzt auf okay und er signalisiert mit seiner hand so eine so eine wischbewegung also er signalisiert sie sollen gehen und das erst mal vollkommen stumm und ich mache natürlich ich greife an meine ich greife an meine an meiner kette um meinen hals die ich unter meiner tunika trage und konzentriere mich kurz und sage illusion erscheine und er sollte dann auftaucht brauchst ein instrument als ball casting focus ich kann nicht mein dings nehmen kannst du damit musik machen leider nicht nein ich glaube meine nasenflöte ich habe ich hab ich hab nicht aber gedacht ach verdammt warum habe ich nicht meine absolut gewöhnlich trommel bei mir aber du kannst doch pfeifen oder ich pfeife du brauchst einen materiellen instrument gegenstand für deinen um diese m komponente zu ersetzen ich öffne die fiole an der kette meines halses die zum zu einem drittel mit einer dickflüssigen substanz gefüllt ist und pfeife auf mit einem in einem bestimmten winkel auf diese fiole macht so ein geräusch und dann taucht er auf okay 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 und sagt mir laut was du hast ja weil ich gerade was okay es klappt es gelingt dir die illusion von nostro taucht plötzlich auf direkt vor lily und von mink sie wenn sich jemand von euch nicht mit zauberei auskennt ist das eventuell etwas erschreckend gerade weil ihr auch in dem moment das schloss aufknackt also das könnte auch ein sicherheitsmechanismus sein aber ich kenne ich kenne mich ja aus also ich kann mir schon denken ich erkläre das auch nicht er taucht halt erst mal einfach auf und er steht mit dem rücken zu euch oder so leicht angeschrägt und er signalisiert diesen beiden knochen neuen halt dass sie gehen sollen dass sie dass sie verschwinden sollen aber er macht kein geräusch von dem geht keinerlei geräusch aus er ist nur so geht ich durchschaue was das ist ne also ist die frage ob ob wir das ob wir das jetzt wissen oder er nicht also ich habe mir mitgekriegt dass er zaubert und sie gespielt und das darf ich machen ja du weißt was du weißt dass er mit mittels seiner musik magie benutzt okay dann würde ich gerne in dem moment als er die hand bewegt richtung tür mit einem windstoß die tür aufstoßen ja okay es sind einfach die ogs am start hier du stößt die tür auf und lily und mink sie wollt ihr noch irgendwie darauf reagieren nee ich weiß ja nicht dass das ein zauber ist und gehe erstmal davon aus dass das jetzt der echte ist und der halt krasser typ ist und deswegen aus dem nichts auftaucht also wie gesagt ich kann ich mir denken dass es zauberei ist wenn er einfach so auftaucht und ich kenne mich ja auch mit zauberer aus ja klar du also es ist auf jeden fall für dich zauberei du weißt du nicht du weißt du nicht automatisch dass es nur eine illusion ist es könnte auch einfach nostro sein der sich auf magische art und weise ford hier materialisieren also der taucht plötzlich einfach auf halt halt die tür zu halten daumen und die performance der anderen drei trägt ja eigentlich zur glaubwürdigkeit ja genau das ist ja nur hin das ist ja nur gut er taucht einfach auch vor lily und mingsee nichts machen ich halt den atem an und er dreht sich nicht zu euch um er spricht auch nicht sondern er gestikuliert einfach nur zur gleichzeitig aufgehenden tür die von einem windstoß aufgehauen wird die knollskelette drehen sich dann abrupt erstmal zur tür und dann zur illusion von nostro wow also wenn ich ein knollskelett wäre ich würde rausgehen ihr hört kurz wie die skelette so einen schritt nach vorne machen ihr hört das klackern der knochen dann gucken die sich kurz gegenseitig an und gehen raus ich winke noch hell yeah sie sind weg sie sind einfach abgehauen ja ich würde gern einen windzug machen um die tür wieder zu zu machen oder machen die die zu die machen die dritte oder wie der vogel das sind wir sind tag und nacht aktiv okay in dem moment wo die tür aufgeht tür zu geht öffnet tillion sein sein käfig war der einfach nur so blockiert ist und geht aus sagt er ist nicht echt aber nicht er ist nicht echt ich habe ihn stehen lassen du kannst du dich nicht einfach so raus versucht man durch ihn durch zu gehen ist okay ja ich verstehe ich verstehe dann aber nicht so laut ich habe mich immer ein ich geh zu dem ich geh zu dem ersten nee ich geh zu den beiden kerkern hin und tillion macht eine abschätzende abschätzenden blick und versucht herauszufinden wer von beiden nützlich dann ist was findet der ist schon fast tot nämlich ich bin und zwar möchte ich gerne machen dass und habe ich ganz armselig stinkt was fuchtest du da mit deinen händen rum alter mann ich muss es ja auch sagen geh ruhig zu sein und ich versuche ich versuche erst mal ohne ein werkzeug dieses schloss zu öffnen währenddessen sammle ich hier blüten ein skorpionsgift papier ich scheiße auf die ist damit erst an der tür umfuchtet beruhig ganz sanft seine hand okay und guck ihm tief in die augen ming sie geht zum tisch und ihr hört plötzlich auch wie sie sachen einpackt und lilly tritt zu dr jocke sagst du was hey alter mann ich glaube du willst auch raus oder also wenn es keine umstände dr jocke also ja ja ich mach mal also ich will so an der tür ich würde so eine tür merke so okay ich hole jemanden der sich mit werkzeug auskennt ich drehe mich um und laufe direkt den links rein so ein paar kräuter und das was sie alles zwischen ihren armen hält breiten sich einfach auf dem boden aus und jetzt fällt mir gerade ein dass ich die trommel noch hätte bluten wollen ja das ist aber ich sage ich sage kannst du unserem steinigen kleinen genau freuen vielleicht behelfen ich krieg die tür nicht auf ja klar lass mal den profi ran aber bist du denn ich bin mingsee deine helden kann ich dann mache ich so die tür auf mit zwei kann ich dem silent image kann ich das bewegen oder ist das jetzt auf diesen korridor in dem es steht beschränkt du kannst es bewegen ich würde dann auch in der zeit den kiff ich aufmachen mit dem mit dem dolch ist meine tue jetzt auf ja ja ist sie noch nicht ihr dürft mir beide ihr dürft mingsee du darfst mir einen thieftools check geben und lillie du darfst mir einen sliders check geben auf disadvantage ihr beide schafft es die türen eures gegenübers zu öffnen so dass tabi und dr jockel beide raustreten können ihr könnt gerne kein problem kein problem wollen wir uns mal angucken was da unten im käfig ist oder woher die stimme kommt tillion sammelt seine trommel ein sitzt er seine trommel nun ich meine ja du hast deine trommel liegt die fehler noch auf dem schreibtisch ja also ich beschreibe kurz das szenario bewegt euch noch nicht so viel und dann achtet darauf dass ihr nacheinander miteinander sachen macht also zuallererst vieles wurde weggeräumt aber zutaten wie abgefüllte tränke leere tränke reagenzgläser große kolben etc sind alle noch da die tische machen allgemein so den eindruck als ob das eine art labor oder ein alchemistischer fundort wäre sage ich mal die ganzen zutaten skorpionsschwänze blüten nadeln knochensäge schlangenzähne liegt auch alles noch da aber sortierte als vorher bei den schriftrollen und büchern auf dem schreibtisch an sich liegt nur noch das buch die schriftrollen wurden mitgenommen ach so dann habe ich die gar nicht einsammeln können du kannst nur das buch einsammeln okay dann habe ich das buch vorhin eingesammelt statt die die rollen okay ich gern die fehler wenn die da ist und da möchte wissen ob die fehler noch da ich möchte die gerne klauen du steckst du mit dem meine fehler tabi geht zum schreibtisch und verzweifelt die wunderschöne fehler und hat sie gefunden und steckt sein ich würde meine fehler ich würde dem der dem duplikat von nostros befehlen auf der innenseite des raumes vor der tür zu stehen und da geht da hinten aber er guckt nicht in den raum sondern an die tür ist ganz auch gott okay dürfen jetzt quasi hinlaufen wo wir möchten ihr dürft hinlaufen wie ihr möchtet im besten fall ist wenn ihr das was ihr macht einfach roleplayt also statt zu sagen steckt die feder ein sagst du was für eine tolle feder und achtet einfach darauf dass ihr euch ausreden lasst und jeder entsprechend zu wort kommt was für ein toller zauberstab ich laufe nach oben zu der blutbefleckten decke ich guck was drunter ist tion würde mit seiner tom mit seiner trommel die er gefunden hat in den richtung richtung lilly gehen zu dem zu diesem käfig nur für mein verständnis ich habe doch jetzt auch scorpions schwanz und und blüten eingesammelt oder ja klar du kannst mir das auch okay und sonst sonst muss sonst würde ich das noch tun und da sind auch mehrere abgefüllte fläschchen unterschiedlich ist derjenige noch da ich mach mal hier die decke von im käfig runter das stört irgendwie ein bisschen und du reißt die leinen runter und plötzlich steht für euch kein mensch kein elf kein gnome sondern eine abstrakte fast schon erschreckende oder ekelerregende kreatur also ihr seht große lange flügel rote haut mit langen scharfen fingerzähnen und nägeln ihr seht einen komischen buschigen kopf oder hinterkopf und einen spitz zulaufenden förderen teil des schädels der ähnlich wie bei den stürges diesen kleinen parasiten diese mücken artigen blutsauger die ihr vorhin gesehen habt aussieht so aus don't fucking tell me ok ich weiß nicht wo es ist dann oh mein gott ich bin befangen was oder oder wer seid ihr in dem moment wo du die leinen runterreißt und bisschen sonnenlicht auf seinen körperschein und er sich selbst sieht und begutachtet fällt er erschrocken auf den boden und wie jemand der vollkommen vor als hätte er den teufel selbst gesehen so richtig angst erfüllt robbt er auf seinem hinter nach hinten in den käfig rammt mit den mit seinem rück gegen die hintersten gegen das hinterste käfig teil begutachtet seine eigenen klauen und ist völlig fassungslos und voller angst er kann sich anscheinend nichts an nichts erinnern sieht irgendwie ein bisschen aus wie so eine kreatur die vorhin da auch verbrannt wurde oder nicht kann man lassen sie mich doch mal nach vorn das ist mein fachgebiet also ich faszinierend ich würde mir das gerne mal ansehen mache einer kann er check okay abhängig von dem was du bisher hier gesehen hast ist dir sofort klar dass das wahrscheinlich das ergebnis einer der erwähnten experimente von nosto ist du hast die leiche und die stört schleichen im kopf und du hast die ganzen werkzeuge gesehen und das scheint ein ergebnis zu sein also dr jockel ich also ich lege so ein bisschen meine pfeife an die lippen man merkt dass jetzt jetzt kommen wir in das gefilde wo ich mich ein bisschen wohler fühle faszinierend erinnert ihr euch vielleicht noch an die letzten momente in denen ihr nun sagen wir weniger so war ich weiß nicht und er packt sich selber mit seinen klauenartigen händen an den schädel wie ein mensch es tun würde wenn er versucht zu überlegen greift richtig in sein gesicht rein ich weiß nicht ich würde gerne informationen teilen ich weiß was damals im zirkus hat jemand davon geredet ein tierverkäufer ja tabi kommt aus dem zirkus und der tierverkäufer im zirkus hat mir damals erzählt dass nosto seiner mehr erweitern will und dass er angeblich starke monster miteinander verbindet um die perfekte kreation zu bekommen er hat mir auch erzählt dass er von einigen im bewusstsein entwickelt haben und intelligent geworden sind den rest habe ich vergessen okay dann ist das hier ein stuch und ein ein vielleicht ein mensch ein menschen stuch steht steht nicht irgendwas im buch das buch das buch das ist das buch noch da also er muss das mitgenommen haben vielleicht habe ich das ich probiere mal verschiedene sprachen durch um mit der kreatur zu sprechen also ich würde gerne druidic common elvish celestial und abyssal probieren okay immer noch mit sich selbst beschäftigt völlig fassungslos merkst du dass sie nicht so wirklich auf euch fokussiert ist auf ihre hände startet ist aber sie reagiert auch nicht auf das was du auf einer anderen sprache sagst schau doch mal bitte im buch nach was da ob da irgendetwas steht ich hol das buch aus also wahrscheinlich ist das ja komplett im helfe ja dann würde ich lily so hin halten hier aber nicht anfassen aber ich muss das buch du kriegst es wieder du kriegst es wieder ein theoretisch gehört das buch diesem irrenvampir der super mächtig ist ja nicht auf es entspricht wieder rein du kriegst es wieder ich will es mir nur kurz angucken ok ich möchte nur kurz erwähnen dass ich die zauberaktion durchgeführt habe ich stellte sich so stolz hin so und in dem moment in dem moment kommt so ein leichter windzug von vorne so sehr klasse aber ist mir auch eigentlich egal wer das buch liest aber wir sollten wirklich mal nachschauen mit meiner schien weil ich ja kleiner bin als ob ich so eine buchstücke auf meinen kopf kitzeln kleiner mann wie heißt du eigentlich mein namen ist tabi und tabi ist mein name meine freundin nämlich tabi ok tabi wie bist du hergekommen wurde es auch angefangen ich wurde eingefangen verdammt noch mal dieser hässliche knoll hat mich an einem fuß hochgezogen und mich gefesselt ich unterhalte mich einfach über die gefangennamenssituation mit tabi während lily versucht wahrscheinlich das zu lesen und wie ist dein name ich will halt jetzt nicht unterbrechen ihr könnt das der reihe nach machen das passiert quasi zeitgleich aber wir arbeiten es der reihe nach ab also ich helfe euch mal also tillion und tabi fangen ein gespräch an aber wir gehen erst zu lily und zu mingsi ok ja ich würde dann immer versuchen das buch durchzulesen verstehe es ja auch und schau mal was da drin steht ok du blätterst so ein bisschen durch und relativ schnell fällt dir auf oder wird dir klar dass das das tagebuch von nosto das tagebuch eines forschers ist du siehst diverse zutaten die kreuz und quer miteinander verbunden und ausprobiert wurden um neue tränke gifte und kreaturen zu erzeugen und dann ist auch eine riesige liste mit tieren die gefangen wurden und mit weiteren versuchsobjekten an meisten hat er mit menschen herum experimentiert ok also ok das ist auf jeden fall ein tagebuch hier oh mein gott hier stehen so verstörende dinge drin ähm könnt ihr vielleicht genauer also ja also hier steht auf jeden fall dass er viel mit menschen experimentiert hat der letzte eintrag verrät dir dass sein neuestes experiment erfolgreich war und dann steht da noch groß bewusstsein fragezeichen ähm also in der vielleicht in der tat also ich ja nicht so nah also das letzte experiment scheint wohl erfolgreich gewesen zu sein und hier steht bewusstsein also ich glaube damit ist dieses wesen gemeint oder nicht stehen hier irgendwo namen vielleicht ich keine namen in dem buch ähm diverse kreaturen werden aufgelistet aber nicht namen von menschen oder so also vor oder nach name wenn du das meinst hm und der zunahme drinnen hm nein aber ich nein da hört mir zu der tierverkäufer hat noch etwas gesagt tabis ist wieder eingefallen anscheinend sollen die kreaturen ziemlich intelligent sein und ein oder zwei sind da schon von der burg von geflüchtet weil sie diesen drecklichen vampiren stehen wollten hm auch dieses exemplar scheint und währenddessen ja ich würde versuchen die tür zu öffnen ist auch abgeschlossen also ich mach's schon sichtbar alle sehen dass ich an der tür rücke sicher dass wir dass wir das machen sollten nein lass es uns erst kinder also ich bin mir doch verhältnismäßig aber also ähm hallo hallo ich richte mich nochmal an die kreatur ja äh her 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 charin ah 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 ist das mein name ich ich vermute und nicht benedikt charin ich weiß nicht wer ist benedikt charin nun also meine neuen wege also ich ähm vor kurzem um nicht zu sagen jüngst in aller aller kürzester nicht lange vergangen vergangenheit ist mir zu ohren gekommen dass sich in diesem schloss ein ich möchte fast sagen eines meiner vorbilder befindet der große magier benedikt charin eine der großen hoffnungen des untergrunds und dabei schlopfe ich mir so stolz auf die linke schulter die natürlich noch weh tut von dem steinwurf okay ich glaube ich weiß auch wer das ist okay also ist der nützlich oder was ja dann raus mit der sprache also wir haben wir haben ihn gesucht also wer ist denn wer ähm benny bist du es also naja ihr müsst wissen ich bin ich bin vampirjägerin und es hat schon einen grund wieso ich hier bin und ich hatte das vorhin schon zum rotschopf gesagt aber eine ein trupp ist hier unterwegs hier ins schloss zur burg und die sollten tatsächlich schon auf dem weg sein hier hin und wir wollten eigentlich auch diesen magier finden und ich wusste nur dass er mit b anfängt ich wusste seinen namen nicht und aber ich also wenn es sich um herrn charin handelt ich müsste vorher noch mit ihm herr charin nicht und die tritt gegen den käfig total erschrocken was tut ihr denn nach autogramm kannst du doch später noch fragen wir müssen hier raus lassen sie den arm noch raus Hilfe 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 Tavi Tavi komm doch mal hier rüber Tavi wartelt zu dem Heibling des Namen ich weiß also ich votiere und dabei hebe ich die Hand für Freilassung ich will auf den Tisch ja ich wäre auch dafür ähm ich gebe mir scheiß auf Demokratie und mach das währenddessen stopp 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 ganz kurz 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 während das passiert würde ich Tavi hochheben wenn ich das kann und auf den Tisch stellen Tavi der ist doch nur 20 cm kleiner als du ich würde ihm meine Räuberleiter machen es braucht dir Hilfe oder nein 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 ich würde nur also wie groß ist Tavi 69 cm okay okay dann hebe ich ihn hoch und stelle ihn auf den Tisch Puck that's all hier schau dich ein bisschen um während das Kind das meine Bällebart abgibt wir spielen Tavi wir spielen Tavi nur dass unser Bällebart ein Tisch voller giftiger Tinkturen ist ja Tavi passt nur auf mit den mit den hier Tavi spielen in der Sprengkammer was ist denn schon passieren was ist denn das hier Entschuldigung also da sind mehrere Sachen ähm du siehst rote Flaschen blaue Flaschen orangene Flaschen also der Inhalt ist jeweils flüssig und in der Farbe die ich beschrieben habe ähm mehrere Säckchen eigentlich alles mögliche und das was ich zuvor beschrieben habe sag einfach Bescheid falls du irgendwas nimmst und daran nüpfelst ich? ja okay okay ich scheiß auf Demokratie und Abstimmungskram ich mach hier einfach auf nein bist du komm raus Benni Benni und sie öffnet das Schloss es klickt und die Tür fällt auf ihr seht wie die Kreatur besorgt einmal in die Runde blickt so nach dem Motto kann ich wirklich rauskommen nochmal zu Tabi guckt und sich sichtlich unsicher ist ich stell mich mal hier hin komm zu Mama ich mach so eine Bewegung so mit den Händen so hä sie sind ja alle irre ja komm zu Mama man hat dich rauszukommen scheit ihr meine mutter ja macht ja keine Sorgen oh Gott versteh nicht ganz alles meistens Ben wenn er sich falsch bewegt springe ich vom Tisch auf ihn drauf ja glaub mir das sagst du nicht mit deinem Freund und ein Feind was ich weiß nicht ich ich will euch nichts was ist tut dir was weh was ist mit mir geschehen hast du schon mal in den Spiegel geschaut ich vermute um ehrlich zu sein dass mit euch Experimente durch also eine Art Verwandlung Kreuzung also um unumkehrbar Natur wer oder was bin ich Mückenmensch du bist der Mothman du bist Mückenmensch und dann hört ihr eine Art einsetzendes Wimmern oh jetzt lass den Arm du bist was du sein möchtest du bist Bernie aber wir haben jetzt keine Zeit zum heulen wir müssen hier raus woher willst du wissen wie der heißt wir müssen wirklich gehen weil ich seine Mama bin okay also wir haben uns Schäden hinterlassen haben sie wie der aussieht ich bin mir ziemlich sicher dass mein Trupp hier schon vielleicht sogar bei der Burg angekommen ist also ihr seid Vampirjäger wirklich ja also eigentlich sollte ich mit der Truppe zusammen hierher aber gerade als ich mich auf den Weg gemacht habe wurde ich leider geschnappt und hierher gezogen aber die anderen sollten eigentlich nicht gefangen worden sein also also bist du nicht gut in deinem Beruf und Tillion wird skeptisch und sagt wie heißt der Anführer der Vampirjäger äh der Anführer du meinst Atasius blickt und er und er leuchtet ihr seid wirklich Vampirjäger ja natürlich woher woher kennst du Atasius ich nein ich wusste nur dass die Vampirjäger in der Gegend umher sind der nun ich bin ziemlich viel rum gekommen der der Zustand der umliegenden Dörfer und überall ist verheerend ja ich bin zwar jetzt nicht diesem Vampir begegnet aber ich hab von ihm gehört und das ist alles nicht wirklich gut die Leute fliehen sogar der König überlegt das Land Veligrad zu verlassen ja und wir sollten es ihm gleich tun darum ab ab und er geht Richtung stopp stopp trägt die Kreatur Kleidung nur einmal dass ich ein bisschen mehr beschreibe jetzt wo die draußen ist also was kriege ich an Hinweisen was ich da vor mir habe du siehst keine Kleidung nein du siehst wie die hat sich selber so ein bisschen von der Stoffdecke einfach so um den Tor so also hat ein Schamgefühl anscheinend und hat sich selber so ein Stück Decke um den unteren Teil seines Körpers gewickelt hab ich Kleidung die ich teilen kann also eine Decke so hab ich irgendwie eine Jacke unten ein Hemd an dann würde ich meine Jacke abgeben ja ich würde meine Jacke abgeben und die der Kreatur überlegen nehm das also ich folgt mir ich ich pass auf euch auf also vielleicht also ist ja süß geil gemacht für euch ist in dem Raum ja ist in dem Raum noch irgendetwas von unseren Sachen und in der Truhe zu sehen die wir ganz am Anfang gesehen haben die Truhe selber ist nicht da also nein ok ok könnt ihr euch an die Truhe erinnern vielleicht wir sollten unsere Sachen suchen und verschwinden ja also die Illusion ist übrigens jetzt weg warten vor der Tür nicht die Kreaturen also Mingsi was ist denn vor dem Fenster wir brauchen ja ich will gucken wie weit wir oben sind und so wo keiner hört mich wir brauchen irgendwas womit wir uns wehren können wir brauchen Waffen ok ja wir sollten unsere Waffen wieder beschaffen dann durch such den Raum vielleicht finden wir was nützliches ich schau auf dem Tisch nach Tabi verkündet dass er auf dem Tisch nachguckt und ihr euch umsuchen soll äh umschauen soll nach Waffen Mingsi möchte einen Blick aus dem Fenster werfen ist aber zu klein und bräuchte etwas wo sie sich drauf stellen kann oder Hilfe ey kann mir mal jemand zur Hand gehen kurz wir fehlen da so 20cm ich helfe dir mal ich würde Mingsi einfach hochheben sodass sie aus dem Fenster gucken kann kannst du was sehen äh ich beug mich weiter vor warte hier nicht runterfallen oh das geht ja Team oh ja 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 wir sind am Arsch ich sag's dir ehrlich durch die Höhe des Turms hast du einen guten Ausblick der die Sonne scheint froh munter hoch am Himmel stehend hinein ähm doch das was du siehst sieht nicht ansatzweise so aus wie man sich eine Burg normalerweise im klassischen Sinne vorstellt oder wie ihr die kennt äh vor dir tut sich ein eher abstraktes Bild an Gemäuer auf überall ragen weitere Türme in unterschiedlichen Größen nach oben das ganze Mauerwerk wirkt sehr verwinkelt sodass es unglaublich leicht sein wird sich zu verirren außerdem siehst du keine Fledermäuse mehr am Himmel der scheint frei zu sein ok ich sehe dass es wohl gerade Tag ist und und die wo der Himmel ist frei aber nach unten hin sind überall Türme und alles ist verwinkelt wie so ein Labyrinth ah natürlich und wie hoch sind wir oben schuldige sag du erst wie weit sind wir oben hast du das auch gesagt hoch sehr hoch ok mindestens 200 Mingsis wir sind 200 Mingsis hoch ok das ist alles hier ja Opa du wolltest was sagen Benedikt sagte dir nicht wir müssen den Tag nutzen äh bei Nacht kommen sie raus das Sonnenlicht schadet ihnen natürlich es sind Vampire wer kommt nachts raus Vampire du antwort ok was ist mit den Knollen Tavi ja helf mir ich hilf ihm runter nein ich will das trinken nein ja oh Gott das solltest du vielleicht nicht trinken lecker lecker aber naja oh mein Gott ich habe vorhin im Raum geguckt hier ist nichts mehr an Waffen da wir sollten vielleicht ihn zeitnah verlassen und uns draußen umsehen ich denke die Knolle könnten weg sein aber ich bin vorhin auf einem Stuhl geklettert wir können die Stuhlbeine nehmen zum draufhauen das funktioniert vertrau mir ok ich habe da mal drauf dann helfe ich Tavi runter vom Tisch und er geht zu einem Stuhl und bricht ihn kaputt dann holt euch mal irgendwas waffen ähnliches ich habe ja noch mein Dolch gibt es in der Zwischenzeit die Frage ob ich also ich suche hier irgendwo so einen Mörsel Hammer und Dingsbums um Blut Blüten kaputt zu machen so klein zu machen so Alchemiekram gibt es ok dann würde ich gerne meine Blüten ein bisschen zerstäuben und dann in meine in meinen Beutel tun ok da steht übrigens vor 20 drauf ich würde gerne versuchen dem Stuhl die Beine abzureichen dass wir so Knüppel haben mach mal eine Slidex check bitte liebe Gott oh du bist relativ stark holy shit ja also für seine Größe hat er dicke Muskeln es ist sehr anstrengend der Stuhl ist aus super gutem Holz aus Mahagoni Holz ich helfe ihm aber Tavi das ist feinstes Mahagoni es dauert eine Weile aber irgendwann schaffst du es ich stelle mich daneben und kommentiere nur ja doch wirklich feines Mahagoni einen von vier habe ich ok ich helfe dir beim nächsten und ich würde würde auch versuchen mir einen Knüppel zu nehmen weil ich ja auch auf dem Schwert wartet oder so ok brich den einfach auseinander ok ich möchte keinen Knüppel ok wir sollten jetzt vielleicht vor die Tür schauen da was der Opa braucht auch noch einen Knüppel ist wirkt in dem Raum noch irgendwas besonders auffällig was wir über sehen haben könnten also ich ja besonders auffällig ist dieses Kästchen hier das Benedikt ok mit verschiedenen Fläschchen rot, orange, blau und die meisten die hier sind sind grün und rot jedes Fläschchen oder viele Fläschchen sind gefüllt ähm ihr seht auch mehrere Leere und unter diesen Reagenzgläsern und Kolbenapparaten hier ähm da ist quasi so ein Ventil dran man könnte ein Fläschchen drunter stellen das wieder auffüllen etc ich würde nochmal nach diesen drei Flaschen die hier stehen gucken und sie rausnehmen und sagen was ist das? und sie inspizieren Arcana-Track das kann jeder der in Alchemie oder Zauberkunst bewandt ist auch machen ok dann mach ich das auch mal ui au ok wie genau möchtest du die inspizieren? möchtest du die öffnen auch? ich möchte sie erstmal die Konsistenz der Flüssigkeit ergründen ob irgendwelche Stückchen drin sind immer ganz wichtige Informationen und kurz mal den guten alten Kenner-Zuwedler-Duft-Öffner machen ja halt diejenigen von euch die besonders mit Alchemie und so bewandt sind dürfen wir auch auf Advantage-Würfen wenn ihr möchtet Fächerprobe nennt man das übrigens Fächerprobe die Fächerprobe äh sorry was? was können wir machen? diejenigen die sehr in Alchemie bewandt sind und sich mit sowas auskönnen mit Kräutern mit Tränken etc. dürfen auf Advantage-Würfen also auf das Plus also Plus ok wie sieht das mit dem Plus? einfach auf deinen bei dem Wert rechts drauf uff ich hab's selbst gemacht ihr fühlt euch wie zuhause ja also die meisten von euch haben tatsächlich einen Drang zur Alchemie und äh mit dieser Fächerprobe du verteilst auch so ein bisschen den Geruch ja ja ich fädel das so ein bisschen den Leuten zu wenn sie kommen und so was das ist was sticken wir so? ich glaube ja das ist was ist das? es handelt sich um verschiedenste Tränke der grüne zum Beispiel hat eine beißende stinkende chemige Flüssigkeit das ist Säure oh ich glaube das ist für sie und ich halte das Mingzin das scheint Säure zu sein Dankeschön die rote Flüssigkeit ähm das ist kein Heiltrank oder so auch wenn es erstmal vom optischen einem Heiltrank ähnelt auch da ist mehr so ein säuerlicher beißender Geruch ähm dass du davon ausgehen kannst oder ihr davon ausgehen könnt dass wenn man das trinkt was Schlechtes passiert vielleicht Gift oder ähnliches für eure Körper das scheint Gift zu sein vielleicht brauchen wir das noch und das letzte das sollten wir aufbewahren ja ja ich packe es ein das rote zumindest für eure Körper die blaue Flüssigkeit ähm Mingzi du erkennst das ja alle anderen sind sich unsicher das scheint selten zu sein aber Mingzi hat den richtigen Riecher das ist ein besonderer Trank der hier gebraut wurde du glaubst dass wenn man den blauen Trank trinkt man sein eigenes Alter verjüngern kann oh Halleluja ihr wisst das nicht ne das weißt nur du was ist das ich bin mir nicht sicher es könnte ein das ist ein Schlumpfentrank das ist äh ja 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 da wird man ganz blau von das ist eigentlich wie Alkohol also ich würde den sonst auch mitnehmen ich weiß wie man den anwenden kann ich weiß was das ist ich möchte einen Inside Check machen ich weiß doch eh was das ist oder mit dem Wurf und meinem Wert ah nein tatsächlich nicht der ist sehr selten also das wäre mir aber jetzt nicht bekannt dass es sowas gibt ich mache einen Inside Check auf die Lüge okay Mingzi mach mal einen Scheppchencheck ah verdammt das klingt plausibel was sie dir erzählen ja Schlumpfentrank ganz klar besonders unter Knoben sehr beliebt und ich reiche ihr so den blauen Trank ich sag noch so ah ein Keller ich seh schon mhm und dann ist da noch die Orange Flüssigkeit ähm hatten wir die nicht schon? ne ihr hattet die rote und die grüne ah ok die Orange die Orange ist euch auch allen klar ähm wenn man das trinkt warte einem von euch ich muss kurz gucken wer ist das besonders klar glaube ich ähm oh ne ok euch allen ist klar dass das eine Potion of Enlarge Reduce ist wenn man diesen Trank zu sich nimmt verändert sich die eigene Größe ich glaube du meintest mit Schlumpfentrank den es ist ähm sorry es ist nur Enlarge man wird dadurch größer oder? ne das ist ein XXL Trank klassischer XXL Trank hihihi mhm das heißt damit wird man größer und ich denke das äh ist gut für den kleinsten von uns und ich gebe dem ich würde diesen Orangentrank einstecken nein ich würde den Tabi geben ok ich habe jetzt die rote Flasche ähm Mings hat die blaue und die grüne mhm äh Tabi hat die orange ne mhm und der Doktor der Alchemie hat keine der Doktor der Alchemie hat leider weniger erkannt was die blaue Flasche ist sie hat einfach eine Lucky 20 gewünschen sie hat null du wolltest mir etwas geben ja hier die Orangen damit wenn du das trinkst wenn du kämpfst dann wirst du größer nein nicht jetzt wenn du kämpfst ja wie lange hält denn der Kram wissen wir ich kämpfst also weiß man das ganz schön ah ja da kann euch der Doktor der Alchemie helfen der weiß das Herr Doktor Sie sind ja auch Experte für den Schlumpfentrank äh ich müsste ihn mal sehen also hier bin ich also oh guck mal Tabi hat auch einen Trank Tabi zeig mal den Trank frag mal wie lange der hält und Tabi hält den Tranken Doktor Jocker du weißt dass das für eine Minute anhält die Zustandsveränderung dass man größer wird hm eine Vergrößerung ich würde schätzen etwa eine Minute oh das sind so und so und so viele Sekunden äh vermutlich hältst du Hände hoch oder ja ok ja ja ok sprich nächste Mal aus und Tabi hält seine Hände hoch und zeigt seine Finger ok ich fahr mit der Hand so vom Boden hoch bis zu deinem Kopf ungefähr und sagt das sind so viele Sekunden oh das ist ne Menge aber Tabi benutzt ihn bitte nicht jetzt nicht jetzt benutzen Tabi aber Tabi hat Durst ja aber das ist nicht zum Trinken das ist zum Trinken aber nicht zum Trinken wie du meinst ok Tabi so tut den Trank in hab ich ne Rosentasche ist das hier unten dann auch eigentlich Säure weil es ja auch grün ist oder ist das was anderes auf dem Tisch genau das ist auch so ne Art Säure ähm Leute hier ist irgendwie noch mehr wollen wir das nicht auch mitnehmen wollen wir das nicht noch irgendwie nutzen du bist die Einzige die keinen Trank bekommen hat also da kann man bestimmt gut mit werfen ähm also ich äh was Opa hol dir einen Trank vom Tisch ich mein wenns eh hier steht können wir es doch auch mitnehmen oder nicht guck mal da kann man Sachen befüllen da stehen ja auch nicht ich steck 5 ein da stehen ja eh superviele ja ja dann würde ich auch ein paar einstecken von den Tränken ok ihr müsst das nicht notieren ich mach das für euch ok ich treck mal meine Knollstopsnase raus und guck ob jemand da ist von dem Gift würde ich dann auch was mitnehmen also von beiden Tischen ok ich weiß dass es keinen Schlumpfentrank gibt ne ich weiß dass es Quatsch ist ähm also sowas kann durchaus existieren es gibt Tränke die dich schrumpfen lassen doch kann ich einen Inside-Check werfen hast du vorhin du hast eine 10 gegen die 17 das heißt du ja ok hast recht ok aber der Trank vorhin war doch für das Alter oder du richtig genau genau ok verstehe ich jetzt gar nicht was wir gegen mich haben bringe ich jetzt erst zum ne scheiß Rogues wieder ey diebische kleine Finger ey so ich guck mal mit meiner Knollstopsnase raus wo wollt ihr hin? wir wollen hier raus wir würden was seh ich da hab ich jetzt diesen Holzbein vom Stuhl in der Hand ja ich auch seht ihr was ich hab beide die Knüppel in der Hand sorry und ja was was ist ja ja also ich sehe nichts Fragezeichen DM du öffnest die Tür und du siehst wirf mal ein D100 oh Gott einfach Slash R Freizeichen ein D100 Slash R Freizeichen genau du siehst tatsächlich niemanden oh du bist so klein lass Tabi mal gucken Platz da lass Platz eh ich schubs ihn so ein bisschen hör auf mich zu schubsen hey 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 wir wollen doch nicht raus dann okay da ist keiner raus nach dir Tabi ich hab Bauchschmerzen okay Leute ich ich mach den Anfang lang Vorsicht das könnte irgendjemand an der Decke hängen oder so ich würde dann einmal aus dem Raum rausgehen Lilly macht einen Schritt auf die Wendeltreppe zu und befindest dich in so einer relativ engen Stein Wendeltreppe okay geht die geht die nach unten ja die geht nach unten ja und in dem Moment wo du den ersten Fuß darauf setzt hörst du plötzlich und das hört ihr alle laute Geräusche was soll denn ihr hört weit entfernte dumpfe Geräusche wirklich unglaublich weit entfernt als würde das irgendwo auf einem Hof in der Burg oder vor und hinter mehreren Mauern passieren es klingt so wie der Anfang eines Kampfes ihr hört wie Metall auf Stein oder auf Knochen knallt ihr hört ein zwei wilde aufgeweckte Rufe okay ich glaub ich glaub mein Trupp ist da also ich hör ich hör kämpfe dann sollten wir uns unbedingt auf den Staub machen los lass mich zuerst ich bin der kleinste mich sieht keiner du hast doch Bauchschmerzen bleib zurück ja lass ihn zuerst ist der also ich würde dann weiter runter gehen was wolltest du sagen Opa ja ich würde Lilly hinterher gehen hier geht die Wendeltreppe langsam runter ich würde aber schleichen dabei also das ist nicht ich renne da jetzt nicht runter sondern ist ein überlegter Schritt und auch mal gucken was so ob ein Lichtschein kommt von einer Fackel oder sowas genau ihr geht vorsichtig runter ihr könnt alle einen Stealthcheck machen ja viel Glück oh ich hätte euch das eh schon sagen können das ist ein Stealthcheck bei mir nicht zu wert okay Lilly geht vor dann kommt Tillion richtig ja okay Dr. Jockel bist du der Letzte oder bist du Zwischenein also ich würde auf jeden Fall als Letzter gehen okay der Reihe nach geht ihr langsam runter Mingsi und Tabi sind so unglaublich leise und ich muss mal kurz was nachgucken ihr seid so unglaublich leise dass selbst die die vor euch kurz verwirrt sind und sich umdrehen müssen um zu realisieren dass ihr ihnen folgt als und dann seht ihr sie so aus dem Schatten kommen diese kleinen Gnome wie sie sich nähern und direkt danach hört ihr ein lautes Poltern als Dr. Jockel auf die Gnome fällt oh 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 mein Gott was wer wer hat denn hier was liegen lassen ich das waren deine haare in den Füßen Opa zusammen ist so laut könnt ihr Dr. Jockel aufhalten oder fangen so dass er nicht weiter runterfällt und auch die Kreatur hinter dir diese seltsame Kreatur die euch folgt Dr. Jockel hält dich so ein bisschen am Kragen oder nicht am Kragen sondern an der Rückseite deines Stoffes so am Rücken so dass du nicht komplett auf den Boden fällst hm ihr glaubt dass ihr als Gruppe noch recht leise seid oh danke danke jetzt bitte leise und wir gehen wahrscheinlich weiter ihr geht weiter seien los vorsichtig Lilly kannst du was sehen ich seh noch nichts nein ihr ja ihr geht vorsichtig Lilly voran sie führt euch und Lilly ganz unten nachdem ihr eine ganze Weile mit dieser Treppe herabgekriegen seit siehst du den Korridor den ihr auch schon bei eurer Ankunft entlang gegangen seid es ist ein weiter Korridor sehr weitläufig und führt in verschiedenste Abzweigungen weitere Korridore etc. rein hier und da wahrscheinlich eine größere Halle ein größerer Raum und wenn ihr jetzt müsst ihr mir sagen wo ihr hin wollt wollt ihr euch in den Korridoren zurecht finden und versucht einen Ausgang zu finden oder 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 sucht ihr einen ganz bestimmten Raum warum klar okay ähm okay Leute pscht bleibt mal kurz stehen so hier ist ein riesen Korridor hier sind überall Gänge ich weiß aber nicht wo die hinführen ich kenne mich hier leider überhaupt nicht aus Herr Doktor wisst ihr noch welchen Weg wir gekommen sind also erinnere ich mich okay du darfst einen Intelligence Check machen und Lilly du darfst einen Survival Check machen nice okay nice Lilly instinktiv hast du den richtigen Weg vor Augen obwohl hier alles sehr verwirrend und abstrakt gebaut ist erinnerst du dich gut daran wie ihr hierher gekommen seid du glaubst du kannst den Ausgang einigermaßen finden du hast einen guten Orientierungssinn und Doktor Jockel auch du hast ein ungefähres Verständnis davon du guckst so auf so einem Fenster aus so einer Öffnung zwischen den Mauern im ersten Korridor wo ihr rauskommt du guckst auf die große Burg unter euch vor euch die ganzen Mauern und Türme die sich da auftun hast ein ungefähres Verständnis dafür Kombinationsgabe wo man ungefähr lang gehen müsste um runter zu kommen okay also wenn mich nicht alles täuscht und zeigt mit meiner Pfeife so in die Richtung ist es doch hier wieder also ja bevor wir den reinen Fluchtweg nehmen ich hatte eine Menge Ausrüstung dabei ähm das wäre mir schon ziemlich wichtig die Frage ist wollen wir das suchen ja also mir persönlich wäre das jetzt überhaupt nicht wichtig muss ich gestehen also okay ja dann gute Reise Doktor wir suchen auf ich geh los ich glaub wir sollten auf jeden Fall zusammen bleiben die Kreatur folgt den Doktor ich kann nicht beschützen ich bin Doktor wollt ihr wirklich allein ich meine komm Benni wir müssen wirklich zusammen bleiben wir sollten wirklich wir sollten wirklich unsere Sachen suchen sonst haben wir keine Chance Doktor wirklich Entschuldigung Entschuldigung also ich aber welche Sachen welche Chance ich sie sich der Situation nicht bewusst doch genau deswegen während ihr euch unterhaltet werden die Geräusche um euch herum lauter mittlerweile klingt es schon also ähm außerhalb von euch zwischen durch mehrere Wände hindurch es klingt so als ob die Kampfräusche sich schon ins Innere der Burg verlagert haben und wer auch immer da war soll auch so sich schnell einen Weg in die Burg hinein beschafft hat aber ihr hört das doch wir müssen uns verteidigen können also ich sag jetzt mal so ich bin ne wissen viele nicht aber ich bin ne Diebin und naja also ja ich bin schockiert Entschuldigung wollt das jetzt auch nicht mit der Tür ins Haus fallen aber ich hab noch eine Info dabei hab ich euch doch erst fünfmal was stehen sehen in den letzten 20 Minuten also ich hab die Info nicht so laut dass hier alles kreuz und quer gebaut wurde und das einfach keinen Sinn hat wie das gebaut wurde überall Korridore die dann irgendwie vom Ausgang wieder wegführen und dann wieder nach oben und nach unten in andere Türme und das sieht alles aus als hätte irgendeiner schlechte Laune gehabt und deswegen den den ganzen Kram so gebaut auf jeden Fall sollten wir nicht denken nur weil wir jetzt denken da ist der Ausgang dass da auch wirklich der Ausgang ist wir sollten lieber uns vorbereiten auf unseren Todeskampf und dann müssen wir uns in die Freiheit schnitzeln das heißt let's go ich hab nicht zugehört Kampf äh Kampf wenn ihr sagt es geht da lang kann es sein dass genau die richtige Entscheidung ist nicht da lang zu gehen weil wir da in eine potenzielle Kampfsituation kommen und der Doktor zuerst stirbt oder? Mann du bist schlauer als du aussiehst das stimmt wir können den Opals Ablenkungsmaneuver benutzen genau Herr Doktor gehen sie ruhig weiter wir gehen in diese Richtung ja haben sie eben der Kampf gesagt ja wir wollen den Kampf ausweichen aber da vorne hören sie doch das Geschnetzel ich glaube wir gehen hier links bevorrangt mir nach Benedikt nein Mordenmann bleibt bei uns haben wir irgendeinen Hinweis wo vielleicht die Waffen sein könnten beziehungsweise gibt es irgendwelche Hinweise in den Korridoren wo irgendwie so ein Raum ist oder so? absolut keine Ahnung die Gnolle die die Kiste geschleppt haben haben sich irgendwann während ihr nach oben gegangen seid von euch entfernt achso aber sie sind sie sind eine Weile bei uns geblieben ja sie sind eine Weile bei euch geblieben und dann haben sie sich entfernt und das können jetzt überall sein ihr könnt ein paar Räume ausschließen am Anfang durch die an denen ihr vorbeigegangen seid aber es würde ihr seid euch sicher dass es eine Weile dauern würde das zu suchen und ihr mehrere Türen und Räume öffnen müsstet ok dann macht es würde es jetzt erstmal unter Angesichts der Tatsache der Information von Mings keinen wirklichen Sinn machen weil das eh wie ein Labyrinth ist gezielt danach zu suchen ja ok ok Mings hat recht vielleicht folgen wir unserer Intention zu gehen und vielleicht stolpern wir über die Sachen aber wenn das ein Labyrinth ist lass uns erstmal den Weg zurück gehen so weit wie es noch wissen und gucken wo wir raus gehen können ja gute Idee Lilly geht voran folgen wir der Vampirjägerin Lilly geht voran und ihr alle folgt nach euch ich dachte ich gehe voran naja der Doktor ist auf jeden Fall ein bisschen vorgelaufen ja ok Doktor Jockel geht voran ja dichter hinter Lilly und zusammen weist ihr den richtigen Weg alle anderen folgen auch die Kreatur die ihr befreit habt folgt euch Benedikt ja folgt euch wir nennen ihn einfach Benedikt nennen wir ihn mal Benedikt ne ist mir zu hoch scheint anfänglich noch ein bisschen Probleme zu haben zu laufen stolpert über die eigenen abstrakten Beine und großen Klauen fängt sich aber immer wieder und zapselt euch hinterher flüstert immer zu ich will hier raus das machst du ganz toll nicht so laut Muttenmann ganz toll das sind seine ersten Schritte nicht so laut und wird dann leiser und ihr geht eine ganze Weile könnt euch aber gut orientieren dank euren zwei Führern und plötzlich während ihr so durch die Korridore geht wir wechseln die Map Huf 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 Benedikt halt mich fest Halt mich Benedikt Halt mich Halt mich Benny so ich mach die Map vielleicht startklar also die Ambiente Musik ist insane das ist total geil mhm das Ambiente wird sich jetzt wechseln Huf Vorsicht okay bam bam okay aus welcher Richtung kommen wir? von unten okay und plötzlich hört ihr laute Schritte irgendetwas oder jemand scheint sich eurem Korridor zu nähern oh scheiße hört ihr das? aus welcher Richtung? um die Ecke links von hier oh nein ich kann nicht schnell an die linke Seite es klingt wie das Klappern von Rüstungen Lili dir kommt dieses Rüstungsklappern sehr bekannt vor du hast das schon häufig gehört ich wollte dich nicht unterbrechen Opa okay ich kenn das von meinem von meinem Trupp oder? ja Leute Leute nein ich weiß wer das ist glaube ich ihr müsst keine Angst haben das hört sich an wie mein Trupp Lüge kann es sein dass sie es bis hierher geschafft haben? du gibst die ganze Zeit an mit deinem Trupp und wo ist der jetzt? ja da kommt er ja gerade ich ähm ich caste in dem Moment wo ich hier rübergehe mit meiner Cantrip meiner Illusion mit meiner Tommel mache ich so ein leichtes vibrierendes Geräusch und auf der gegenüberliegenden Seite hier taucht ein ähm Wächter auf der so eine kleine so ein Gnom oder so ein ein Skelett Gnom der einfach nur wache steht okay der taucht hier einfach auf und der macht nichts der ist auch wirklich äh ich weiß ich weiß nicht wie wie viel äh wie lange der bleibt ich glaube nur 5 Minuten ne ne eine Minute bleibt er da äh um von uns abzulenken schnell an die andere Seite und dann steht er da okay ich guck kurz um die Ecke okay bleibt einfach dort ich würd mich gern unter der Couch verstecken ja ihr könnt euch verstecken ähm ja und äh ich geh hinter der Couch ich bin ja auch als ich muss du nicht ich versteck mich drunter ja ich trage überhaupt keinen Rock verschwinde du kleiner Bewehrsling lauft an die Seite haltet euch dicht an der Wand diese kleine Skelett Illusion taucht auf und steht da jetzt Mingsi huscht ruck unter unter die äh unter das Sofa und Lily macht einen Schritt nach vorn und du siehst Leute die dir sehr bekannt vorkommen die tragen Plattenrüstung ui und das ist dein Trupp Lily das sind alles Vampirjäger ich trau der Sache nicht ich trau der Sache nicht okay ich geh einen Schritt näher oh mein Gott ihr habt's hierher geschafft na klar ein etwas älterer Mann in Plattenrüstung kommt nach vorn und du kennst den das ist die rechte Hand von Athasius du kannst den ansprechen Graf Radoff ich hab ne Frage Lily ui ja was ist deine Frage der Mottenmann fehlt achso ja den zieh ich gleich noch auf der Mottenmann fehlt ja stimmt der fehlt wirklich ich mein's Benni an der Decke hängt so da ist er Benni wo warst du geh weg von der Lampe Lilly euch geht es gut ja relativ auf jeden Fall oh mein fucking willst du mich Entschuldigung Entschuldigung ne alles gut ich hab ihn nicht erkannt ähm ein etwas älterer gut gebauter Mann muskulös mit Plattenrüstung und Kampferfahrung kein kein vernarbtes Gesicht aber Kampferfahrung ins Gesicht geschrieben kommt dir entgegen pack dich mit einer Hand erleichternd auf die Schulter und grinst zufrieden ich hatte schon das Schlimmste Schlimmste befürchtet ja ich auch ich hab euch verloren ich wusste nicht wo ihr seid und ich wurde leider gefangen genommen gut dass ihr es hierher geschafft habt wir wollten euch befreien aber wenn ihr schon frei seid dann müssen wir nur noch Benedikt finden äh den den hab ich den hab ich gefunden ah wartet na klar er macht einen Schritt nach vorn und zieht ein Langschwert hinter euch ist ein Skelett geht zur Seite äh nein das nein nein das das bin ich Verzeihung schnippst er mit dem Finger und das schnippst er mit dem Finger und trommelt kurz und und das verschwindet das bin ich Verzeihung mehrere Soldaten ziehen ihre Waffe renn da hin und plötzlich verschwindet das Entschuldigung es war zur Ablenkung gedacht aber nicht von euch ich war nicht ich war nicht alleine gefangen ich war mit naja denen hier gefangen und wir haben uns befreit zusammen keine Angst das sind Verbündete was habt ihr gehört wie sie den hier gesagt hat jetzt hätten ihr nicht geholfen ja die tut so als ob sie die ganze Arbeit gemacht hätte nur weil sie eine Vampirjägerin ist ehrlich guck mich ehrlich ich bin ne hübsche Elfe und alle meine Freunde kommen mich retten genau und die haben alle Plattenrüstungen an was zu hören weiß ich und wenn du sonst auch Benni komm ich glaub das ist unser Techint nach draußen ähm also Benedikt haben wir gefunden aber es ist nicht mehr Benedikt und jetzt siehst du wie er hier plötzlich einen Schritt nach vorne macht äh der Graf vor dir spricht dich an was soll das bedeuten der Magier der jetzt neben dem Graf vorantritt zieht auch ein Schwert und es fängt sofort an blau zu leuchten so blau eine Flammenguld was auch immer das ist wir müssen es vernichten und er macht einen Schritt auf die Kreatur zu wartet wartet wir haben ihn gefunden er war mit uns eingekerkert und er wird von allen Benedikt genannt äh äh geht zur Seite wir müssen es töten äh warum denn warum wollt ihr es töten es ist Benedikt hat er immer noch das blau leuchtende Schwertenhirn hat er ja und Lilly du erkennst den Mann das ist Yarur ein starker Magier quasi die rechte Hand der rechten Hand okay der rechte kleine Finger Lilly ihr müsst verstehen es ist kein was auch immer es mal war wir müssen es von dieser Erde tilgen aber es hat es hat ein Bewusstsein es es kann sprechen und es ist nämlich intelligent auch mach einen Persuasion Check ich? ja du versuchst ihn zu überzeugen okay oh mein Gott oh mein Gott das ist besser als wir es wurden schon schlimmere Persuasion Checks geworfen Lilly er macht ein paar Schritte auf dich zu mit seiner freien Hand packt er dir auf die linke Schulter ich verstehe deine Sorge aber wir können keine Ausnahmen machen Willi grad hat schon genug gelitten wer weiß was diese Kreatur wird wenn sie frei wird wer weiß wann und wie sie das erste Mal tötet wir müssen ihn jetzt töten aber was will er uns verspricht niemanden zu töten sondern nur irgendwie so ratten auslutscht und so das versprechen dieser Kreatur ist nichts wert halt stopp jetzt rede ich ich bin seine Mutter ich hab ihn aus dem Käfig geholt und jetzt kommt da so ein komischer Magierfuzzi und der kann mir ein einziges Kind nehmen oder was Willi Graf Moldark wir müssen sie auch töten wenn sie mit ihm verwandt ist oh Gott ja also das ist der Punkt an dem ich einen Schritt zurück also das ist gut das ist jetzt schnell eskaliert ja es hat uns noch nichts getan von Benni gibt's noch zwei andere die von der Burg geflüchtet sind weil sie diesen dummen Vampir nicht gehorchen und dienen wollen Benni führt nichts schlechtes im Schilde das ist ein guter Junge Graf wie sollen wir entscheiden und Yarur guckt Moldark an der euch einschätzend der Reihe nach anguckt oh Gott ich seh immer dieses Gesicht von dem von Tabby mit so ich kenne euch nicht ich fang an schnickschnack schnuck mit der Hand aus ich seh mein mein Holzbein aber ich vertraue euch ihr sagt er wird niemanden verletzen und er guckt dich an Lili ja seid ihr euch wirklich sicher naja im ich bin nicht verantwortlich im Notfall regele ich das wohl ja Ruhe lass die Kreatur am Leben allerdings schlage ich vor dass wir sie mitnehmen wer weiß was sie sonst noch bei euch tut wir können besser auf sie aufpassen ich würde gerne inside check würfeln inside ähm was macht das jemand einschätzen ich möchte quasi wissen ob der lügt ich möchte wissen ob die in Wirklichkeit die Kreatur umbringen möchten nein er wirkt ehrenvoll und das was er sagt kommt ihr wahr vor ihr könnt ihr könnt ihm vertrauen ich glaube die also Benedikt ist auf jeden Fall sicherer bei ihnen hat nicht jedes Lebewesen ob seiner vielseitigen Ausprägung ein Recht auf Freiheit ihr glaubt dass das Benedikt ist sagt ihm stimme ich zu das ist nicht Benedikt Benedikt ist viel zu mächtig sie würden niemals an ihm herum experimentieren ähm sicher das weiß ich nicht also ich bin mir ziemlich sicher dass das Benedikt also ist oder war das kann nicht sein Kreatur komm näher äh und sie macht ein paar Schritte nach vorne ihr seht wie Harul der Magier nach vorne geht und eine Hand auf sein Fell auf sein Kopf anlegen und den Kopf so ein bisschen untersucht Herr auf Benni zu streicheln das ist nicht Benedikt Benedikt hat ein Tattoo ich sehe hier nichts keine Überreste davon also ich möchte eure fachkundige Meinung nicht in Frage stellen aber ich sehe nicht mal mehr Haut also hier runter ist Haut guckt unter dem Fell oh ne danke macht ihr ruhig alleine das ist nicht Benedikt na dann müssen wir Benedikt finden ja ich vertraue ja wohl wir machen uns aus dem Staub ja klar ihr solltet entkommen wer ist das dann? ich weiß es nicht ok dann tötet's oh Gott wir werden es nicht töten Tabi hier meine Entscheidung steht Lilly ja wurde einer von euch gebissen und die Augen des Grafen ziehen sich ernst zusammen und du siehst dass deine Hand Richtung Schwertknauf geht nein 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 keiner wurde gebissen gut dann müsst ihr entkommen ok ok ähm und ihr seht plötzlich wie zwei Soldaten nach vorne kommen und ah von ihrem Rücken große Koffer wie so Gitarrenkoffer oder so auf dem Boden scheppern rungs das sind Waffenkisten wir wissen dass hier viele Gefangene sind ich hoffe ihr könnt damit umgehen ja komm natürlich die Soldaten öffnen die Kisten und ihr findet eigentlich alles ihr findet Schwerter, Äxte, Säbel, Dolche, Rüstungen aus Metall und aus Leder ihr findet außerdem Musikinstrumente und Zweige und Zweige? ja wie Holz? ja ein paar von euch gucken vielleicht verwirrt und einer der Soldaten spricht falls ein Barde oder ein Naturmagier unter euch ist also ich würde mir so einen Zweig also ich geh hin und nehm mir einen Zweig ich geh hin und nehm mir einen Zweig ist da ein Bogen an? ich peitsche mit dem Zweig so durch die Luft da ist ein Bogen drin, ja ihr könnt euch komplett ausrüsten ok, ich nehm ein Kurzschwert mit und alle Instrumente die darin sind ihr müsst nicht alle sagen was ihr habt ihr nehmt euch einfach Gier ok und ihr könnt davon ausgehen dass ihr grob ausgestattet seid ok alle Instrumente dann kann ich ja mein Holzbein wegschmeißen meine Lieblingslaute ist dabei, hört mal toll super oh da freue ich mich aber ich nehm mir noch 2 ich nehm mir noch 2 Korken aus der Kiste die genau in meine Ohren passen ok der Soldat nickt ihr zu für den Fall dass ein Bade dabei ist und für den Fall dass ihr ihn nicht mögt was? ist da auch Papier drin wer mag denn Baden nicht? auch wer braucht ihr Papier? und Jahul der Magier kramt etwas in seinen Täschchen und gibt ihr ein Stück Pergamon naja ich bin ähm ne kleine Trommel nehmt es einfach eine ganz kleine Trommel mach weiter oh cool können wir uns konzentrieren aufs naja ich denk auch wir drehen uns zu Tilion um er hat so einen Fußgängerzone einen Mann der entzett guck mal Leute rufen an den Füßen mit Mundharmonika und Kinn nicht zu laut Entschuldigung aber es ist wirklich alles dabei was ich brauche Entschuldigung Lilly ja du bist so cool mein Trupp wird weiter Gefangene retten die anderen Vampirjäger sind überall verteilt und versuchen in andere Türme fortzubrechen seid ihr aus einem Turm gekommen? ähm wir sind aus einem Turm gekommen ja der ja ich hatte recht hinter uns sehr gut wir werden weiterlaufen gab es noch andere Türme in eurer Nähe aus der ihr gekommen seid ähm wissen wir das? ja da waren noch andere Abzweigungen ja achso andere Abzweigungen ja überall im Korridor sind Abzweigungen ich denke mal dass die wahrscheinlich alle zu Türmen führen Lilly traut ihr euch zu diese Leute hier zu retten? äh ja klar ja klar ähm mein also mein Bauchgefühl ich hätte jetzt dann hört mir zu ich und meine Leute werden andere Gefangene suchen habt ihr irgendwo Nostro gesehen? ähm tatsächlich ja Nostro war bei uns äh wisst ihr wo er ist? da vorne da vorne ne leider nicht wo? nein er ist ein einfacher Gnom ich verstehe schon wir werden ihn suchen oder wissen wir es nicht wir werden das ganze Schloss auf den Kopf stellen wenn wir müssen bei Tag haben sie keine Chance solange die Sonne hoch am Himmel steht werden sie nicht aus ihren Sarkophagen rauskommen effekt effekt mein Stein wir werden sie finden und dann viel Erfolg du musst die Gefangenen evakuieren mach ich nimm das und er kramt an seinem Gurt und er gibt ihr einen silbernen Pflock du weißt was das ist? das ist ein Vampir Fähler das ist eine Art magischer Pflock ähm normalerweise wenn du einen Pflock ins Herz eines Vampirs treibst wird er nicht einfach so sterben es sei denn er ist noch nicht mächtig genug es kommt ganz darauf an wie stark der ist aber diese Art Pflock kann deutlich mächtigere töten weil der mit Magie verstärkt ist du rammst den den du rammst den einfach in die Brust und dann haust du auf das stumpfe Ende die Rückkante und dann bohrt er sich weiter ins Fleisch hinein ok du hast nur einen Versuch nach genialer Mechanismus hör zu wenn dir das nicht gelingt klappt es nicht mehr er zerstört sich selbst unter dem enormen Druck mit dem er sich rein bohrt du hast also nur einen Versuch ok gut ich vertraue dir du kannst mir vertrauen ok ich den Mann er hat nicht noch zu heilen das ist der einzige den anderen brauchen wir selbst Kim ja Ruhe dreht sich in eure Richtung ihr müsst nur den nächsten Korridor links dann wieder links dann öffnet sich ein Gang in eine große Halle mit Stufen ihr habt schon ein gutes Stück hinter euch gebracht wirklich sehr gut da sind unsere Jäger ihr könnt ihr gar nicht verfehlen folgt einfach den Geräuschen so lange die Sonne scheint kann ich hier gehen alles klar ich bin unterwegs alles klar links und wieder links und dann die Halle ja genau reicht es dann links grad aus ok Tabi du gehst bitte nicht vor eine Sache noch mach's gut Viech dass nicht Benni ist ja hat irgendjemand von euch Forschungsunterlagen von Nostro wir haben wir haben ein Buch gefunden ne der hat alles mitgenommen ne 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 also wir haben wir haben ein Buch gefunden ein Tagebuch ja es ist in Elfisch gib mir das Buch was gibt es nun dafür das habe ich tatsächlich gerade oder Mingsi hat es mir doch gegeben für äh damit ich da lesen kann ne ne ich glaube sie hat es hochgehalten damit sie es nicht anfasst ja ah ok gib mir das Buch Mingsi gib es ihm einfach bitte ne wir haben keine Zeit los Mingsi gib ihm das Buch er hat uns Ausrüstung gegeben ich hab doch gar kein Buch mehr das liegt doch noch da drüben ne wir haben wir haben doch Ausrüstung bekommen Mingsi gib es ihm bitte einfach wir haben doch gar nichts wir können doch gar nichts damit anfangen das stimmt du kannst es nicht mehr lesen ok Lili wenn du mir dann durchgibst ähm also ich hab ich will diesen Flock haben ne den Flock den dann kriegt ihr das Buch ich glaub das ist keine gute Idee Mingsi die schauen schon böse und der Opa ist auch schon weg erhalt euch Mingsi wir müssen uns beeilen komm schon los hol so langsam das Buch raus du hast noch was gut bei mir ok ja rettest du mich nochmal dann oder weil du die Ränderin bist ich kann dich nochmal hochheben damit du aus dem Fenster gucken kannst ich kann den Bein stellen die Zeit rennt gegen uns ich hol das Buch raus und halt ihm das so hin und als er es greifen will zieh es nochmal weg ja Ruhe versucht es zu greifen du ziehst es weg was soll das jetzt will ich magier verarschen ein Feuerball bildet sich in seiner linken Hand ich geh zu dieser random Wache hin nur fürs Protokoll also ich bin nicht mit denen also ja versteh ich ich kenn sie gar nicht und jetzt wollen sie meine Besitztümer haben gib mir das Buch du hast uns doch vorhin gesagt dass du ein Dieb bist die Unterlagen sind wichtig für was? für den Krieg ok hier mein Name ist Mingsi Mondstaub und ihr müsst dran denken dass ich uns alle gerettet hab weil ich dir das Buch gegeben hab mächtiger Magier ja 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 schreib das in deine deine Aufzeichnungen und deine Nase so groß wie dein Lügen wir müssen jetzt weiter rennt und entkommt ok also das Entkommenpart ja das rennen also ich meine Nase ist größer als dein Verstand die Kreatur bleibt bei uns ok Entschuldigung tschau Benni sehr gut äh ich versteh doch nicht so ganz was passiert aber ich danke euch Fremde machs gut alter Henke ich wünsche mir dass ihr sicher aus dem Schloss entkommt ich hab das Gefühl Benni wollte uns noch was sagen aber ich konnte nicht mehr scheiße passt auf Eis auf danke tschüss Benni Mama ist stolz auf dich bring sie lebend hier raus Libi ich versuch's und du und äh des Grafen Hunt ich geht auf die Schulter von der Kreatur mach ja keine Dummheiten und dann passiert ihr nichts und Schutz suchen stellt er sich dann quasi hinter den Graf und dann seht ihr wie die Truppen ah weiter ins Burginnere verschwinden hei deine Freunde holen ab laufen beste nach ich hab noch nie eine Vampirjägerin getroffen nur von ihrem Gehör Tilian Honigtopf der der eine Vampirjägerin kennt toll ihr rennt weiter ok ihr lauft für ungefähr 5 bis 10 Minuten ihr folgt der Wegbeschreibung und lauft noch eine ganze Weile draußen aus den also links und rechts sind immer so Fenster um euch herum ihr könnt eure Token ein bisschen zurück bewegen oder warte nein ich mach's anders passt so ihr rennt weiter ihr folgt den nächsten Korridor ihr folgt der Wegbeschreibung ihr legt einiges an Weg hinter euch das Schlachtgetümmel die Kampfgräuße werden immer lauter der Trupp der euch entgegen gekommen ist verschwindet und ansonsten kommt euch für die nächsten 10 bis 15 Minuten erstmal keiner mehr entgegen und dann plötzlich passiert etwas während ihr lauft und euch unterhaltet und den Ausgang sucht plötzlich hört ihr von draußen eine Art laute Eruption und unglaublich laut gefolgt von weiteren die sich wie ein wütender unkontrollierter Blitzsturm anhören gleichzeitig wird es um euch herum abrupt dunkel die eben noch durch die Fenster scheinenden Sonnenstrahlen werden blasser und blasser ehe sie einem grünen Licht weichen ich wechsle die Merle ok oh no oh yeah ich kann nicht sehen ja einer von euch müsste tatsächlich eine Fackel anmachen weil es jetzt wieder dunkel wird hallo haben wir die bei den Geräten hier hängen überall welche an der in Fackelhalterung an der Wand wer möchte eine anmachen ich würde mir eine nehmen ok ganz schön schnell dunkel geworden was war das für ein Geräusch ich weiß es nicht das scheint von draußen zu kommen und von draußen kommt auch grünes schimmerndes Licht hinein in eurem Korridor der Soldat ist nicht bei euch also oh pfff oh verdammt da war doch noch jemand ich suche meinen Top oh der muss springen weiter ich auch und schaue was draußen los ist ok du schaust aus dem Fenster und jetzt habe ich was ganz besonderes für euch frage ist der ganze Korridor jetzt beleuchtet ja grünes durch jedes Fenster schimmert grünes Licht und die noch dunklen Ecken werden durch die Fackel die Tillion trägt beleuchtet darf ich kurz anmerken dass ich meine Dolche gezogen habe die ganze Zeit also in jeder Hand ein ja ihr könnt eure Waffen nun gezogen haben ist kein Problem ok ich zieh meinen Ast ich habe nur die Fackel ich habe nur einen Ast sag mir einen Ast hört mir jetzt genau zu also ich habe Axt verstanden Lilly geht auf das Fenster zu und ihr alle seht wie sie sich langsam dem Fenster nähert das was draußen passiert ist unglaublich laut so etwas habt ihr noch nie wahrgenommen oder gehört es klingt wie so eine Art magische Eruptionen du gehst auf das Fenster zu du legst eine Hand auf den kalten Stein und du blickst nach draußen auf die Spitze eines weiteren Turms und da siehst du folgendes oh mein Gott wow ok was zur Hölle etwas verdeckt die Sonne auf der Spitze des Turmes steht eine Gestalt in langem Mantel seine komplette Kleidung und weißen Haare flattern so stark als würde er im Epizentrum eines Sturmes stehen die Arme sind weit nach oben Richtung Himmel ausgeschreckt an ihnen schießen grüne seltsame fast astrale Strahlen hinauf und sammeln sich über der Turmspitze winden sich umeinander verschmelzen miteinander und formen eine riesige Sphäre aus Dunkelheit die größer und größer wird und droht die gesamte Burg in Finsternis zu hüllen ach du Scheiße ähm ich glaub wir haben ein Problem Leute wow guckt euch das bitte an aus der Ferne hört ihr Eldritch Blatt ha 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 Plötzlich hört ihr überall um euch herum aus den tiefsten der Burg und von anderen Türmen aus das Kreischen mehrerer Wesen es klingt schrill und gierig gleichzeitig seht ihr aus dem Inneren des Turms auf dem Nostro selber ihr erkennt ihn steht unzählige geflügelte Wesen aufsteigen und über der Burg sich mit ihren Flügeln ausbreiten und in alle Richtungen ausschwärmen manche davon sind geflügelte Köpfe manche sind Fledermäuse und manche sind einfach nur brennende Schädel what the fuck im nächsten Moment erschreckst du dich extrem Lili als plötzlich einer dieser Schädel direkt vor dir vorbeifliegt oh mein Gott ich stehe bitte nochmal vorbeifliegen ich möchte bitte auch nochmal den Schädel sehen er liegt nochmal vorbei direkt am Fenster was überall fliegen die rum oh mein Gott ihr habt das auch gesehen oder? so gut da ist doch grad ein Kopf vorbeigeflogen diese Tampen die werden immer größer bist du sicher? ich bin mir nicht sicher ob ich es gesehen habe stehen hier gerade alle am Fenster? ja jetzt ja ich hab euch ja zugerufen ich hab gesagt dass ihr ja ich kann nichts sehen ich reagier da nicht drauf das war ja groß ich hebe dich hoch Tabi sodass du auch was sehen kannst los sie mal du musst mich hochheben was ist mit mir du bist mir aber schuldig du hebst mich jetzt immer hoch ich hebe euch einfach beide hoch in dir hab ich kein Buch mehr du dumme Hexe was ist grad am Fenster vorbeigeflogen ich hab's nicht gesehen ich hab's nicht gesehen was ist vorbeigeflogen da war absolut nichts versorgniserregendes alles gut Tabi wir müssten da hingehen und den schubsen Tabi gut ähm ja den müssen wir schubsen dass der aufhört das sollten wir nicht tun Leute glaubt ihr ich hab noch nen Stein glaubt ihr ich kann den den Flock mit meinem Bogen schießen? nein ich find die Idee mit Tabi und dem Stein besser und plötzlich fliegt einer der grünen leuchtenden Schädel dran vorbei oh mein Gott ich hab mir in die Hose gemacht ist okay Tabi ist okay wir müssen sofort hier weg also ich würde sonst auch lieber nach Hause also und dann fällt euch plötzlich noch etwas auf während ihr alle am Fenster stehen seht ihr wie auf einem anderen Mauerstück quasi parallel zu euch verlaufend aber etwas weiter unten ähm ein euch vertrauter Vampir entlang läuft ihr seht Armand Xatu er läuft auf einem Mauerstück das ungefähr parallel zu eurem Gang verläuft ähm aber halt deutlich niedriger ihr schaut quasi von oben auf das Mauerwerk der Vampir zieht einen glatzköpfigen Mann mit Tattoo hinter sich her in voller Eile da ist Benny hier ich seh nichts oh scheiße als würde er ihn verschleppen wollen der Zauberer er zieht ihn mit solcher Wucht dass der Gefangene anfängt laut zu schreien blut tropft an scharfen Fingernägeln die sich in das Fleisch gebohrt haben auf dem Boden ihr glaubt dass ihr ihn einholen könntet ich möchte den Vampir auf den Kopf spucken ich möchte den Vampir auf den Kopf spucken er ist ein bisschen weit weg ihr erkennt folgendes der entfernt sich von eurem eigentlichen Ziel und Lilly und Dr. Jockel können schlussfolgern dass ihr euch an einem Scheidepunkt befindet entweder ihr rennt den Weg weiter und nehmt den linken Gang um in die große Halle zu den Vampirjägern zu gelangen laut des Grafenbeschreibung und die Freiheit in die Freiheit zu entkommen oder ihr lauft rechts entlang und Amanxatu und dem glatzköpfig tätowierten hinterher entgegen der Freiheit ok was sagt unsere Vampirjäger Anführerin hört mir zu wir müssen hinterher es bringt uns nichts rauszulaufen es wird wir werden trotzdem verfolgt wir werden wahrscheinlich trotzdem getötet ihr seht was da passiert draußen oder wir brauchen Benedikt Benedikt ist so ein großer Magier er kann uns helfen aber nicht wenn er tot ist ich kenne Benedikt gar nicht warum sollte ich dem helfen und was wenn ich tot bin naja du hast gehört was für ein großer Magier er ist oder dafür musst du ihn nicht kennen hä aber Lilly wenn der so ein großer Magier ist warum müssen wir den dann retten naja weil er gerade nicht wirklich viel machen kann wie du es vielleicht siehst oder weil wir mächtiger sind ich wollte gerade nur Bestätigung haben dass wir wichtiger und wichtiger sind so Lilly du machst sie sagen was empfiehlst du wir sollen hinterher ich denke schon wie gesagt es bringt uns nichts abzuhauen aber am Ende ist es eure Entscheidung ob ihr mir folgt oder nicht ich will wissen was Opa dazu sagt ähm also ich hab auch zu Hause sonst noch ein Bett und das ist verhältnismäßig schon wesentlich angenehmer als weißt du ob dein Zuhause noch existiert nachdem was daraus vorgeht ich sag mal so ich lass es drauf ankommen aber du kannst ihn doch auch du wolltest doch ein Autogramm haben das ist doch dein Vorbild also Benedikt in der Tat ich mein Autogramm nicht direkt aber ich vielleicht ja gut ihr habt mich überzeugt ich kann sehr gut malen ich könnte von euch ein Bild malen wenn ihr mir sieben Stunden gebt Opa hat vorhin erzählt dass Benedikt sein Vorbild ist oder war ja vielleicht bringt er dir geheime Zaubersprüche bei wenn wir ihn retten ich hoffe er kann einen geheimen Zauberspruch aufheben aber das tut mir nichts zur Sache äh nun gut die Kleinen zuerst dann lass uns ihn hinterher die Kleinen zuerst los los Endaya schmeiß mich den Korridor entlang wirf mich wirf mich also ihr entscheidet euch dazu den beiden zu folgen ja ja ihr lauft ihnen hinterher ihr folgt dem Korridor ihr lauft ein Stück ihr folgt Treppenstufen und mehreren kleineren Korridoren den rechten Gang haltet euch in die richtige an die richtige Richtung sodass ihr fünf Minuten später oder sogar schneller 2-3 Minuten später an der Stelle ankommt an denen an der die beiden gerade lang gelaufen sind dann seht ihr aus der Ferne noch wie der Vampir den alten Mann in einer Art kleineren Turm eine Art Wachturm oder so einsperrt also er geht da einfach mit ihm rein hinter ihm macht er die Tür zu und die beiden scheinen da drin zu sein ihr könnt das Mauerstück dahinter sehen und seht dass die noch nicht rausgekommen sind also die müssen sich eigentlich noch da drin befinden und ihr nähert euch diesem Turm wir wechseln die Map mhm und wir machen uns kampfbereit wahrscheinlich alle ihr macht euch alle kampfbereit ja die Waffen haben wir ja eh schon alle in der Hand ne zählt es welche Rüstung wir uns vorhin für uns selber ausgesucht haben ja du hast einfach deine Rüstung genommen ja ui 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 ist das ein verfluchter Drache ok es existiert nicht es ist wieder dunkel aber wir hatten noch vorhin eine Fackel ja ich bin die Fackel nicht weil ich brenne sondern weil ich die Fackel habe ihr seid noch ein bisschen entfernt aber das hier ist quasi dieser Turm wo die beiden drin stehen ihr lauft auf das Mauerstück zu und ihr wisst die beiden sind da drin in dem Moment wo ihr euch nähert hört ihr auch von drinnen bereits wieder Xatus Stimme er spricht laut du wirst niemals entkommen und dann ein lautes bruck als wenn jemand geschlagen wird wir müssen uns beeilen dieser Unmensch ich muss mit Benedikt reden ich brauche Rad und ich versuche die Tür zu öffnen wir müssen da rein ja wir müssen rein ok also ihr wollt einfach die Tür öffnen ich beschreibe euch den Turm noch ein bisschen genauer folgendes oberhalb des Daches weht Rauch aus einem großen Kamin und links und rechts an den Turmseiten also quasi hier um die Ecke seht ihr Balkone die mit dem Turm verbunden sind ok ich glaube wir sollten nicht einfach reinlaufen ok ich halte inne ich halte inne dann kann mich jemand hoch geben dann schaue ich durchs Schlüsselloch ähm ja ok wir haben einen Zugang übers Dach ähm Tillion zeigt auf den Rauch wir haben einen über die Ecke und auf den Balkon und über die andere auch das heißt wir könnten von drei Seiten vier Seiten angreifen können wir da irgendwie hoch ich kann jemand nein wir könnten jemanden hochhelfen schmeiß mich werf mich hoch ich bin leichter wer sind das glaube ich nicht was willst du denn oben machen ich bin viel beweglicher vielleicht erstmal reingucken da reingucken und dann mit einem ein Triple-Salt um mich auf die Werfen ich bin Profi da drin ok ich entscheide mich für die grazilere Version Doktor Jockel wollen sie da hoch und von innen hört ihr erneut ein ok wir du du hebst Mingsi hoch und ich ich nehm ich nehm Tubby ok oh Tubby los hoch da ich helfe Mingsi oben auf da ich möchte da durchs Schloss gucken durch dieses Schlüsselloch willst du nicht nach oben? ach du willst mich hochholen direkt nach oben oh mein Gott äh ich erleg mir mal selber ein Wisdom Saving Throw auf muss ich irgendwas würfeln eigentlich um da hoch zu gehen ne ist egal also nein ihr könnt euch gegenseitig hoch helfen also wenn jemand auf das Dach möchte ist das kein Problem ok ok dann bin ich ich möchte auch auf das Dach dann los Tubby na los du kannst dich ich helfe dir ok so oh mein Gott oh sorry warte du bist auf dem Dach ich du bist auf dem Dach ich ok ich sehe Tubby nicht mehr ich habe mich verloren Tubby ist auf dem Dach er guckt euch von oben nein bewegt dich nicht nach oben wie weit hast du mich geschmissen da ist ein Porter bewegt dich nicht nach oben du hast eine Portstelle für falls wenn man reingeht geht's dir gut Tubby ich bin oben ok wollt ihr mal reingucken von oben ja ich möchte ich schaue rein und frag mich was ich sehe ähm ich bin ja auch oben ich guck auch mit rein also oben ist ein spitz zulaufendes Dach und dann ist da ein Kamin du siehst Balkone auf die könntest du springen ja und du könntest rein theoretisch durch den Kamin springen geht über die geht über die Balkone rechts und links ja geht geht auf die Balkone und schaut was dort ist ok dann gehe ich auf den rechten Balkon ich guck links ich guck links ja ja ich guck links hup du bewegst dich auf den rechten Balkon ähm du siehst eine Glastür und auf der Innenseite siehst du eine das Innere eines Wachturms du siehst mehrere Rüstungen und Wachen die Waffen die nebeneinander liegen und unsere Waffen vielleicht aber möglicherweise ist da auch eure Truhe eure Truhe dabei da sind mehrere aber ist egal wir haben ja Waffen wir haben noch eh Waffen ähm und dann siehst du den Vampir wie er den älteren Herren nochmal schlägt du wirst niemals entkommen niemals diesmal spritzt etwas Blut auf den Boden zu älter Schelle hast du ein Problem? geh weiter Tabby geht auf die rechte Seite des Balkons und schaut ob jemand davon erzählen kann was er gesehen hat durch die Glastür aber er ruft das wahrscheinlich einfach ja und du siehst dass er ihm sehr schwer zusetzt ihr müsst handeln ok Mings über den Balkon du hast 10 Sekunden und dann gehen wir rein ich geh oben durch durch den wir müssen rein Schornstein ok alles klar zieh ich zieh drunter und lehne mich so ein bisschen mit Anlauf an die Tür damit ich einfach durchrennen kann aber du musst doch vorher die Tür oder so eintreten oder? nein ich würde einfach durch ich laufe entweder gegen die Tür und es passiert nichts ja das ist was ich kommen sehe Mingsi möchtest du durch den Kamin oder durch die durch den linken Balkon durch den Kamin wenn ich halt nicht jetzt sehe dass da drunter direkt Feuer ist oder so ich würde versuchen auf der rechten Seite soll ich auch noch hoch dann kann ich durch den anderen Kamin ihr müsst mir nur hoch helfen ich helfe ihr hoch Balkon meinst du oder? ok den Balkon ja 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 Lili klettert auf den Balkon links ja Doktor wollen wir die Tür kurz versuchen aufzumachen irgendwie ist die also ich würde sonst einfach die Klinke mal vielleicht oh die Klinke ja natürlich ist da eine Klinke? da ist ne Klinke ja ok dann warte ich darauf bis alle in Stellung sind kann ich auf den Balkon drauf von mir auf? ich machs für dich ist das auf meiner Seite auch ne Klinke an der Tür? ähm naja ist ne Glastür kann ich einholen das ist ne Glasschiebetür könnt ihr einfach ausschieben und dann kaputt hauen ok ich hau kaputt eine Sekunde doch als der Doktor nach der Klinke greift merkst du auch dass meine Hand ein bisschen zittert mehr als eben noch alles gut alter Mann Mingsi? ja? brauchst du noch Unterstützung da oben? ich hätte noch jemanden für dich ich bin Einzelkämpferin sicher? sicher? warst du überhaupt durch den Kaminen? erneut ein Schlag wir müssen dann los wir müssen ins Bein 3, 2, 1 und die Tür geht auf und rein ich geh durchs Fenster ähm möchtet ihr die Balkontür aufschieben oder einfach durch die Glastür ich schieb die ich schieb die einfach auf kurz ich renn da einfach durch die und Tillion macht oben die Tür auf ich mach von oben die Tür auf genau ok äh ich zieh euch auf die richtige Map der Reihe nach der Reihe nach ja ok alles klar oh Gott voll cool voll krass so Tür ist auf ok links rechts können wir noch nicht rein ne da ist eine Mauer halt also du musst uns glaube ich ziehen ach da ich hab's gar nicht gecheckt ok ihr müsstet jetzt alle ja hier genau sehen was passiert ähm ich seh da nicht wirklich gerade ok kann sie schon rein also könnt ihr schon können wir selber nicht was siehst du denn da ist so ein Schatten also genau da ach so an der Stelle hier siehst du nichts ne ja das ist normal das ist ähm okay hier ist der Kamin genau der Schornstein der hier steht und da kannst du nicht durchgehen ok ähm ok also folgendes passieren Tillion und Doktor Jockel marschieren einfach durch die Tür rein die nicht abgeschlossen ist auf der rechten Seite Tubby Athletics Check bitte lieber Kurt äh ja schlägt Tubby die Glas Tür einfach kaputt überall breiten sich Splitter und äh Glassplitter aus und es klirrt laut ach so der Vampir guckt unglaublich irritiert und auf der linken Seite kannst du die Tür einfach auf äh schieben im nächsten Moment hört ihr ein als eine Gnomin plötzlich hinter dem Vampir auf dem Boden aufschlägt und ein, zwei Mal vor sich herfurt sind mach nen ich mach da nen Salto nach unten elegant mach nen Acrobatics Check du machst kein Salto ach so Acrobatics ähm ok du zwängst dich in den Kamin fällst runter landest auf den Knien und kannst ein Pursfilmer machen und grazil wieder auf die Beine springen Tadaaa Was zur Hölle ist denn jetzt los? Run Initiative Let's go wie ging das nochmal rechtsklick auf dein Avatar ne und dann auf die Schwerter mit dem Schild oder? ne erstmal nein warte man muss sagen ja genau das ist das hui du kannst einfach dein in deinem in deinem Charaktersheet oben links auf inni drücken auf inni auf inni genau oh my god oh no oh my god und dann könnt ihr einen rechtsklick machen auf die Schwerter oben rechts und habt so ein kleines Fenster das ihr dann bewegen könnt das ist die Angriffsreihenfolge ah ah ok oh god alter Tavi hat heute eine wirkliche voll gut ich bin auf jeden Fall der Letzte der angreift mit der Info das ist nicht schlimm ich raff das nicht mit dem Schachter oben rechts ja 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 ab ab danke ok Lilly warte 28 28 ist sie bei mir nicht ach so das ist nur das ist was anderes ok 28 inni ähm 14 du bist zuerst dran du siehst wie Amanxatu der Vampir sich irritiert in alle Richtungen umschaut was passiert hier und wie der glatzköpfige Mann auf allen Vieren schmerzleidend auf dem Boden raubt ok ähm dem geht's richtig schlecht dem Zauberer er ist nicht tödlich verwundet oder so wenn man ihm die Chance geben würde könnte er sich wieder aufrappeln ok 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 ich würde direkt meinen Drachen beschwören weil ich mir jetzt denke ok ich glaube wir brauchen ein bisschen Unterstützung und schreie Akando wir brauchen dich jetzt und beschwöre damit dann meinen Drachen ja wohin es wird eine Drache beschworen what ja so äh Akando wird zu in der Nähe egal genau so ich hier so in die Nähe ok 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 holy shit der materialisiert sich einfach aus dem Nichts wie groß ist der? ähm der ist äh 1,40m ach so ein so ein Handlicherer der kann auch nicht fliegen in der Handtasche sagt der 92cm Typ ey Entschuldigung ich komme aus einem ganz großen Charakter für mich ist das alles neu ok er taucht neben dem Vampir auf genau äh kann ich jetzt noch das war jetzt glaube ich auch schon mein mein ich kann jetzt nicht nochmal angreifen oder? nein aber du kannst ihm einen Befehl geben mit deiner Bonus Action ok mhm Akando greif ihn an los und ich befehle ihm dass er direkt den Vampir auch angreift mhm ähm beide ne? ja uuuuuh schöne Treffung uiuiuiui ok möchtest du das selbst beschreiben oder soll ich es beschreiben? du triffst also Akando trifft das kannst du beschreiben ok du siehst ihr seht wie Lily da steht diesen Drachen beschwört und plötzlich rennt er auf dem Vampir zu 24 das Maul zieht sich auf und er schnappt nach dem Bein arg und trifft ihn du darfst auf Damage klicken äh ja nice sehr gut gut gemacht Akando Akando möchte ein Stück Fleisch rausbeißen kämpft aber mit dem Fleisch guckt dich dann so ein bisschen irritiert an äh lässt auch los nach dem Biss und die Stelle blutet leicht aber vor allem dir Lily wird klar spätestens jetzt dieser Vampir ist älter und mächtiger als der Durchschnitt und nicht so leicht zu verletzen oder zu töten mhm du könntest dich noch bewegen glaub ich ähm ja wie ist das denn wir sind noch sind wir noch oben ja ne ne auf dem Balkon bist du auf der gleichen Höhe ja aber sie hat doch die Tür aufgemacht du bist auf dem Balkon du machst die Tür auf und du trittst du kannst quasi ins Innere treten so als du in dem Zimmer bist okay ich kann nicht rein nicht bewegen könntest ne das war ich das war ich das hat er ja schon gemacht also achso das hab ich ja schon gemacht genau sorry sorry ich geh aber äh hier hinten hin mhm du kannst die Info auch teilen die ich dir gegeben hab ne ähm achso ja ähm ok Leute passt auf das ist kein normaler Vampir der ist auf jeden Fall schon älter scheiße man es gibt normale Vampire äh es gibt ältere da kann du Gott ihm nicht mal Fleisch rausbeißen also das muss schon was heißen denk an diesen silbernen Pfeil den wir bekommen haben ja was welcher Pfeil nix ihr jämmerlichen sterblichen ihr könnt mich nicht töten ihr närrischen Idioten und im nächsten Moment während Mingsi immer noch da steht mit ihrer tada pose dreht sich Zatu in deine Richtung Mingsi dankeschön und beugt sich nach unten kommt ich brauche von dir einen ne was ist deine Amoklas Leder ähm was ist die Zahl in der in dem Schild da steht ne Zahl genau in diesem Schild ihr seht wie Amok Satu sich nach unten beugt und Mingsi packt richtig hoch hebt so dass du jetzt mit dem Rücken an seine Brust gepresst bist quasi seine ne 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 ich wollte ich konnte das gar nicht einordnen was der macht er packt sie zieht sie an sich ran trägt sie und mit seinen Fangzähnen nähert er sich deinem Hals what kann ich eine Reaction benutzen immer für den Fall dass da jetzt hier Schaden ausgeübt wird würde ich Cutting Words benutzen für ihn ja du siehst wie sein Maul sich öffnet und die Fangzähne sich ihrem Hals näher ja also ich benutze Cutting Words als ich sehe dass hier irgendwelche blutsaugermäßigen Dinge gemacht werden äh wenn ein äh when a creature that you can see within 60 feet of you make an attack roll or an ability check or damage roll you can use your reaction to expand one of your bardic inspirations rolling a bardic inspiration die and subtracting the number roll from the creatures roll also ich kann jetzt sozusagen denn was rolle ich denn da du rollst ein bardic die warte mal ein d6 und das muss er dann abziehen bei seinem Versuch sie anzugreifen oh verdammt und ich äh ich sehe das also Tillian sieht das dass er da so mit seinen Fangzähnen rumfummelt und greift in seine greift in seinen um in seine in seine Rüstung und holt so eine Panflöte raus und holt so eine Panflöte raus und spielt den braunen Ton ach der ist ganz außen was ist das denn seine Zähne fangen an so ein bisschen zu verfaulen also so werden sie leicht schwarz und er kriegt so ganz üble Karies ach sehr gut Tillian und beißt sie nicht sofort dreht er sich fauchen zu Tillian glaubt ihr wirklich dass das euch weiterhilft ja vielleicht für den Moment aber am Ende des Tages seid ihr nur sterbliche ich habe schon hunderte aber dutzende wie euch aufgehalten die alle dachten dass sie fliehen können und er fängt an zu grinsen und dann ist Tillian dran ok let's see ähm ich würde also es ist jetzt aber kein also wurde jetzt kein Angriff ausgeübt ne so wie ich das jetzt verstanden habe er hat versucht anzugreifen und hat es nicht geschafft ok ich zeige mit meinem also erstmal gehe ich ein bisschen in den Raum rein und gehe so in diese Richtung also ich teile mich so ein bisschen auf ich gehe in den Raum rein ähm ich ähm ich ähm was hole ich denn raus ich hole ich hole eine große gewöhnliche Trommel aus meiner Tasche und dazu einen einen Schlagstock und überdenke kurz die Situation packe die Trommel wieder weg und hole eine viel kleinere Trommel aus der Tasche heraus und fange an auf der auf der herum zu schlagen und baue Spannung auf und zeige dann mit dem Trommelarm auf ihn und sage mögest du eine Wurzelbehandlung bekommen ohne Betäubung und äh und äh jetzt muss er einen DC äh Wisdom Saving Throw machen er fehlt und er kriegt einen Schaden aber das ist nicht so schlimm denn er hat beim nächsten Angriff Disadvantage Oh Ich meine teuren Zähne So also er hat beim nächsten Angriff Disadvantage und ähm mit als Bonus-Attack benutze ich Bardic Inspiration ähm Bardic Inspiration und 5 auf ähm Mings also ich zeige dann noch Oh die können die 5 selber würfeln wenn sie möchten also die 5 kannst du ignorieren Achso kann ich ignorieren die holen das selber aber ich trommel dann weiter und zeige Mings Schlitz ihn auf los und du äh kannst sozusagen jetzt bei deinem nächsten Attack-Safe oder Ability-Check kannst du einen D6 draufballern Genau Du fühlst dich inspiriert von Tilion Okay 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 Also Tilion Ich versteck mich aber dann zwischen den Stühlen Okay Er versteckt sich zwischen den Türen Stühlen und spielt weiter auf seiner Trommel Mingsi Der Magier der da äh noch ist der ist wie der zusammengekauert gefesselt Der versucht langsam aufzustehen er hat Handfesseln und ein komisches kupferndes Halsband das er trägt wie so eine Art Ring er stellt sich langsam auf und atmet schwer und dann sagt er Ihr könnt ihn nicht verletzen und seine Stimme leidet wirklich was vielleicht auch an dem Halsband oder dieser diesem Gold oder Kupferring liegt den er trägt Ihr könnt ihn nicht verletzen Ist das mit dem Schloss irgendwie versiegelt oder? Ja Okay Wo guckt der Vampir hin? Zu dir zu Tilion zum Drachen der guckt immer mal so ein bisschen in die in die Runde Okay dann würde ich versuchen ähm dem Vampir meinen Blütenstaub ins Gesicht zu werfen Wenn du den ich habe ich den? Ja hast du aber du müsstest ein bisschen weglaufen damit du nicht auch was einatmest Okay damit ich Abstand nehme und dann in seine Richtung werfen in die Augen Wo willst du dich hinstellen? Links oder rechts von ihm? Ähm näher an den an den Magier hier so die Richtung Okay Auch rechts Ja 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 Gib mir einen Dexter Mach ein... warte mal Hast du schon öfter mit solchen Säckchen geworfen? Ja das ist quasi meine Spezialität Okay Gib mir einen Dex Tarity Check Sackschmeiß doch hin Einen Safe oder was? Dex Tarity Check ganz normal einfach die linke Zahl Linke Zahl Kannst auch Slide of Hand nehmen da kommt das gleiche bei Raub Oh Aber du kannst den D6 oben drauf werfen Du kannst noch am D6 Crit Run Also Ja es ist halt trotzdem genau Es ist halt trotzdem kritischer Misserfolg Ähm Aber gab es da nicht sowas mit dass man nochmal würfeln darf? Du bist halblinkt Du darfst nochmal würfeln Nein sie ist Gnomen Sie kann das nicht Ach scheiße Du darfst nicht nochmal würfeln Du hast keinen Vorteil Ähm No Du ziehst das Pulver und du möchtest es in seine Richtung werfen Er kriegt das mit und in dem Moment wo es sich aus deinen Händen löst schlägt er es mit einer Hand instinktiv in dein Gesicht Und die Kräuter diese staubige Substanz breitet sich bei dir aus Pfff diese Sporen Gib mir mal einen Constitution Saving Throw So Glück gehabt Okay Du hast schon öfter mit Giften und ähnlichem hantiert Du weißt genau wie du dich verhalten musst Du hältst die Luft an Drehst dich in die andere Richtung damit nichts in deine Nasenporen kommt und wartest das Pulver beeinflusst dich nicht Huf Möchtest du noch was machen? Äh Ich würde gerne versuchen während ich mich wegdrehe die Fesseln von dem Magier zu lösen Das Werfen war deine Action Du kannst die nicht mehr lösen Okay Du kannst dich noch bewegen Ansonsten erstmal nichts Okay dann würde ich mich gerne hinter diesen Magier von dem Vampir wegbewegen Ohja Du bewegst dich ein bisschen weg Right Doktor Jockel Ich bin dran? Ja Äh Oh nein Diese diese Musik doch nicht diese Musik und ich fang also an zu zittern Doktor ich fang an nicht zusammen zu kauen und am ganzen Körper zu zittern Keine Trommeln Keine Trommeln Trommeln in der Dunkelheit Äh und ich caste verständlicherweise äh verwandele ich mich Ich möchte Wild Shape casten In was? Ich möchte zu Mr. Breit werden Dr. Jockel und Mr. Breit? Oh mein Gott Gib mir Mühe es laut zu machen Ich muss ein bisschen leiser Ja Mr. Breit Also ich meine Haut bricht auf Überall kommen Muskeln aus mir raus Ich versuch dagegen anzugreifen Nein Mr. Breit Mr. Breit Oh mein Gott Oh mein Gott Und der Gorilla steht sofort da und fängt an wild zu atmen Überall an ihm hängen noch so Fetzen von meiner zerrissenen Kleidung Um seinen Hals hängen zwei kleine Fiolen mit einer Tinktur Ansonsten quasi einfach nur riesiger Gorilla Und Mr. Breit stürzt sich sofort auf diesen Vampir Ja Alter Schwede Ich möchte den greifen Und einfach mit dem Kopf zuerst auf den Boden schlagen Okay Also du möchtest ihn fixieren oder möchtest du ihn verletzen? Ich bin Ich geh mal davon aus ich bin mindestens eine Klasse eher zwei größer als er, richtig? Du bist eine Klasse größer Okay, dann ich Okay, ich würde ihn fixieren mit beiden Händen und anfangen ihn zu zerquetschen Okay Gib mir einen Athletics Check Okay Du darfst ihn gerne auf Advantage machen Wow Ich nehme die 22 Das ist schon stark Mr. Breit Beschreib mir, wie du ihn fixierst Es gelingt dir Okay, Mr. Breit holt mit den Händen von oben so aus und schlägt die quasi zusammen Die Druckwelle Die Ohren vom Drachen flattern so Irgendwie so Und man hört das Trommelfell so leicht vibrieren In dem Moment, als die Hände zusammen schlagen Der Vampir, also man hört ihn noch kurz mit seiner komischen Möchtige in tiefen Stimme Und dann ist nur so ein Was ist das? Wenn ich so seinen Oberkörper greife und anfange zuzudrücken Drückst du ihn auf den Boden? Ne, ne, ich drück nur zusammen Also einfach zwischen deinen Händen so Jaja, genau Ich habe so seinen Oberkörper gegriffen und beide Hände greifen um ihn und fangen an zusammenzudrücken Das Und der Gorilla ist halt, da ist nur Hass in den Augen von dem Gorilla Das Ist neu, ist Mr. Breit Möchtest du noch was tun, dich bewegen? Fucking Ich kann mich bewegen? Du kannst dich bewegen, du hast noch dein ganzes Movement Du kannst ihn mit dir ziehen, aber Jedes Movement ist difficult terrain, also doppelt Movement, wenn du mit dir stehst Zu dem! Ich rufe zu dem Affen Zu dem, ich rufe zu dem Affen Zu der Vampirjägerin Wegen dem Ding So Und Fang an ihn so durch den Raum zu drücken Also ist halt wirklich so Mr. Breit ist die, keine Ahnung, keine kontrollierte Kreatur Sondern drückt halt diesen Drachen so beiseite, drückt diesen Magier so beiseite und fängt an über diesen Tresen weg zu gehen Also der Körper von dem Typen wird auch so an der Kante so lang geschliffen Ja, du kannst dich bis ungefähr neben den Tisch stellen Ja Okay, dann stelle ich mich bis hier Ähm, du kannst dich bis hier sogar, wenn du möchtest Okay Und Er packt den Vampir einfach und hebt ihn hoch und geht in deine Richtung, Lilly Lass mich sofort los! Tabi Tabi Das bin ich Ich habe meine gezückte Großachse bei mir und möchte gerne Also, ich muss in den Nahkampf, klar, ne? Ich gehe in den Nahkampf, ich laufe in den Nahkampf Aha Wie viel Movement hat Tabi? 25 Fuß Also kann er doch hier hinkommen, oder? Ja Und geh da hin mit deinem Dings Und bei dem Anblick des großen Affens und des kleinen Affens hinter mir Dreh ich komplett durch und würde gerne ragen So richtig Okay Tabi rastet richtig aus Oh Mann Von vorne und hinten wird er angeschrien Was soll denn das? Das ist aber Ache Ich krass aus Tabi identifiziert sich quasi mit dem Affe Und ich rage rum Und eskalier komplett Du kannst ja nochmal, ich glaube du kannst Rage auf deinem Charakter-Dings drücken und einfach in den Chat posten Ja, 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 das hatte ich jetzt vor Äh, Rage ist ziemlich viel zu lesen, aber im Prinzip macht es Dass alle um mich herum bis zu einem bestimmten, oder um den Mob, quasi um den Boss jetzt herum, dass ich die buffe, wenn sie Damage machen Ja, durch dein Wolf-Totem, das kannst du auch nochmal posten Genau, ja Oh krass Ich habe nämlich ein Wolf-Totem dabei Du bist das quasi, du bist die Verkörperung eines Anführers Genau Ich poste es für dich Ist das hier? Oder ich mach schon Okay, nice, dann mach ich halt wieder aus Das ist ja meine Action jetzt gewesen, richtig? Ähm Also ich stehe quasi davor, seh den Affe, seh alles in Rage Rage ist deine Bonus-Action, du hast noch deine Action, du könntest angreifen Angreifen Ach ja, dann hauscht ihn jetzt Und Tabi, Rage, komm vielleicht Identifiziert sich mit dem Affe Der Affe hält ihn dir so hin Möchtest du auf deine Verteidigung scheißen und einfach draufzimmern? Ja, komm, ja, ja, klar Okay, dann Reckless Ja, Reckless-Attack Dann noch Reckless Ich scheiße auf meine Verteidigung, die bei so weit 13 ist Und er heilt rein Du darfst einen Weapon-Attack machen Ich hebe meine große Angst, komplett außer Kontrolle Und wird mit der Großakt zuschlagen Ja, machs Du hast sogar Advantage, ne? Und ich kann nochmal, ne? Ja Auf das Plus Ähm Okay Du triffst Auf Damage, ne, ne? Ja Ui Willst du selber beschreiben, wenn du die Axt, wo du die reinhaust? Hm Tabi schwingt seine Axt und trifft den Vampir Nähe, Nähe seines Bauchnabels, weil Tabi ja klein ist Mit voller Wucht Und du hinterlässt eine kleinere Wunde als dir lieb ist, obwohl du schon ordentlich zuschlägst Vielleicht rasierst du sogar schon ein Stück Bauchnabel ab, der dann einfach durch die Luft fliegt Ja Oder den Weg des Glücks, ne? Man weiß ja nicht Ja Okay Ah, mit solchen Tricks könnt ihr mich nicht aufhalten Und der guckt euch richtig herab, lass die Axt Du bist doch breit ein bisschen doller als der anfängt zu reden Das hilft euch trotzdem nicht Wenn ihr nicht Dann werden wir ja noch ein Sehen Und äh Lilly, du weißt auch, dass wenn man mächtige Vampire tötet Die sich meistens In Luft auflösen oder irgendwie anders hinkommen, irgendwo anders wieder neu formen Da seid ihr euch noch nicht so ganz sicher Aber das wissen Vampirjäger, dass die echt schwer endgültig zu töten sind Mhm Okay, ähm Lilly ist dran jetzt, ne? Ah, yes, Lilly ist dran Ja, ich war der Letzte Genau Ähm Ich richte mich, äh An, äh, Benedikt An den Magier Und spreche mit ihm, äh Benedikt, bist, bist du's? Ach, ja Ja Hast du, hast du irgendwelche Informationen über, über den Vampir? Und ihr blickt in dieses gequälte Gesicht Einer Person, die schon seit langer Zeit in Gefangenschaft gehalten wird Auch Ein gebrochener Blick, aber mit so nem Funken Hoffnung in dem Moment, wo ihr da seid Mh Oh ich so Was hast, nochmal Kannst du die Frage nochmal glauben? Hast du, hast du irgendwelche Informationen, die uns helfen? Ach Ich Ihr könnt ihn nicht mit normalen Mitteln aufhalten Mh Okay Das dachte ich mir schon Ähm Wir haben, wir haben den, den, wir haben einen Flock Wir haben einen, äh, magischen Flock Einen Pfähler Ja Benutzt ihn Der ist größer als ich Okay Das sind die Anti-Vambir-Partei Ich spreche keinen Gorilla Mh Mh Fixieren Ähm Ich hole meinen Bogen raus Und, äh, wird dann, äh, Ensnaring Strike benutzen, um, äh, den Vampir noch etwas mehr zu fixieren Mit Ranken am Boden fest zu fesseln, damit, äh, Mr. Breit nicht nur die ganze Arbeit hat Ja Ähm Die, der Zauber-Ensnaring Strike ist eine Bonus-Action Du müsstest dann einen Fall schießen, was wäre, das wäre deine Action Du könntest den Fähler, diesen Flock, allerdings an wen anders abgeben, damit der das fortführt und dich nur auf deinen Bogen konzentrieren, wenn du das möchtest Der Affe, der Affe, der Affe Okay Du siehst, dass Mingsi auch schon auf der anderen Seite des Tisches vielleicht so ein bisschen zappelige Füße kriegt Sich wieder umdreht Ich hab, ich hab eine Frage wegen dem Wolfstoten, ne? Ja Muss ich die anderen jetzt daran erinnern, wenn die gleich schon Damage machen, quasi? Kannst du machen, ja Okay Ähm Was vielleicht als Tipp noch ganz gut, wenn du jetzt den tötest, er halt nicht mehr dran Genau, also er ist jetzt halt nach dir direkt dran Ich würde dir sogar erlauben, den, ähm, den Flock um eine Pfeilspitze zu binden oder so Ui Kann ich das einfach kombinieren, den Flock mit, äh, mit diesen, mit diesen Ranken? Du kannst jetzt die Ranken benutzen und dann kannst du einen Pfeil schießen oder du kannst die Ranken benutzen und mit deiner Aktion den Flock um die Pfeilspitze binden, eins von beidem Okay, ne, dann, dann würde ich einfach den, den Flock nehmen und, äh, ja, als Pfeil sozusagen und, äh, den Pfeil oder beziehungsweise, äh, ja, den Flock halt, äh, in den, in den, in den Vampir schießen mit meinem Bogen Okay Wir haben nur den einen Du darfst nicht verfehlen Den einen Wähler Den einen Wähler Du siehst, dass er Trotz der großen Gorilla-Pranken Trotz der großen Gorilla-Pranken Zappelt er, windet sich und ist sehr kräftig, ne, er schafft das sogar einigermaßen, den Teils auseinander zu drücken Zusätzlicher Halt wäre nicht schädlich, aber du kannst auch versuchen, den Flock zu benutzen Äh Oh mein Gott Oh Gott Er ist wirklich kritisch Nein, fixieren Okay, okay, okay Ähm Fixieren ihn Minksi, soll ich, soll ich dir den, 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 den Pfahl zu, kann ich, kann ich mit dem Bogen dann den Pfahl einfach zu ihr befördern? Du kannst den einfach, du kannst den einfach durch die Luft werfen, ich erlaub dir das als free Okay Minksi, hier, nimm, nimm du den Pfahl, äh, den, den, den Flock erstmal Ja Ich, ich, ich versuche ihn noch weiter zu fixieren Und dann geh nicht den Affe Der ist doch, der ist doch viel später Ist das, der ist ja, äh, erst am Ende dran, oder? Der ist mit der Liste Ah Der hat keine Hand frei Der kann auch nicht reden, der Affe, ne, also dem kannst du keine Pläne machen Ja, ja, das ist glaube ich nicht so gut Aber mit mir Alright Okay, ich werfe Minksi den, den, den Flock zu Mhm Ähm, und danach, äh Würde ich dann meine Insane Strike benutzen, um, äh Den, äh, Vampir zu fixieren Okay Ähm, Car Spell einfach, ne? Aha Der Flock Wird durch die Luft geworfen Minksi, mach mal einen Side of Hand Check als Reaction Wie, warte, 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 warte Ja Er fällt neben dir auf dem Boden Uff Aber du kannst die Bardic Inspiration benutzen, wenn du möchtest Ja, das solltest du tun Du kannst also einen D6 nochmal würfeln Ja Ja Du hörst hinter dir die Trommel von Tillion Gibt das nochmal? Einfach Slash, eher, äh Ein D6 Das reicht Ja Mit einer 10 kannst du ihn fangen Also folgendes passiert Lilly wirft den Flock in Minksis Richtung Hinter ihr die Trommel Geräusche Sie dreht sich rechtzeitig um Fängt den Flock aus der Luft Im Rhythmus Und die Spuren verschwinden Lilly Du darfst deinen Zug weitermachen Ähm Der Snaring Strike wurde gecastet Mhm Also auf, auf Damage oder was? Du Ziehst einen Pfeil Du Lässt deine Magie in die Pfeilspitze fließen und Jetzt darfst du einen Stack Roll machen Mit deinem Longbow Achso Äh Warum funktioniert das nicht? Moment Ah Oh mein Gott Wo zielst du hin? Ähm Ich ziele Auf Den Oberkörper Sodass Ja er von den Ranken Gefesselt Also durch die Ranken halt gefesselt wird Und sich dann auch nicht mehr so gut bewegen kann Was sind das für Ranken? Ganz normal natürliche Oder sind die vielleicht auch so ein bisschen auf dein Theme angepasst So ein bisschen da Wie dein Drache zum Beispiel? Ja die sind halt äh Mit Dornen versetzt auch zum Teil und äh Okay Grün Unkelgrün Du schießt auf seine Brust Und du triffst ihn auch Und im nächsten Moment Gelingt dein Zauber als mehrere Ranken aus der Pfeilspitze schießen Und sich um ihn herum aufbauen Mit dem Boden Mit dem Tisch Überall drum herum Drumherum mit verankern Und Dornen sich in sein Fleisch sporen und ihn fixieren Was fragt ihr? Was soll das? Wow Voll wichtig der Treffer Er wird jetzt von deinen Dornen fixiert Kriegt er auch noch Damage? Ja Ähm Vom Longbow ne? Du darfst noch auf Den Damage bei Longbow klicken Und bei Damage von deinem Inspiring Strike Ja gut Den kriegt er jedes Mal wenn er dran ist Solange er von diesen Dornen befallen ist Okay Oh wow ne Elf Krass Okay der Pfeil bohrt sich richtig tief in seine Brust Okay Möchtest du noch was machen? Ähm Ich würd noch Ne ich glaub ich bleibt da stehen Okay Tillian Ich? Oder war Mings die Frau? Ich glaub du bist Ne ne Ich dachte der Also wenn ich dran bin Okay Achso ist er erst dran? Ja Okay ja sorry Ähm Er versucht sich von den Rangen zu befreien Schafft es allerdings nicht Ja Nice Und Und jetzt seht ihr wie sich Hass in seiner Gesichtsmimik ausbreitet Wie er anfangen so ein bisschen wie der Gorilla hinter ihm so ein bisschen unkontrolliert zu sabbern Ihr Werdet mich niemals aufhalten Ich werde euch alle der Reihe nach abschlachten Ich Ich habe 25 Fuß Movement Ich hoffe es Das hier ist ein Tisch wahrscheinlich ne in der Mitte Ja Okay Der Affe blockiert diesen Zugang hier der ist ja riesig Ne Wir sind zwei Klassen auseinander du bist halblängen ne Du kannst einfach unter mir durchlaufen Ah ich kann unter den durchlaufen Okay Willkommen in der Welt der kleinen Charaktere Ja ich glaube es reicht trotzdem leider nicht um auf Nahkampf zu kommen Leider nicht ganz Fünf Fuß zu wenig Deswegen Bewege ich mich Du kannst ihm die Fesseln abmachen Ich habe leider nichts zum abmachen Fußnagel Ich überlege ganz kurz So ich Ich habe eine Idee Ich gehe runter zum Tisch Beziehungsweise im Moment ich hole mir kurz meinen Lineal dann weiß ich wie viele Fuß das sind 15 Fuß hier hin Und Zaubere Benutze einen Zauberspruch Und benutze Silent Image Und ich möchte um den Um den Vampir Als Also für den Für Style Mehrere Silberne Flöcke Auftauchen lassen Oh das ist gut Die alle Sich um ihn rum Bewegen In so eine Art Illusions Magie Damit er nicht erkennen kann Was der echte Flock ist Und er ständig die Bedrohung hat Dass der nächste sein Ende sein könnte Dafür Hol ich meine Für diesen besonders tödlichen Zauber Hol ich meine Laute heraus Und Verzaubere ihn Jetzt Warte ich poste kurz den Spell Also ich hole meine Meine Laute heraus Und werde in einem Umkreis von Jetzt kommt Achtung nicht Erstecken Kommt glaube ich ein Block Scheiße ich habe hier gerade Zack Und in diesem Umkreis bewegen sie Bewegen sich so Flocks um ihn rum Also so Flöcke So silberne Flöcke Und ich hole meine Laute raus und sage Hier Ich hoffe davon lässt du dich beeindrucken Und dann kommen überall diese Spitzen silbernen Vampir Töter vor ihm Und du siehst wie sein Kopf Anfängt Sich nach links und rechts zu bewegen Und versucht herauszufinden wer wer ist Naja er weiß ja dass das alles Illusionen sind Der Echte ist ja noch bei Mingxie Aber er ist trotzdem irritierend Gut dann Und dann 15 Fuß bin ich gegangen Gehe ich noch 10 Fuß 10 Fuß nach unten um den Weg für Mingx frei zu machen Damit sie da nicht Probleme hat beim Durchlaufen Okay Und für meine Bonus Action hole ich meine Trommel raus Und gebe Mingx wieder Bardic Inspiration Der kann sie selber öffnen Ja genau ich wollte es nur Damit der Bardic Inspiration Wurf weg ist Und bei dem nächsten Attack Roll Kannst du dir wieder 1 D6 oben drauf Okay Mingxie Okay du Stinkervampir Du hast es gemingst Ja du musst rumlaufen Also du kannst nicht direkt hinlaufen Also wenn du nicht durch den Kamin brechen möchtest Musst du um den Kamin Achso das Kamin Ja Okay Dann laufe ich hier Und dann einmal unterm Tisch entlang Okay ja Komme ich hier so raus Oh das ist gut Ähm Jetzt ist die Frage Wenn ich meinen Staub benutze Ist das eine Bonus Aktion? Nein Das ist eine Action Also du hast jetzt In einer Hand den Flock Den magischen Und in der anderen erstmal nichts Wenn du den Staub benutzt Ist das eine Action Wenn du angreifst Ist das auch eine Action Also kann ich nicht Staub und Flock nutzen? Ne nur den Flock Richtig Oder nur den Staub Aber ist ja eigentlich eine gute Ausgangspositionelle Wird der immer nur festgehalten von den Rücken Ja ja das ist ja Ja das ist eigentlich Okay Dann komme ich so unterm Tisch hervor Und äh spring ihm schreiend entgegen mit dem Flock Richtung sein Herz Ahhhhh Nimm das Nimm das Du darfst wegen dem Totem Darfst du auf Advantage angreifen Ja Und du hast ein 1D6 oben drauf Voll krass Und es ist eine Sneak Attack Lilly Ja Möchtest du eventuell das Akando das Ganze noch verstärkt? Ähm Oh Kann ich das einfach machen? Ja du kannst Akandos Infused Strikes posten Und wenn du das möchtest Und ihm den Befehl dafür geben Okay Sekunde Äh wo ist denn das? Wo finde ich das? Bei Akando Einfach den Bogen von ihm öffnen Und dann Ach tja Ach wir dürfen einfach an der Totem an alles erinnern Ja 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 Ich dachte wir müssen halt so RP'n halt Ist halt cooler wenn ich es RP'n aber ihr dürft das auch so machen Ja ja Okay einfach in den Chat posten ne? Okay Okay Akando Hilf Minks los Okay Alter Ich gestalte das Szenario Folgendes passiert Minks rennt unter dem Tisch entlang Springt auf den Vampir zu Und ihr könnt jetzt immer mitmachen Während Doktor Jockel oder Mr. Breit Entschuldigung ihn immer noch zusammendrückt und versucht ihn anzugreifen Durch Tabbys Weisheit Erkennst du sofort die Schwachstelle Gib mir ein Weapon Attack auf Advantage Wie geht das? Mit dem Dolch? Ja Kannst du den Dolch dafür nehmen, dass es ein Flock ist quasi ein Dolch Auf das Plus drücken bei der 24 Ja Wow Okay Oh mein Gott Das ist Was denn das jetzt? 50 Schaden oder so? Also Minks Springt hoch Trifft das Herz Findet die exakt richtige Stelle Und Tubby unterstützt dich so gut Und Dass der dir mit der Axt von ihm Mit der flachen Seite der Axt nochmal auf die Rückseite des Pflockes gegen Donner Hör mal drauf Dabby Hör mal drauf Zusammen rammt ihr das Ding rein In dem Moment wo ihr das macht Aktiviert sich das Ihr hört so eine Art komisches magisches Surren Und wie ein Torpedo Spießt das oder spießt sich das noch weiter rein Währenddessen schreit Xatum Von hinten hört ihr die Trommeln von Tileon Und du darfst noch einen D6 drauf würfeln, Minksi Der Tote ist nicht vergessen, ne? Hat sie schon? Das ist schon drunter Hat sie schon Ah, ist schon, okay Aber du darfst noch einen D6 9 Und noch einen D6 Und noch einen D6 Von dem Infused Strike Ja Noch einen D6 Mit 29 Du triffst ins Schwarze Triffst so gut, wie du noch nie getroffen hast Gleichzeitig Wie hört sich Akando an, Lili? Eher so Oder eher so Wie klingt der? Eher so Okay Gleichzeitig Ist eher so ein bisschen tollpatschig auch Gleichzeitig konzentriert sich Akando auf den Angriff Hört auf Lilis Befehl Und Um den Dolch herum Siehst du plötzlich eine Art Magisch Auftauchende Säure Um den Flock herum Und All das Wird in sein Herz gedrückt Der Vampir zerfällt sofort zu Staub Ja genau das finde ich lustig Den können wir brauchen Genau das Und der Kampf ist vorbei Yeah Ja man We did it Sehr gut Leute Das war geil Weiß Alter das war ein mega Mega Foto Finish Ist übel geil Mit allen Mit allen Mit allen Support Sachen Also Bart Komplett gebufft Oh Läuft in eure Richtung Wir haben nicht viel Zeit Sie kommen Es wird dunkel Es ist dunkel Oh shit Und Und Das einzige was übrigens Zurück bleibt Ist ein Schlüssel der auf dem Boden fällt Auf der Asche von Xatu Er hat ungefähr die Größe wie das Schlüsselloch von Benedikts Halsring Ui Ich schnapp mir den Ganz schnell Aber wir hatten noch eh die Drehschebein Wir müssen Wir müssen Diese Hals Manchette Aufmachen Das ist ein Gürtel Wir müssen uns beeilen Hey Benny Ja Der stink Kannst du dich mal pücken Ich bin nicht so groß Oh mein Gott das will ich nicht sehen Ich bin zu alt dafür Vielleicht gibst du den lieber der Äh Elfin Affe Der Affe Gib mir den Schlüssel Ich mach das Schloss auf Ja hier bitte Bitte schön Macht Mr. Breit die ganze Einrichtung kaputt? Ja Mr. Breit läuft Amor und macht den ganzen Raum kaputt Der ist komplett auf 180 Den kann gar nichts aufhalten Okay Und die anderen lösen dann den Halsring? Ja Aha Er löst sich Und Benedikt Stellt sich erstmal vor Ich bin Benedikt Shaheen Ich glaube euer Gesicht Hab ich schon mal gesehen Und er guckt Lilly an Oh Oh Ja Danke Dass ihr mich gerettet habt Ich Konnte durch den Ring nicht zaubern Und er hebt einer seiner Hände und versucht eine Flamme zu erzeugen Und So eine kleine Flamme kommt auch Oh nein Macht er Feuer? Ein bisschen Ein bisschen Aber nur ganz wenig Man sieht es kaum Okay Mr. Breit rennt aus dem Raum und springt aus dem Fenster Oh nein Er schlägt halt die Tür kaputt, springt aus dem Fenster und ist weg Mr. Breit Mr. Breit Mr. Breit Tschüss Ui Was ist das jetzt mit Mr. Breit? Mr. Breit springt vom Balkon In die Dunkelheit Und Naja da ist ja bestimmt irgendwo ein Baum Du fällst sehr tief Irgendwann hört ihr ein lautes Bruck Und dann das Kreischen eines Gorillas Das unten auf dem Burghof Für Unruhe sorgt und in der Schlacht weiter wird Der Oden alles kurz und klein schlägt, Alter Geil Okay Wir müssen gehen, ja Wohin willst du gehen? Wir sind noch lange nicht draußen Na, nach draußen? Eigentlich hätten wir uns dann in den Gorilla festhalten können und der runter springen kann Wer ist der Tür? Äh, B-Benedikt, wo müssen wir hin? Wir Müssen Von der Mauer springen Von wer? Wir sind an der Rückseite Vertraut mir Mach die Tür auf, schnell Oh mein Gott Du hast doch Ich komm hier nicht durch Ich komm hier nicht durch Oh Kann du, komm mit Darf ich auf dem Drache reiten? Ja, kommst du machen Bring drauf Bleib still, Drache Warte, ich setz mich wieder nach vorne Oh Gott Ich bin vielleicht von der Mauer gesprungen Los, Drache, flieg 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 Stop, stop, stop Stop, stop Ich flieg mit dem Drache Snow? Ja? Ihr müsstet hier sein, also Ja, wir sind hier, genau Perfekt Auf der Mauer Ihr kommt hier auf der Unterseite des Turms wieder raus Okay, alles klar Kann ich mich da hin bewegen? Ja Ja, ihr könnt euch bewegen Und dann passieren zwei Sachen Nee, geht nicht Du musst mich bewegen Achso, wo bist du denn? Oh, sorry Ich bin jetzt Tabi, der Drachenreiter Oh, Breite Ich bin runter Ich bin schon wieder weg Benedikt jagt nach vorn Und Los, schnell, folgt mir Man rennt die Treppe entlang Rumpelt so ein bisschen Ach scheiße, ich kann Kann du dann nicht mehr feuern Ich bin schon wieder weg Ich kann nicht mit Hilfe Wo bist du denn? Rechts wieder Sobald ich mich bewegt habe Wurde ich da hin gepultet So Kann ich beide gleichzeitig steuern eigentlich? Ja, wenn du Drag & Drop mehrere Talk markierst Ich sitze auf dem Drache, ne? Ja Ah, okay Mach ich mal so Tabi, der Drachenreiter Kann ein Drache fliegen? Nee, der ist noch zu jung Scheiß, Drache Entschuldigung Runter von der Kando Oh Oh Nein, das war Warte mal, da ist der Apfel wieder Gib mir Gib mir mal einen Athletics Check Mr. Bright Gib mir mal einen Athletics Check Okay, okay Okay Also ihr lehnt euch an die Mauer Ihr guckt da runter Und ihr seht diesen Burghof Bewegt euch nicht zu weit Stopp Ihr seht den Burghof unten Und hier unten seht ihr wie mehrere Leute miteinander kämpfen Ihr seht so diese kleinen Silhouetten Und plötzlich bricht Mr. Bright wieder hoch an der Mauer Hat sich wieder hochgezogen War entweder nicht ganz unten Hat sich irgendwo festgehalten Oder ist den ganzen Weg wieder hochgeklettert Und marschiert weiter Ähm, Benedikt erschreckt sich Oh, da müssen wir sowieso lang Und dann passiert folgendes Bevor ihr euch diesem Mauerstück zu Ähm Bevor ihr euch diesem Mauerstück richtig nähern könnt Bevor Mr. Bright Bevor ihr So Bevor ihr euch dem Mauerstück nähern könnt Seht ihr wie noch weitere Ähm Ich brauche mal einen D10 Von wem auch immer Was? Lili gib mir mal einen D10 Äh Slash Er Erzeichen ein D10 Okay Beholder Ihr seht wie an der Mauer hier An welcher? Hier unten Das ist so ein, also euer Mauerstück Da verläuft eine Treppe nach unten Ist mit einem weiteren Mauerstück verbunden Und ist ein bisschen niedriger Und da seht ihr wie noch andere Überlebende Vier Stück an der Zahl Hier Entlang laufen Einer von denen dreht sich in eure Richtung Und ihr seid noch ein gutes Stück entfernt Ähm Warte Sehen nicht alle Mr. Bright? Mir wird gesagt ein paar sind Ich seh Mr. Bright nicht, nein Okay, ich mach nochmal neu hier Ich bin rief Ach Mr. Bright ist hier Ja Ja Er ist doch vorhin hier rumgesprungen Hast du das nicht gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen So Ihr seht wie die da lang rennen Gleichzeitig hört ihr so ein So ein komisches Geräusch Ihr blickt nach oben Blickt an den Himmel Und seht Dutzende dort fliegende Kreaturen Wie vorhin auch schon Ihr seht auch immer noch diese Absolut Riesige dunkle Kugel Die sich weiter ausbreitet An der Turmspitze Und plötzlich Kommt einer dieser fliegenden Köpfe Der über dem Mauerstück entlang Fliegt Ach du Scheiße Und aus seinem Maul heraus Uff Formt sich ein riesiger Feuerball Der auf die Richtung dieser Überlebenden hier geschossen wird Ach du Kacke Ihr seht wie die Burgseite Die Mauerseite an der sie stehen Komplett wegrissen wird Durch die Explosion Und die auch Okay Okay Cool Haha Oh Da Da ist Crime Ich sehe da vorne Crime Glaub ich Oh mein Gott Wir müssen hier unbedingt weg Was war das? Das war ein Einschlag Das war der Affe Fliegt der Kopf weiter in den Himmel Und schießt woanders hin Und ihr seht das noch mehr und mehr davon am Himmelszelt sind Ähm Ihr befindet euch allerdings gerade auf einer Außenseite der Burg Nimm dir kurzen Beine in die Hand Ja wir müssen hier unbedingt weg Schnell Der Affe könnte über die Mauer klettern Er kann geflüchten Schnell Schnell folgt der Mauer Ach du Scheiße Bei mir steht Game Pause Oh Ich kann mich auch nicht bewegen Oh Jetzt geht's steht bei mir Game Pause Jetzt geht's bei mir Bei mir geht's jetzt auch Ich bewege dich für dich Feuer Hilfe Feuer Springt einfach durch Vertraut mir aber Der dreht sich zu euch um Es ist wichtig Das Alle gleichzeitig springen Oh und Ich kann nur 5 Leuten helfen Also 1 oder 2 müssen klettern Äh Was denn jetzt alle Wer springt Er macht einen Schritt nach vorne Gabi springt aus dem Weg 2 4 Äh Ja ich Ich kann nicht klettern Ich kletter Ich werd klettern Kann der Gorilla klettern? Ach bestimmt Ja Aber bei dem Drachen weiß ich nicht Weißt du's mit dem Drachen? Ähm Ja Ja der Kann nicht klettern Ich reite den Drachen weiter Kannst du den nicht Kann Tabi auf ihn drauf und können die zusammen springen? Ja ich versuch's gar nicht Versuch's einfach mal Wird schon schief gehen wir haben keine Zeit mehr Ich halt mich an seinen Brokkolihahn fest Okay ich spring runter Also ich kann springen Oh Gott gleichzeitig Und er springt sofort hin Ja Ich kann meine Kreatur nicht mehr bewegen Ich weiß nicht wieso Bei mir steht Paused I don't know why So Und er springt Er Castet Featherfall Auf fünf von euch Auf alle außer Mr. Bright Und Tabi Alter ich sitz auf dem Drache Ja Oh wow Ähm Lilly Akando Wird deutlich langsamer Ihr alle werdet langsamer im Fall Und ihr seht diese Unglaublich steile Nach unten gehende Klippe Unter euch dieser Dornenwald der sich ausbreitet Und Ihr fallt langsam wie eine Feder Benedict lächelt euch zu Und irgendwann landet ihr unten Zwischen diesen Dornenranken Zwischen den Bäumen Guckt die Klippe hinauf Und seht das gigantische Schloss Das ihr hinter euch gelassen habt Als allererstes prallt Akando auf Bisschen schneller als der Rest Verletzt sich aber nicht Weil Tabi nicht viel wiegt Und Mr. Bright muss einen Athletics Check machen Damit wir wissen wie gut er die Mauer runterklettert Oder die Klippe Okay Mr. Bright findet unterwegs noch einen Bananenbaum Ja Sitzt da schon Bananenfressen So kommt ihr alle unten an Und seid entkommen Und genau in dem Moment ist mein Browser gecrasht Es gibt noch ein Resümee Ein kurzes Hauke wenn du möchtest Kannst du dich sofort ausklinken Ich würde mich gerne ausklinken Es ist halb 5 Ich wünsch dir eine gute Nacht Ja danke euch allen Ich schreib morgen nochmal Ich schlaf schön Mach's gut schlaf gut Danke euch Ihr habt das Schloss hinter euch gelassen Und ihr steht jetzt da in diesem Wald Ihr habt es nicht nur hinter euch gelassen Sondern ihr habt heldenhaft überlebt Zu einem späteren Zeitpunkt erfahrt ihr Nachdem ihr durch den Wald 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 gekämpft habt erfahrt ihr zu einem späteren Zeitpunkt dass der Angriff auf das Schloss nur zum Teil erfolgreich war Nach dem Abschotten des Sonnenlichts folgte ein langer Kampf Auf beiden Seiten gab es große Verluste Atasius der Pikenmeister und seine rechte Hand Graf Radov wurden seit der Schlacht nicht mehr gesehen Auch Jahre später nicht Niemand weiß genau was mit Nostro passiert ist In den folgenden Schlachten kämpfte er nicht Manche sagen er sei gefallen andere sagen er wurde stark verletzt und er holt sich in den tiefsten seiner Kammer Die übrigen Vampirjäger verloren sich ohne Anführer fast in Hoffnungslosigkeit Doch ihr habt Benedikt Charin gerettet Der ehrwürdige Magier trat in Atasius Fußstapfen Und konnte den Rest unter neuer Führung wieder vereinen Er wurde zum Schlüsselelement der folgenden Jahre und ihr an seiner Seite sofern ihr möchtet Ihr könnt auch euren eigenen Weg gehen Nostro war zwar der gefürchtetste Vampir doch wo er herkam zeigten sich neue aufstrebende Vampirfürsten die das Land weiter in Verdammnis trieben Und mehr als 100 Jahre später kennt man Veligrad nur noch als das Land der Asche Das Land der Jäger und der Verdammten Nur wenige können diese Geschichte erzählen Ein paar von euch können es Und ein Mann Und eine Kreatur Oh That's it Das vollendet in one shot Ja das war voll gut ey Mega cool Wir haben den Ey das wisst ihr Ich hab den so auseinandergenommen glaube ich oder? Ne das meine ich gar nicht Der General der von Lilly Achtung hier spricht Ceskel Ich wollte euch nur warnen dass jetzt im After Talk ein paar Blind-Eis Spoiler vorkommen Ihr seid gewarnt Der Chef der da kam ist in der Kampagne aufgetaucht die ich seit 33 Folgen spiele Oh Und da auch die Person Ist das guter oder ein böser Das ist ein guter Okay Ich bin doch Das ist ein Vampir Das ist da mein Vampir gewesen Das ist ein Vampir Das ist ein Vampir Das ist ein Vampir geworden Und der hat immer noch die Figur dieses diese Kreatur bei sich Darum habe ich den auch Ceskel genannt Oh 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 Wow Das Spoilern das Ding Haben wir den Haben wir den Vampir gegen den wir gekämpft haben Auseinandergenommen? Ja Ja Total Total Ja Voll gut zerstört Aber Dieses ganze rumgebuff war so Also ich hatte das nicht auf dem Schirm natürlich nicht Ist meine erste Runde die ich hier gespielt habe Aber das hat sich schon episch angefühlt So dass alles gebuff war und die Zahl immer überordert ist schon Ja 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 Schon besser als GTA cringe AP Dann einfach auch noch eine 20 rausgeballert Das war richtig krass am Ende Das war richtig krass am Ende Lucky, ja Ja Ja, good job, ne Das ist so das geilste was man machen kann Um so ein bisschen in Dungeons & Dragons reinzugucken Normalerweise sind diese Sessions die man hat immer nur Teil einer ganz langen Geschichte Das heißt das wäre jetzt nur so ein kleines Abenteuer gewesen Und dann erlebt man das in dieser ganzen Welt Und das ist krass Aber ich habe nochmal eine Frage Mhm Wir haben uns ja vorhin dazu entschieden den zu retten Ja War das wenn wir den anderen Weg gewählt hätten Wir können gerne einen After Talk machen Ich lege euch gerne mit offenen Karten alles hin als was wäre wenn wenn ihr das möchtet Achso aber das hättest du geplant gehabt ja hätten wir den anderen Weg genommen Ihr könnt jetzt gerne alle Fragen stellen wenn ihr möchtet Ja Was war die erste Ich geh ganz kurz aufs Klo nochmal werdet Ja dann lasst uns kurz ne Pause machen Ja okay Kurz aufs Klo und dann können wir Ja das ist ehrlich zappel schon Alter der Browser bei mir ist vollkommen abgestürzt das Spiel lädt Das hat gleich wieder da Bis zuletzt durchgehalten Das war crazy Das war crazy chat Sexy Ich habe einfach die lossten Rolls gemacht Die Existenz Ja aber da kannst du manchmal nichts machen Dafür hat es ganz am Ende richtig gut geklappt Aber das ist halt so gut zu dem Charakter Ja So wieder da Für weh Das hat ganz am Ende sehr sehr gut funktioniert Das ist Dean D5 Edition genau Ne Snow Also ein bisschen Homebrew auch Ja genau Genau wir spielen 5th Edition Wir spielen mit eigentlich fast allen Regelwerken die dazugekommen sind Und mit ein paar Homebrew Regeln Genau Wie lange haben wir jetzt gebraucht eigentlich? 4 Stunden ne? 5 fast Ähm ne 4 und ein paar Minuten 4 und 15 Minuten oder so Ah ok Das ist geil Geuma 3 und ein paar Minuten sind 4 Stünder 4 und ein paar Minuten sind Okay, Wim 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 Wim, dann bevor ihr Fragen stellt, ihr drei, sag doch mal, wie ihr es fandet. Habt ihr es euch anders vorgestellt, so als First-Time-D&D-Player? Wie sind so eure Eindrücke? Ich finde es bisher richtig gut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass wir, glaube ich, manchmal in den anderen dazwischen gequatscht haben. Oder beziehungsweise öfter dazwischen gequatscht haben. Ja, das ist aber in der Dynamik, glaube ich, gar nicht böse. ordentlich gemeint gewesen. Sowas ist besser, als wenn alle immer ruhig sind, dann diese Awkward-Situationen kommen. Ich glaube, manchmal überlegt man, was man sagt, dann redet man los und dann hat der andere auch losgeredet, dann ist das halt manchmal ein bisschen schwierig. Das muss man lernen. Super cool, wenn man sich richtig, also dank dir, Alex, natürlich, so richtig reinversetzen kann. Während du erzählst, so die Musik und man kann sich das schon echt gut vorstellen, das ist richtig cool. Ja, safe. Ich habe richtig, richtig Schiss irgendwie, aber das ist halt man ist ja auch in der Gruppe, man ist ja nicht allein. Dadurch wird einem ja auch so ein bisschen geholfen und dadurch kommt man noch besser rein. Das war mega cool. Schiss war ein bisschen unbegründet, oder? Ja. Also habe ich jetzt zumindest das Gefühl. Es hat mir auch ultra Spaß gemacht. Und war so, wie ich es mir vorgestellt habe eigentlich. Wahrscheinlich noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin jetzt ein bisschen angefixt, auf jeden Fall. Das war das Ziel. Ein bisschen mehr. Würde, aber wenn ich euch jetzt die Frage, also jetzt mal so rein hypothetisch, würde jeder von euch nochmal D&D spielen? Ja. Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich würde mich allgemein mehr noch damit beschäftigen erst mal, weil ich habe halt auch wirklich gar keinen Plan davon. Ich habe auch keine Roleplay-Erfahrung oder so. Aber auf jeden Fall. Ich fand das total geil mit der Adaption von selber Elfe sein und dann einfach mit reinbringen. Ich glaube, das ist der einfachste Einstieg in sowas. Bevor du dann anfängst, irgendwie rumzudoktern und dir irgendwas ausdenkst und dich nicht wohlfühlst, ist das einfach vollkommen, das ist mega geil. Ja. Ja, vor allem, ich habe ja auch wirklich gar keine Ahnung von der ganzen Welt und alles, bevor ich da irgendwas mache, wovon ich gar keine Ahnung habe. Ich meine, das habe ich ja eh schon gemacht. Ich hatte ja von Film keine Ahnung. Ich muss aber, ich muss euch ein Kompliment aussprechen. Ihr habt das gut gemacht und jeder von euch hatte ja so eigene Infofetzen und ich finde, ihr habt die super cool mit ins Roleplay gebracht und alle genutzt. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, dass jeder so seine Story hatte, aber es war schon geil. Oh ja, ich muss den Zauberer und der heißt so und so und wie heißt denn eigentlich der Anführer, der Vampirjäger und so. Ah. Ja, das war echt toll, als ihr das zusammen verknüpft habt. Ja, das war nice. Mein Schleifstein kam nur nicht zu Dingen, zum Einsatz. Ja, einiges kam nicht zum Einsatz. Das ist halt normalerweise, wie Stel das schon gesagt hat, im Rahmen einer Kampagne hat man mehr Zeit. Da würde ich euch auch nicht so sputen lassen wie an manchen Stellen jetzt hier. Aber bei einem One-Shot hat man halt einen Timer. Bei einer Kampagne könnt ihr fünf Stunden lang in der Taverne sein und einfach nur Roleplan wie ihr esst und ich würde euch niemals irgendwie Zeitdruck geben, es sei denn, die Taverne brennt oder so. Das ist halt der große Unterschied wie zu einem One-Shot. Du lernst auch, also man hat halt auch so Situationen, wo man einfach Charakter über, also diese, diese fiktiven Charakter über Wochen und Monate begleitet, das ist ganz merkwürdig auch. Da verliert man sich echt und das ist cool. Ja, dann hat man wahrscheinlich auch so ein besseres Zwischenspiel und eine Beziehung zwischen den Charakteren. Das nimmt man da, wenn man Gegner hat, vor allem so mächtige Gegner, nimmt man da doch viel ernster, glaube ich dann. Ja, wir haben schon, also in unserer, in so unserer großen Kampagne haben wir schon gegen so einen Beholder, was gesagt wurde, gegen einen unterboten Beholder, aber gegen einen gekämpft und da ist einer unserer Gruppe halt auch gestorben bei. Das ist schon ziemlich krass und wir haben allgemein, ich glaube, von der Ursprungsgruppe ist keiner mehr übrig. Also es sind wirklich super viele Leute gestorben und das ist immer wieder krass. Krass. Ja, also Spoilerwarnung, aber... Daran habe ich vorhin auch die ganze Zeit gedacht. Weil ich saß hier und dachte mir so, soll ich jetzt den Stein nehmen und den Opa bewerfen oder soll ich auf die Gehle werfen? Dann dachte ich mir so, mach das besser nicht, vielleicht kannst du sterben. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor den Büstern, ja. So, wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne fragen und was wäre, wenn es beantworten, wenn ihr was habt. Ja, meine Frage war, war das, wenn wir nach links gegangen wären in die Halle, wo die Begege... Ja, das würde mich auch interessieren. Ähm, euer... Also wenn ihr Benedikt zurückgelassen hättet? Ja, ja, genau. Okay, dann werdet ihr auf diesen Burghof hier gekommen. Mhm. Ich platziere eure Token. Oh shit, ich muss das erst mal wieder laden. Oh Gott. Oh, das ist mein anderer Token. Tschüss. Okay, dann wären wir auf den Burghof, okay. Und dann hätte euch hier eine Vampirin angegriffen. Diese Dame hier, diese reizende. Hm. Reizend. Die wäre, während ihr über den Burghof gewandert wärt, auf die Mauer gesprungen, hätte euch angefaucht und dann einfach runter und Instant Combat. Wäre die genauso stark gewesen wie der andere Vampir? Nein, ne? Äh, nein. Ähnlich. Der Kampf wäre ähnlich gewesen. Aber dann hättet ihr euch halt durch den Burghof kämpfen müssen, da weiter und den Vampirjägern entgegen. Ich sehe auch nichts, Chad, das tut mir leid, ich kann es nicht zeigen, bei mir ist auch alles down. Oh, warte mal, vielleicht. Also ich hatte einen Disconnect und auf einmal war alles weg. Hm. Jetzt vielleicht? Ne, ne, ich komme nicht mal ins Spiel rein. Foundry ist wieder Katastrophe. Ich mache dir einen Screenshot. Jupp. Aber das heißt, wir hätten auch gar nicht einen von den, von den Bossen sozusagen, wären wir gar nicht begegnet, oder was? Ähm, unwahrscheinlich. Aber wenn ihr es in die Richtung gepusht hättet, wäre auch das passiert. Ja, okay. Dann wären wir alle gestorben. Obwohl, wir hatten ja die ultimative Waffe dabei, ne? Oh. Ja, cool. Hätte das nicht getroffen, dann hätten wir die ja auch verloren, oder? Den Block. Ja. Ja. Der hätte sich zerstört, wenn ihr eine falsche Stelle getroffen hättet. Dann hättet ihr den Kampf weiterkämpfen müssen, und dann wäre er deutlich schwerer gewesen. Ähm. Ja, Map-Technisch habt ihr alles außer dem Burghof gesehen und einen weiteren Korridor. Das wäre der hier gewesen. Oder ne, da habe ich euch, glaube ich, sogar reingemacht, ne? Ja, doch für die Lichtsäne. Doch, da habe ich euch reingemacht. Dann habt ihr Map-Technisch alles gesehen, außer diese Wandszene hier. Die haben wir nicht gebraucht. Die anderen waren schöner. Mein Favorit ist absolut das hier. Das war, das ist absolut mega geil. Ja, diese Dings, ne? Die fliegende Köpfe waren auch super. Oh Gott. Ich bin jetzt in deinem Stream übrigens, ich kann das sehen, also alles gut. Okay, okay. Ja. Und, äh, dann mache ich nochmal den Burghof an. Ja, also, größtenteils habt ihr den Burghof nicht gesehen. Ich kann euch auch noch einiges zu den ganzen, äh, verschiedenen Räumen sagen, was ihr, soll ich eigentlich allgemein sagen, was ihr übersehen habt? Ja. Ja. Okay. Also, die Tränke, die ihr gefunden habt, hättet ihr natürlich benutzen können. Kam dir jetzt nicht zu, aber ist ja nicht schlimm. Ähm. Genau, war ich auch immer überlegen beim Kampf gegen den Dings, ob ich den nutze, also, ob ich den erst nutze, bevor ich da hinrenne und dann zuhau. Das hab ich voll vergessen, ehrlich gesagt, dass wir die haben. Aber die hätten, mein Trank zum Beispiel, hätte mich ja nur größer gemacht und nicht stärker, oder? Doch, der wirst auch stärker damit. Ja, du wirst auch ein bisschen stärker damit. Also, ihr hättet Potion of Growth, damit wäre einer größer und stärker geworden. Ihr hättet die Potion of Longevity, das ist das, womit man an sein Alter schrumpft. Was ist denn das mit dieser Longevity genau? Warum hätte man das dem alten Mann geben können? Wäre der stärker gewesen? Nein, das ist einfach nur ein Trank, der da gebraut wurde. Dadurch kannst du einfach deinen Alter reduzieren. Das ist um die Vielfalt, die alchemistische Vielfalt dieses Wesens zu verdeutlichen. Ich hab noch eine Frage. Ja? Was wäre passiert, hätten wir den Fake Benny nicht übergeben, sondern hätten den mitgenommen? Hätte der dann mit uns gekämpft? Ja, der hätte mit euch gekämpft. Ui. Ja. Auch cool. Ich wollte den mitnehmen. Ihr hättet den mitnehmen können. Der hat auch mein Buch auch mein Buch bekommen. Das ist die zweite Chance, wo ich Seskel nicht mitgenommen habe. Ihr hättet den mitnehmen können. Hätte ich absolut erlaubt. Schade. Die grüne und rote Flasche, das eine war Säure, hätte 2d6 Acid Damage gemacht bei Kontakt. Die rote Flasche hätte 2d6 Poison Damage gemacht gegen den Consafe DC-13. Oh. Die blaue Flasche war einfach nur eine Portion of Lactivity, also Altersschrumpfen. Dann hattet ihr eine Portion of Growth. Dadurch hätte einer größer werden können. Den Mondstaub, den sich Mingsi gebastelt hat, diese Kräutertextur. Wenn das getroffen hätte, wäre der Vampir zusätzlich noch poisend gewesen. Das ist eine Condition. Also zusätzlich genervt, hätte Debuffs gehabt und mehr Probleme. Ansonsten, wenn ihr, also, ich will jetzt nicht zu viel in manchen Sachen sagen, aber wenn ihr zum Beispiel mit, wenn ihr noch ein bisschen nerviger bei Nostro gewesen wärt oder so, hättet ihr noch ein paar andere Zauber rausgeholt. Okay. Achso, als er die Leute da verbrannt hat und so? Ja. Ja gut, aber ich muss sagen, Hauke war da schon sehr nervig. Ja, aber... Genau, genau. War das, wenn wir das Buch nicht übergeben hätten? Also, wenn Dings sich geweigert hätte? Ah, ja, stimmt. Dann wäre es wahrscheinlich zum Kampf gekommen. Oh, Leute, so schlimm. Ja. Nachdem wir die Waffen hatten oder bevor? die hätten uns gestompt. Hast du das da gesehen? Die hätten die platt gemacht. Weil hier auch so eine alte Pätze ist. Ihr müsst euch in die Leute hineinversetzen. Das sind Anführer des letzten Widerstands in ihrem Land quasi. Und diese Forschungen, die greifen nach allem, was die kriegen können, um ihr Land zu retten. Ja. Die müssten alles sicherstellen. Man hätte auch noch Ratten finden können, um das zu bespielen, weil viele von euch Speak with Animals und so haben. Die hätte ich, ich habe mir überlegt, ob ich die mit einbaue oder nicht. Habe ich dann gelassen, weil wir uns auf einem Timer bewegt haben. Und ich weiß, das wären noch mal 15 Minuten gewesen. So leid es mir tut. Ich freue mich, wenn ihr alles machen könnt. Aber ich muss halt so ein bisschen das Time Management noch. Ja, klar. War ja auch perfekt. Ich habe sogar Rattengeräusche versucht zu lernen vorher. Und ich kann es nicht. Ich kann nur Hamstergeräusche. Können wir da mal eine Dauerführung haben? Das sind auch Rattengeräusche. Oh ja. Es ist halt Hamster oder Schwein. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte einfach das gemacht und gesagt, stell dir vor, es ist eine Ratte. Okay. So. Ja. Wenn ihr noch länger im Turm gewesen werdet, wäre da vielleicht auch noch was passiert. Vielleicht wäre der eingestürzt oder so. Vielleicht hätte ihr die Zeichen eines Kampfes mitbekommen. Vielleicht ein Feuerball, der daneben geht. Alles um so ein bisschen Momentum oder Tempo reinzubringen. Ähm, ähm, ansonsten, in den Korridoren hätte man sich verlaufen können. Da hätte man auch noch auf die Gnollwutherlinge, also so heißen diese Skelette, treffen können. Man hätte auch, und so habe ich das eigentlich gedacht, dass es passieren wird, die zwei Gnollwutherlinge in eurer Turmkammer bekämpfen müssen. Genau, da wollte ich auch fragen. Ich habe die ja relativ, ähm, relativ solide rausgelockt. Aber die hätten wir auch bekämpfen können, ne? Ich bin davon ausgegangen, dass ihr die bekämpfen müsst. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass euch was Clevereres einfällt. Aber ihr habt es halt ohne Kampf gelöst. Ihr habt ja komplett auseinandergenommen mit dem Zauberspruch, die Tür aufmachen und so. Ja, jetzt auch nicht im Sinne von Cleverer einfällt, sondern mehr so im Sinne von, dass ihr halt Bock habt, die einfach anzugreifen. Ja. Aber ihr habt es anders gelöst und dann sind die halt weggegangen. Und, ähm, ja, wenn ihr gegen die gekämpft hättet, hättet ihr halt Verletzungen gehabt. Wenn ihr gegen einen Vampir vorher gekämpft hättet und Xato oder so ordentlich verärgert hättet, hättet ihr Verletzungen gehabt. Wenn ihr Verletzungen gehabt hättet, hätte Graf Moldak euch ganz genau untersucht, wegen Bisswunden und Scheiß, ne? Also der ist da super vorsichtig. Ja, da hat er gefragt, ja, genau. Also das hätte sich komplett anders ausgespielt. Aber ihr sahet unverletzt aus. Und deswegen hat er euch auch ein bisschen mehr vertraut, wegen der Seske-Sache und allem. Und Lilly war natürlich dabei. Das war auch sehr wichtig. Ähm, ihr hättet Seskel auch im Turmzimmer zurücklassen können. Da wären auch ein paar andere Sachen passiert. Wir hätten den kitzeln sollen. Ja. Ähm, ansonsten... Mal kurz nachlesen. Ja, der Kampf mit Amant Xatu hätte halt ganz anders laufen können. Benedikt hätte sterben können. Oh. Krass. Ja. Das war auch mein erster Gedanke, weil ich rechts an der Tür stand. Ja, ja, der hat... Bevor ich angreife, brauche ich erstmal da hinlaufen und den irgendwie wegziehe da oder so. Der hat aber auch gut, ähm... Das wurde aber auch immer gut gesagt, so von wegen, ja, pass auf, der kriegt es jetzt schon wieder aufs Maul. Ja. Und... Ähm, ihr hättet rein theoretisch auch gegen, also gegen die Gnäuskelette, gegen den Flameskull, die brennenden Köpfe und gegen diese geflügelten Köpfe kämpfen können. Wenn ihr es geschafft hättet, Vampire komplett zu meiden, wäre das wahrscheinlich der Encounter gewesen. Oder beides, wenn ihr genug Zeit gehabt hättet. Mhm. Und denen nicht aus dem Weg gegangen wärt. Ihr hättet auch das Ganze ohne einen einzigen Kampf wenden können. Uh. Was wäre passiert, wenn ich dem blauen Trank dem komischen Vampir gegeben hätte? Dann wäre der jünger geworden. Also das hätte jetzt nichts dran geändert, weil... Nur wenn du dem ganz viele gibst? Weil der Vampir ist und... Dann wird ein Baby. Nee. Es kann was Schlechtes passieren, wenn man ganz viele trinkt. Ja, that's basically it. Benjamin Button weiß ich, oder was? Sexy! Alles klar? Dankeschön. Gerne. Also danke für die XP. Danke fürs Erfahren. Ja, vielen Dank, Snow. War mega cool. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sehr gut. Wichtig, dass alle Bock hatten. Das ist nämlich dafür da. Das ist echt nice. Oh Gott, jetzt bin ich endlich in diesem Serverding. Aber das bringt natürlich nichts. Gut, fantastisch. Ich bin jetzt raus. Ich danke euch fürs Mitmachen und gerne nochmal. Ich danke euch. Sehr gerne. Ja. Dann sind wir da. Fönen Abend noch. Tschüss. Bye, bye. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.